guten tag so rein ins rp rein ins rp ich bin so drin im rp dass ich einfach nur drin bin so bock aufs pommes ne pommes sag ich schon wieder aufs rp richtig bock aufs rp 138 waren ja alle mittwochs mittwochs sagen wir das online oder kommen die erst noch an waren ja ich sag mir jubozeit auf dem sonntag sowit ist nicht 200 gerechnet wahrscheinlich alle mittags weil normalerweise war also mittags immer die einreise ich meine einreise ist er jetzt nicht verbiss ich wieder Krass. Leeg. Ne? Leifte. 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 Kuckuck, kuckuck, kuckuck. Kuckuck, kuckuck. Kuckuck, kuckuck. Kuckuck, kuckuck. Kuckuck, kuckuck. Kuckuck, kuckuck. 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 Kuckuckuck. Kuckuck. Kuckuckuck. Kuckuck. Kuckuck. Kuckuckuck. 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 unterhalten falls du dich erinnerst ja wenn ich wollte nur sagen ich habe drüber nachgedacht und ich habe mich dagegen entschieden ist gar kein problem super aber danke dass du trotzdem bescheid sagst ja war ja so abgemacht dass ich mich heute melde perfekt perfekt okay ja tut mir leid aber heißt ja noch lange nicht dass du trotzdem bescheid sagst aber ich bin dir sehr dankbar dass du bescheid sagst ja das ist mindeste war es nämlich sehr nett zu mir gar kein thema wird sich auch nicht ändern warum auch nur weil du jetzt absagst ist gar kein problem super vielen vielen dank klar gar kein thema dann danke ich dir für das bescheid sagen und dann wünsche ich dir noch einen schönen abend ja ebenso danke sehr bis dann ciao 745 wer hat mich denn da angerufen sag mal wird doch nicht das pd gewesen sein oder gibt es eine möglichkeit herauszufinden wem die nummern gehören der brüche war noch nicht wieder da wenn das auto nicht da steht damit wahrscheinlich morgen richtig abgeheirte gestern richtig abkratzt sein aber wird öfter mal probleme ich glaube auch der das gleiche wie ich und nicht mehr den ganzen pc das hier schon links ja Oh, die Schranke funktioniert. Krass. Okay. Okay. Ich wollte ein guter, ich wollte ein guter Bürger sein und mein Auto einparken. Aber dann eben nicht. Ich sehe jetzt schon, wie ihm die Nummern gehören, ne? Ich sehe jetzt schon, wie ihm die Nummern geht. Ich sehe jetzt schon, wie ihm die Nummern gehören, ne? Ich bin sofort bei dir, ja? Ja, ich brauche erstmal nichts, ich melde mich. Ach so. Okay, alles klar. Und wie geht's dir? Irgendwas Neues schon gehört? Aus dem PD? Nee, aber mich haben gestern zwei Nummern angerufen, die ich nicht kenne und die erreiche ich jetzt nicht. Okay. Okay. Ja, Mensch. Ich bringe noch kurz ne Zigarre zu dem Herrn, ja? Ja, kein Thema. Ich schreibe mir das mal auf, sonst vergesse ich das. Also. Anrufe. Abwesen. Acht. Zwo. Eins. Sechs. Acht. Neu. Und 23. 45. Das war echt ne halb... ne Viertelstunde bevor ich offline gegangen bin, ne? Alter. Neu... Neu. Neu. Das andere war sieben, vier, fünf, eins, zwei, sieben. Ein Uhr. Acht. Hm! Neu. 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 vielleicht sind es ja doch echt fuchs andreas 699 ok der hat mich nicht angerufen ne also vielleicht haben die private telefonnummern täglich ab 22 uhr ok redfield ja redfield gar keine tippe doch da sie 451 27 das ist redfield und partner redfield die arbeiten einfach 0 uhr arbeiten einfach nachts jetzt habe ich den Witz des Tages vergessen ok ok Jo, was geht? Moin Tobi, du klingst nicht so ausgeschlafen. Äh, doch, doch, doch. Voll und ganz. Voll und ganz. Was geht? Äh, nicht viel. Wir sind gerade bei mir am Hotel wieder angekommen. Ah. War gerade eine Runde am Strand. Hab mir gerade umgezogen. Achso, achso, achso. Ähm, kennst du möglicherweise eine Möglichkeit herauszufinden, wem gewisse Nummern gehören? Boah, ich würd ganz einfach mal anrufen und nachfragen. Ja, ja, hab ich probiert. Äh, geht keiner ran. Ja, einfach SMS schreiben. Die werden sich schon melden. Also eine habe ich rausgefunden, das ist ein Anwalt. Ein Anwalt? Ein Anwalt hat mich angerufen. Ja, ich habe ja gestern ein paar Anwälte angeschrieben. Achso, ja, vielleicht waren die anderen noch Anwälte mit ihrer Privatnummern. Achso, Privatnummern, siehst du, daran habe ich nicht gedacht. Also der Moor hat mir geschrieben, dass es keinen Sinn mehr hat. Also der Moor hat es abgelehnt. Jetzt warte ich noch auf Unger, Redfield und Fuchs. Ja, das ist halt die Frage, ne, ob es dir das rentiert, weil du musst halt Anwaltskosten bezahlen, ne, wenn sowas vor Gericht geht. Zahlt das nicht der, wenn der, dass alles PD, wenn die schuldig gesprochen werden? Äh, du musst ja deinen Anwalt, glaube ich, so oder so bezahlen. Das kann man ja in einem Gespräch dann erfragen, ne? Das kannst du in einem Gespräch erfragen, na klar. Ja. Ja, ja. Aber ich sag mal, spätestens wenn das LSPD nicht schuldig gesprochen wird, musst du die Prozesskosten bezahlen. Naja, ich brauche ja nur das Geld für einen Gewerbeschein. Ja, und dann, was willst du machen? Dann komm in die Club, oder was? Ja, reich mal komm in die Club auf. Ich habe zwei Ideenvorschläge, äh, Namensvorschläge, aber ich bin mir auch noch unsicher. Äh, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, brauchst du schon ein relativ gutes Konzept, glaube ich, wenn du sowas hier drauf machen willst. Was hältst du von Meeting? Hä, oder du hast doch gesagt, es gibt schon so einen Club hier in der Stadt, oder nicht? Es gab. Es gab? Es gab. Ja, aber die Immobilien gibt es da noch, oder nicht? Da ist jetzt ein anderer Club drin, der aber kein Comedy mehr macht. Ach, da ist ein anderer Club drin. Da ist jetzt das Secret drin. Was ist das für ein Club? Ähm. Bei dem hat keiner gar nicht gehört. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Bar-Nacht-Club. Hm, hm, alles klar. Jo, naja, muss einfach mal dein Glück probieren. Jo, Spock, eine Runde im Kusche fix, einen Kaffee zu trinken, oder so? Können wir machen, ich bin schon da. Ach, du bist schon da? Ey, wie gesagt, das ist meine zweite Heimat. Ich chill immer hier. Ich hab mir gedacht, du holst mir ab. Ja, ich bin gleich da. 5170 beim Ponsen, wie war ich? Da musst du nicht auf den Parkplatz fahren. Alles klar. Jo, alles klar, hier. Bis gleich. Bis gleich. Ja, aber diese Schmarotzer lassen sich von Anapina. Ja, aber diese Schmarotzer lassen sich von Anapina. Ja, aber diese Schmarotzer lassen sich von Anapina. Ah, jetzt. Das ist nicht so. Aber wenn das eine die Frau Levi war, dann gibt es aber, oder der Kovacic, weil der Moor hat den Kovacic angerufen, jeder Keller wäre euch beklagen, aber der macht halt, was er wahrscheinlich eh nicht gemacht, weil der Moor hat mir ja geschrieben, dass es keinen Sinn macht. Das war's für mich. Hm-hm-hm-hm-hm. Ein Wunderschön. Schmeiß ihn mal im Kofferraum. Ein Wunderschön. Ja und check mal kurz E-Mails, kannst ja schon mal hinfahren. Jo. Ich kann dir gleich mal vorlesen, was mir der Moor geschrieben hat. Von Moor und Moor Rechtsanwälten. Der Name ist gut. Moor and Moor, find ich. Also mein Name ist schon mal... Echt gut. De-de-de-de-de-de. Oh, hallo. Leider nur ein Zweisitzer. Rechts vor links ist alles gut gegangen. Und das ist alles gut gegangen. Oh, hallo. Amen. So, ja, ich glaube, das ist ja keine verkehrte Idee, den hinzupacken. Äh, ging vorher nicht. Wollte mein Auto nicht einparken. Echt nicht? Nee. Ich habe übrigens mein Roller wieder. Ich wollte gerade fragen, wo denn dein Zweirad? Ich habe übrigens mein Roller wieder gesagt. Ja, dein Zweirad. Ja, den hat Chris abschleppen lassen. Warum? Weil den anscheinend ihn auf der Straße gerollt hat. Aber GPS war halt ausgeschaltet gewesen. Ach so. Naja. Also stand er doch auf dem Verwahrplatz? Ja. Ja. Ich habe heute mit einem Kollegen vom ACLS gequatscht. Der hat gesagt, hm, also ich würde an deiner Stelle immer noch mal auf dem Verwahrplatz kicken. So, selbst wenn die Cops jetzt gesagt haben, der da nicht steht. Ich war noch mit dem Kinnifahren und dann war er da gewesen. Ich habe ja selbst schon Post im VNet gesetzt. Falls du dir den schon durchgelesen hast. Ich war nur kurz auf VNet und habe die Nachricht vom Moor gecheckt. Ja. Na ja, wollen wir mal dem Thomas ein bisschen Umsatz wenigstens bringen. Oh, ich bezahl, du Arbeitsloser. Ey, was soll denn das heißen? Hallo, ist der immer noch da? Moin Thomas. Ja, frag nicht, warum ich hier bin. Äh, ja. Warum bist du denn hier? Mike hat einen Unfall gehabt, einen schweren. Ach. Mit ihrem kleinen Auto oder was? Mit dem Lieferauto von unserem Ding. Ach du liebe Bisschen. Ja, da vorne an dieser Kreuzung ist wohl irgendwie ein VST. VsR, CVS. Da hinten oder was? Ja, ja. Da ist wohl jemand ihr reingefahren und sie saß da am Boden und all das mögliche und war total fertig. Und das sah aus, das Auto ist jetzt fertig. Pass auf, du bist gerade da. Ähm. Können wir ganz kurz zum ACS fahren, weil die haben da das Auto da. Die haben das schon fertig, die haben mich gerade eben angerufen. Können wir kurz runterfahren und du fährst dann? Äh, ja, machen wir. Du musst aber in den Dienst kommen, bitte, ja? Damit du dann die Schlüssel mitnehmen vom Schlüsselbrett. Ähm. Das Lieferauto. Kann sein, damit ich immer noch im Dienst bin. Ja, okay, dann ist ja kein Problem. Äh, Jo, dann warte mal, ich ziehe dir noch kurz einen Kaffee und dann setze hin und warte kurz. Ja, ja. Ja, ich muss glaube ich mal mein Handy kriege ich gerade nicht in die Tasche. Hm. Ja, das passiert öfter mal. Hm. Ich gehe mir mal die Nase pudern. Okay. Der hat dann gesagt, du fährst auf. Es ist mir scheißegal, ob du verletzt bist oder nicht. Gib mir mal ein fucking Alkohol. Und der war wirklich, der war wirklich extrem heftig. Okay. Und dann haben, der Ivan wollte da schon fast durchdrehen. Ja. 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 schneller bitte noch schneller naja 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 Wird sich schon melden. Wird sich schon melden. Boxtraining, kommt vorbei. Schreie, schreie, schreie. Was ist das denn? vor vier stunden die waren heute mittags da scheiße ich wusste die mittags gespielt vor fünf stunden ja okay merke ich mir sonntag mittag sonntag mittags hier vor acht stunden ich war nur zehn im jeweilig schon online hier sollen das normale tattoo also ab 22 uhr macht ihr auf der ober als hat ihr scheiß handy schon wieder aufgegangen oder was ich schreibe eine pause aber dann nicht wieder dass sie da sind grund einer empfindlichkeit erstellt wurde wieder sagen dass ich übertreibe ja es kacke natürlich alles kacke ja 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 ich bin jetzt aber machen ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Was ist denn da los? Das Auto ist doch das dicke Auto mit einem Zuhälter. Also, keine Ahnung, ob der wirklich Zuhälter ist. Vermutlich nicht. Guten Tag. Nee, da bin ich gerade. Das ist mein Platz, George. Chicken Bacon, meintest du? Ja, da hätte ich gern gleich zwei Schnitten. Eine Schokoladen-Torte. Ja. Darf ich mich überall hinsetzen, wo ich möchte? Ich komme mir sauberkant vor. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich fahre mal kurz zur Polizei. Ja. Ja. Das ist das. Das ist das. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's. Ich bin jetzt nicht wegen meiner Bewerbung hier, sondern... ...weil ich wegen der Nummern fragen will. Ich glaube, ich bin heute echt zur falschen Zeit aufgestanden. Hier ist ja niemand. Hier ist ja nirgends niemand. Hier ist ja nirgends niemand. Oder ein Überfall? Oder beides? Moin. 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 Warum sitzt du hier neben mir, was will der von mir? Kann man hier beklaut werden? Schönes Wetter heute, oder? Ach ja, ich war gerade oben auf dem MAPD, hab eine geraucht, geht so. Ich weiß gar nicht, ob ich da hin darf, aber... Wo warst du drauf? Hier oben auf dem Gebäude. Ähm... Okay. Ich glaube, da darf man nicht drauf. Dann sollte ich das Foto löschen. Besonders nicht, wenn man hier nicht arbeitet. Ne, ich arbeite hier. Achso, dann ist es vielleicht okay. Du sagst jetzt nicht aus wie ein Kopf. Ja. Du bist ja einfach aufs Dach gestiegen und hast eine geraucht. Hm? Muss man sich auch erst mal trauen. Nee, die sind alle da nebenan in dem komischen Presseraum. Ich weiß nicht, was die da machen. Wollte jetzt nicht reingehen. Vielleicht eine Presseveranstaltung? Kapitän redet da irgendwas. Man, das stand ja oben. Wer stand oben? Der Kapitän. Kapitän? Kovacic. Kovacic. Kovacic, den Namen kenn ich. Mit dem hab ich schon mal gesprochen. Auf den warte ich, ja. Ich auch irgendwie. Du wolltest dich bewerben oder wie? Äh, nicht direkt. Also ja, ich habe mich beworben vor zwei Wochen. Mhm. Und er wollte sich eigentlich schon ein paar Mal bei mir melden. Mhm. Ich hab's mittlerweile aufgegeben. Eigentlich bin ich hier, weil ich was fragen wollte. Okay. Gibt's hier die Möglichkeit, dass ich der Polizei Telefonnummern gebe und die geben mir dafür einen Namen? Weil ich würde gerne wissen, wer mich anruft. Das weiß ich nicht. Hm. Dann warte ich. Okay. Also du arbeitest bei der Polizei, aber wartest auf den Kovacic für eine Bewerbung? Nee, nee. Ich wollte nur so mit dem quatschen. Achso. Na dann. Vielleicht machen die so eine Art, weiß nicht, Wochenrückblick. Also im Kalender steht nichts drin. Ich habe keine Ahnung. Eingeladen wurde ich nicht. Da werden nur die wichtigsten Leute eingeladen. Ja. Der Captain, der Chief, der Empfang, der Hausmeister. Ja. Ja. Nee, ich habe mich auch, ich hätte mich beworben und das hat auch sehr lange gedauert. Weiß nicht, was hier los ist. Ob das nur, ja, nur so ein momentaner Status ist oder ob das immer so lange dauert. Keine Ahnung. Hattest du dich als Police Officer beworben? Nee, als Public Affairs Officer. Ah, dann haben wir dabei das gleiche Problem. Ich habe mich nicht als Public Affairs Officer beworben, sondern als Sekretär. Hm. Und das macht wohl die Frau Levi und die Frau Levi war seit zwei Wochen oder so nicht mehr im Dienst. Ja, die ist auch in den nächsten zwei Wochen im Urlaub. Ah ja, okay. Da hatte ich jetzt, ich hatte schon mehrmals mit irgendwelchen Leuten telefoniert und ich bin auch immer hierher gelaufen, habe mit irgendwelchen Leuten gesprochen, die haben meine Daten aufgenommen. Ja, wir rufen sie an, wir melden uns heute noch bei ihnen. Ja, das letzte Mal ist jetzt auch schon wieder vier Tage her. Ja. Dann dachte ich mir so, nee, für den Sauhaufen arbeite ich nicht. Bleibe ich arbeitslos. Ich sage mal so, Polizist oder arbeitslos, das Geld kommt aus derselben Kasse. Ja. Nee, keine Ahnung. Also, warum ich so, eigentlich ist das egal, wenn du das weißt. Ich kann nicht sagen, wie heißt du eigentlich? Ich bin Joe. Hi. Joe, du bist aber nicht Joe Black, oder? Nee. Okay. Bei denen wollte ich aufsuchen. Ähm. Aufsuchen klingt so nach umbringen. Nein, nein, ich, nein, nein. Ich wollte, ich wollte so ein paar Sachen fragen. Also nicht so im Dienst, sondern privat so. Ähm. Nee, ich heiß Elmo. Elmo? Elmo, ja. Also Nachname ist Green, Elmo Green heiße ich PL06. Ach Mr. Green, wir hatten doch schon mal gesprochen. Echt? Ja. Wo denn? Ähm, als du glaube ich den ersten Tag hier warst, oder so. Irgendein Freitag. Oh, ich werde gerade angerufen, einen kleinen Augenblick. Jaja. Jo, hier ist Joe. Jo. Tobi hier. Moin Tobi. Jo, du musst Paul ein bisschen Schlagart hier los für dein Auto abholen. Oh. Habt ihr auch gar nicht mehr gesehen. Wo bist du? Ich sitze gerade beim PD. Ach, beim PD? Was denn da los? Ähm. Willst du nochmal da nachhaken, oder? Ne, ich warte darauf, dass mein Darm drückt, damit ich dir hier eine Wurst hinlegen kann. Ach so. Ich muss da nachher auch noch hin. Ja, ich sitze mich gerade, ich sitze gerade hier und unterhalte mich mit jemandem. Sehr nett. Das ist jetzt das selbe Problem wie ich. Die hat sich auch vor zwei Wochen beworben und kriegt keine Rückmeldung. Ja. Ja. Scheiße. Du musst da am besten immer so abends 20 Uhr hingehen im Club daß, da hast du die besten Chancen, ihn zu erreichen. Ich will, jetzt gerade will ich hier nur eine Frage stellen. Den Job habe ich abgehackt. Ach so. Ja, naja, wenn du dafür jemanden fragst, kannst du hier mal durchschreiben. Alles klar, schreie ich durch. Schreiben. Ich schreie. Das ist ein Lovely-Turk der hier im Club. Gut möglich. Ich fach's in den Augen. Bis dann, ciao. Ja, ähm. Warte mal, warte mal. Der redet gerade. Das ist wichtig. Kannst du das durch die Wände hören? Ja. Aha. Ich hör das nicht. Vielleicht erkennst du mich auch nicht, weil ich eine Käppi aufhabe. Kann sein. Ich dachte erst, du wärst Yoshi. Welcher Yoshi? Yoshi hat so ein Auto Club und ich möchte in den Auto Club rein. Ah. Ne, ich nehme mal kurz die Käppi ab. Jetzt ist es vielleicht besser? Ne, aber ich habe so viele Leute hier getroffen. Nehmen wir es nicht irgendwie böse auf oder so. Ne, alles gut. Ich habe mir das nur gemerkt, weil Green echt ein cooler Nachname ist. Ach. Danke. Ich hatte dich noch gefragt, ob das deine bequeme Kleidung ist, weißt du? Ja. Ne. Okay. Ähm. Ja, jetzt gerade sehe ich auch noch sowas, weil ich zum Käppi muss. Sonst werde ich eine kurze Hose an. Ja, ich bin so gekleidet, weil ich eigentlich nicht zum Käppi wollte. Wie gesagt, ich wollte nur eine Frage stellen beim Empfang. Aber wenn die gerade eine Besprechung haben, warte ich auch. Ja. Keine Ahnung, wie lange die brauchen. Eigentlich wollten wir um sieben bei einem Termin sein. Hm. Ja. Aber. Hast du den gerade nicht gehört? Nö. Komisch. Ich habe so, also ich habe Stimmen gehört, aber ich habe nicht genau gehört, was gesagt wurde. Ich konnte alles hören. Ich war durchgewandt, aber ich konnte alles hören. Kritisch. Ach man ey, die sollen schnell haben. Meta. Ja, die sollen sich mal beeilen hier. Schicke Uhr. Schicke Uhr. Du hattest einen Termin hier, oder was? Ne. Okay. Wie gesagt, ich will gar nicht zum Co-Hotage. Ich will nur eine Frage beim Empfang stellen. Mehr will ich gar nicht. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Wir gehen einfach durch die Tür. Ausatmung. So, jetzt gehts los. Ding, ding, ding. Äh, achso. Bist du kein Cop? Ja, doch. Wie? Ja. Du bist Cop. Ja, klar. Ich verarsch dich. Du hast kein Cop. Natürlich bin ich Cop. Warte, warte, warte. Warum hast du keine Dienstkleidung an? Warum stehst du hier vorne? Wenn ich zivil bin, warte mal. Guck. Wer hat die Leitstelle? Keine Ahnung. Also, ich warte hier auch, weil ich jetzt was wollte, aber der Herr links neben mir auch. Warten halt. Alles sehr merkwürdig. Hm. Hallo. Moin. Die haben mir nicht geglaubt, ne? Nee, die haben dir nicht geglaubt. Ich sag ihm. Aber ganz ehrlich, ich würde dir auch nicht glauben. Warte, warte, warte. Ich zeig's dir. Wenn ich glaub dir, ja. Ja, sag mal, gibt's keine Klingel. Ich sturmklingel hier gleich. Was ist... Da. Schick. Sie können's ja mal versuchen. Vielleicht machen die diese Besprechung. Warte mal. Dankeschön. Wir müssen aber, glaub ich, auf die andere Seite, ne? Da kommen wir ja auch durch. Kommt die Kollegen auch? Wer schreit hier? Hallo? Nicht so laut, die Herren. So, Bobby kommt. Bobby kommt da auch gerade. Das war's. Hallo? Ich habe dich fertig. Hallo? Sitz-RP, das beste RP ist Sitz-RP. Kann ich, dass die vom SD keinen Schlüssel haben? Das wundert mich jetzt aber auch. Ich dachte, das ist ein Haufen. Ja. Ich dachte, Marke ist Marke. Anscheinend nicht. Ja, weil wir nutzen ja auch den gleichen Funkkreis. Guten Tag, hallo, schönen Tag noch. Aha, okay. Deswegen müssen wir immer sagen, hier PD-Leitstelle oder SD-Leitstelle und so, wenn wir funken. Okay. Ja, ich habe einen Kumpel beim SD und da meinte er auch, die arbeiten sehr eng mit dem PD zusammen. Ja. Da habe ich eigentlich gedacht, die haben hier auch einen Schlüssel für. Mhm. Anscheinend nicht. Warum trägst du eigentlich eine Sonnenbrille? Es ist nicht hell. Ich will cool aussehen. Ach so, okay. Trinkst du ja auch nachts im Club, ja? Ja. Jetzt ruft mich der Nächste an. Jo, hier ist Joe. Redfield, hallo. Ah, schönen guten Tag. Redfield, mein Partner. Richtig. Ja, und ich habe ihn gestern auf Wienet geschrieben. Johannes Keller. Ja, das habe ich gelesen. Ja, da müssen wir aber, wie gesagt, einen Termin ausmachen. Heute habe ich leider die Verhandlung. Ja. Äh, ich weiß es nicht, ob sie danach noch Zeit haben. Ich bin heute, äh, länger da. Sie sind heute länger da, perfekt. Äh, gut, dann machen wir mal so, ich melde mich nach der Verhandlung nochmal bei Ihnen. So machen wir das. Perfekt, super. Danke sehr. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ha. Das war mein Anwalt. Okay. Ich verklag den Scheißhaufen hier. Hehehe. Weil es so lange dauert, oder wie? Ja. Hehehe. Na, ich habe laufende Kosten. Mein Haus kostet 450 Dollar am Tag. Ja. Und essen muss ich ja auch irgendwie und... Ach, hey. Ich bin auch vorhin mal, bin ich in den Norden gefahren, hab da mal geguckt nach dem Haus. 90 Dollar. Ja, die haben da so, so Motels, hab ich gesehen. Aber Motels sind mir zu klein. Jetzt gerade habe ich ein kleines Haus in den, im Mirror Park. Mhm. Das gefällt mir super gut. Nur die Einfahrt ist ein bisschen klein. Ja. Wieso? Passt nur ein Auto hin, oder was? Ja. Also, gerade habe ich zwei drin stehen. Und die, und die Garage ist viel zu weit. Du hast zwei Autos? Mhm. Was verdient man hier beim PDA? Zu wenig. Ich habe einen grünen Aspo. Okay. Und der hat mehr Unfälle als, äh, unfallfreie Fahrten. Ich habe einen grünen Club. Oh, der Club ist auch cool. Ja. Hatte ich mal als Leihwagen. Das Problem ist, ähm, ich kann den Bürgersteig nicht mehr hochfahren. Ach so. Ja. Das ist zu tief. Hast du ihn so tief gelegt, ja? Ja. Ich muss mal rückwärts auf den Bürgersteig fahren. Ne, und ich wollte mal gucken. Also, wenn ich in den Norden ziehe, bin ich am überlegen, ob ich den Club verkaufe. Bin mir aber nicht sicher. Aber ich muss mir auf jeden Fall irgendwie was, so einen Geländewagen oder so holen. Vielleicht diesen, diesen Hellion. Den kriegt man schon für 18.000. Hellion? Ja. Ist das ein SUV? Ja. Oh ja, SUV finde ich auch gut. Mich interessiert der, ähm, wie hießen die? Ich glaube Streiter. Ja, Streiter. Kostet 35.000. Ja, hier der, der, wer heißt der nochmal? Namen vergessen. Ja, den finde ich auch gut. Ja. Ja, den von der Kirche, den, die fahren die immer. Die Kirche? Die fahren Leichenwagen, habe ich gesehen. Dubstar 2 heißt der. Dubstar, okay. Sieht so aus wie so ein Mercedes. Wie so eine G-Klasse. Achso, so ein, so ein, wie so ein Army-Wagen. Ja, so ähnlich, ja. Ah, ja, okay. Das Ding, was wahrscheinlich, äh, aus einem Guss geschmolzen wird. Ja. Aber ich weiß nicht, mal gucken. Ich hätte auf jeden Fall gerne ein Auto mit vier Sitzplätzen. Das auf jeden Fall. Ja. Schadet nicht. Jo. So, warum haben die jetzt eigentlich ein Gespräch? Die kamen nach mir. Hm. Hm. Haben mehr Druck gemacht. Er meinte gerade, er will nur seinen Führerschein zurück haben. Muss da wohl abgeben, wa? Hm. Was muss man denn machen, um hier einen Führerschein abgeben zu dürfen? Weiß ich auch nicht. Mit 200 durch die Unstatt? Hm. Vielleicht hat da was geraucht oder so und ist dann gefahren, keine Ahnung, oder Alkohol. Achso, ja klar, das kann auch sein, ja. Einen wunderschönen guten Abend. Ähm, ist jemand von Public Affairs anwesend? Ja, hier rechts von mir. Ah, sehr ruhig. Ich geh mal hin, ich sag ihm mal Bescheid. Nein. Mein Name ist James Sonny Burnett von Burnett Accounting. Burnett Accounting? Da arbeitet ein Freund von mir. Hat der so ne Mütze auf und ne Brille? Und ist immer oben am Mais? Ähm. Wir haben mich mal besuchen und äh, wir hätten da ein paar... Den Mütze und Brille eher nicht. Aber er ist oft am Mais, ja. Dann kenn ich den. Sicher? Hm. Der ist leitender Angestellter da, oder? Der ist seit ner Woche, glaub ich, da. Hm. Hm. Hey, die wollten, also die machen ja für andere die, äh, Buchhaltung. Und die wollten wissen, ob das okay ist, so wie die das machen, heißt er? Achso, dann habt ihr quasi bei dir nachgefragt, ne? Hm. Okay. Ja, macht Sinn, ne? Wenn ihr das überprüft, müsst ihr das ja auch wissen, ne? Ja, ich hab nur gesagt, ja, ähm, müssen sie meinen Vorgesetzten kontaktieren und die sollen einfach, wenn die irgendwas wollen, was ich nicht weiß, einfach beim PD melden und wir werden uns zurückmelden. Aber du weißt ja selber. Die werden sich nicht zurückmelden. Ja. Niemals. Das PD meldet sich nie. Also PA läuft eigentlich okay mit Rückmeldung, aber der Rest läuft gar nicht. Ich hab's euch schon überlegt, in einen Sitzstreik zu treten. Setz mich einfach vor die Tür, sodass keiner mehr reinkommt. Naja. Mach mit. Setz mich da hin, sie kriegen mich hier nur weg mit einem Arbeitsvertrag. Ich geh mal kurz gucken, was der Kovacic macht, ja? Ja, ja, alles klar. Kein Stress. So, das war... Redfield. Die Nummer hab ich noch nicht rausgefunden. Ah, dankeschön. Gleichfalls. Einer, wunderschönen guten Abend. Peti, sechsenhautzenegas. Wie kann ich ihm behilflich? Schönen guten Tag. Ähm, folgendes. Ich hatte eine Frage und zwar, kann ich Ihnen Telefonnummern geben und Sie geben mir dazu Namen? Nein, das machen wir nicht. Achso, okay. Ich würd gern wissen, wer mich anruft. Ja, das ähm... Das ist natürlich immer... Macht einen sehr neugierig, aber nee, das können wir nicht. Auch aufgrund natürlich des Datenschutz durchführen oder weitergeben. Ähm, aber sonst denken Sie auch noch mal nach, vielleicht haben Sie in den letzten Tagen mit irgendwelchen Personen geredet und neu kennengelernt oder mal irgendwann Ihre Telefonnummer, ich sag mal, eher publizierter, ja, in der Runde veröffentlicht oder gegeben, wie dann der weitere Kreis immer weiter aussieht. Könnte sein, ja, kann durchaus die Möglichkeit sein. Also eine Nummer hab ich schon rausgefunden. Ah, es sind zwei Nummern. Jetzt interessiert mich noch, was die andere Nummer ist. Aber es wird bestimmt nicht das PD sein, weil die rufen mich nie an. Okay, ja. Ja, sonst... Genau, wenn wir versuchen Sie anzusuchen oder nochmal eine SMS zu schreiben. Wer sind Sie? Was wollten Sie? Achso, ja. Dann schreib ich einfach meine SMS. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, okay. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Ja. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ebenso. Grüßen Sie Kovacic von mir. Vielen Dank. Auch gut. Grüßen Sie Kovacic von mir. Hat nicht mal nach meinem Namen gefragt. Läuft. Oh, fuck. Die gerade beim Kuschefix war die, die ich cringe angeschrieben habe. Jo. Jo, hier ist Joe. Jo, es geht. Ich bin jetzt beim Peti durch. So, ja, wir sind immer noch im Café. Kannst gerne rumkommen. Dann komme ich wieder zurück. Jo. Bis gleich. P.P. 96 Eggers. Nein. Ich glaube, es war 96. P.P.I. 96 Eggers. M. Läuft ja im Allgemeinen hier ungut. Ah, ich muss eh drücken. Hupen reicht nicht. Hupen reicht nicht. Hallo. Alles in Ordnung oder was? Alles gut, ich hab mich nur das Auto bewundert. Sehr schöne Reifen. Achso, ich dachte schon, dass du da hinten ein bisschen am ungefummeln warst. Nee, nee, alles gut, ich hab nur geguckt. Achso. Ja, freut mich, dass dir mein Auto gefällt. Ja, für mich wär's jetzt nichts, aber muss man der Typ für sein. Und ich glaube, du bist der Typ dafür. Ach. Woher holst du das, wie ich sag? Na, so vom Aussehen passt es auf jeden Fall. Vom Aussehen passt das, sagst du? Ja. Wie hast du das denn festgestellt? Naja, die... Ich kombiniere. Kombinieren? Ja. Was kombinierst du denn da so? Naja, die Brille, die Tattoos und die dicken Reifen. Ich finde, das passt. Das passt, sagst du? Ja. 1A, du hast einen Top-Geschmack, mein Freund. Weiter machen. Danke. So. Moin, Chris. Moin. Ach, Tobi. Ach ja. Hab immer noch deinen Kaffee. Wieso denn mein Kaffee? Ich hab doch vorhin gesagt, ich zieh dir noch einen Kaffee. Achso, ich trinke gar keinen Kaffee. Echt nicht? Nee. Na, dann schieb rüber das Ding, dann kriegst du hier ne Dose. Ah, vielen Dank. Trinke ich halt den Kaffee. Bitteschön. Wieder zurück. Bonjour. Hallöchen. Bonjour. Nach wer seid ihr denn? Ähm. Ich bin Herr Tobi. Ich bin Joe. Ubi und Joe. Mhm. Na, was treibt ihr so in der Stadt? Wenn euch genau wissen willst, arbeite ich hier in dem Kaffee. Oh, ich hab hier auch mal gearbeitet. Ja, ne nette Location, muss ich sagen. Ja, ich wollte eigentlich zu Maike, die ist aber nicht da, oder? Nee, die hatte vorhin einen Verkehrsunfall. Was hatte sie? Verkehrsunfall. Oh. Die ist jetzt erstmal zu Hause und ruht sie aus. Ja, Maike ist meine Ex-Freundin. Achso? Ich will mich hier. Ich war hier mal der leitende Angestellte in diesem Laden. Aber und Sie sind? Ja, ich bin Eddie. Eddie. Wie, wie? Jo, also ich bin mir unschliessig, ob sie heute wiederkommt. Ich gehe eher nicht davon aus, wie sie das angehört hat. Glaub auch nicht. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn mittlerweile? Äh, momentan sind wir... 1, 2, 3, 4, 5 Leute. Beziehungsweise 4 Leute plus ein halber. Der eine ist immer so sporadisch da. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Ich gehöre nicht dazu. Ja, ja, die Maike. Nette Frau. Naja, komm, ich mach drauf an, in welcher Laune sie ist. Ich hab sie bisher nur höflich erlebt. Du bist ja auch Kunde. Hättest es immer heute erleben müssen, da war die ein bisschen angepisst. Aber so'n Tag hat jeder mal, ne? Wieso, was war denn los? Nee, weil heute noch irgendwie anscheinend irgendein Gespräch sein sollte mit den ganzen anderen Gastronomiebetrieben. Und da war die ein bisschen gestresst drauf gewesen. Na, ich verstehe. Und dann jetzt noch mit nem Unfall, dann hat sie das heute auch schon wieder total erledigt. Muss ich nachher mal gucken, ob ich die vielleicht alle nur anrufe und sage, das war das Faschim auf'm anderen Tag. Ja, ja, so hieß das. Aber, ähm, gibt es einen neuen Mitarbeiter, einen Leitenden, einen Angestellten? Äh, nee, einen Leitenden, Angestellten haben wir zur Zeit wirklich nicht. Beziehungsweise, ich glaub, wir haben einen, aber der ist grad im Urlaub. Der Ivan. Hm. Der fängt erst, ich glaube, am Mittwoch wieder anzuarbeiten. Also, ich kann jetzt nicht genau sagen, ich bin nämlich auch erst seit vier Tagen jetzt im Café angestellt. Ich bin auch erst vor zwei Wochen hingereist. Vier Tage, das ist ja immerhin schon fast ne, ne ganze Arbeitswoche. Joa. Ich war öfter nachts hier nachts hier mit euch als über den Tag. Ich glaub, wenn es hier samt, ich glaub, wenn es hier samt, ich glaub, mal fünf Stunden oder so richtig gearbeitet. Ja, und zwölf Stunden oder so gefeiert wahrscheinlich. Ja, ja, so ist das Leben. Ja, so ist das Leben, man muss es ja auch mal einen Spaß gönnen. Immer nur arbeiten geht nicht. Nee. Tobi, soll ich noch was sagen? Na? Ich glaub, unser Zuhälter hat mich gerade angemacht. Der Zuhälter? Hm, ich hab sein Auto angeguckt und hat gefragt, was ich am Auto rumfummelt. Ja, was fummelt's? Ich hab nicht rumgefummelt, ich stand zwei Meter davon weg und hab mir die Reifen angeguckt. Äh, ach, gucken wir mal, wer da kommt. Ach, die Maike. Äh, nee, ich stand vorhin noch an seinem Auto und hab mir die Felgen angeguckt. Okay. Für mich hat er nichts gesagt. Ja, vielleicht einfach, weil ich, keine Ahnung. Aber da hat er auch telefoniert. Bonjour. Ich seh einfach krimineller aus. Ja, guten Tag. Ach, der Thomas da ist ja schon wieder am Schäkern. Der ist aber auch mit den Frauen, ne? Ja, Thomas, Tobi hier, bist du schon wieder am Schäkern da drinne, oder was machst du da? Ja, das sieht so... Ach so, das sieht so komisch aus von hier draußen, du. Alles klar. Ja, das kann ich mir bei Fabi schon ganz gut vorstellen, macht sie ihn. Ach, du Scheiße. Ach, lass den mal nicht auflaufen, nimm dir mal ein bisschen den Schutz hier, den Juden. Nee, komm, nee. Ja, ja, nee, komm aber jetzt nicht rein. Boah, die macht sie über Fabi lustig. Wer ist denn jetzt, Fabi? Fabi ist der andere Kollege von uns, der da hinten gerade steht. Der Blonde? Ja, genau. Mit dem haben wir doch auch in einem Tag geredet, glaube ich, oder? Ja, haben wir. Ja, haben wir. Ich bitte eine schwarze und schwarze... Ich bitte eine schwarze und schwarze... Ich bitte eine schwarze und schwarze... Ich bitte eine schwarze und schwarze, glaube ich. Mmh, 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 mmh. 20 Uhr, gucken wir das mal an. Jo, äh, was darf ich dir noch bringen? Ähm, gerne Maike Sandwich. Maike Sandwich, mach ich dir fertig. Ich danke dir. Kannst ruhig rankommen, Tobi. Wollte ich gar nicht. Ich weiß nicht. Wie, du wolltest nicht, stink ich? Ein bisschen. Ja, nur weil ich die Klamotten von gestern hab. Ah, ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Bin gleich wieder da. Thomas, kannst du mal gucken, ob wir schon wieder Muffins haben? Äh, schaue ich gleich nach, ja. Bauer mit Karte, 17 Dollar wären das. Mann, ich höre mir, mach ich heute mal bar. Ui. Ja, ich bin ein ganz großer Mann. Ich hab jetzt nämlich keinen Job. Äh, so nicht, dass ich da keine zurückmelde. Ich würde da nochmal eine Mail hinterher schreiben. Hier bitte, dann ist es für dich. Dankeschön, danke, das ist sehr nett. Ja, ich hab ähm, vorhin einen erfreulichen Anruf bekommen. Ja, was denn? Oder magst du's nicht noch nicht versagen? Hm, ich werde wahrscheinlich das LSPD verklagen. Wie jetzt? Ja, ich verklag die einfach. Warum? Wie, warum? Was denn? Weil die dann, weil die nicht auf dein Jobangebot, also auf deine Stellenanfrage reagieren oder wie? Naja, so ein bisschen Schadensersatz wäre dann bestimmt drin. Ich hab laufende Kosten, ich hab, ich muss essen, ich muss, ich hab dafür andere Jobs abgelehnt. Hast du wirklich? Naja, vielleicht. Also wenn die mich fragen, ja. Ach so, weil, hast du denn auch einen Anwalt? Ähm, ich hab mehreren geschrieben. Einer hat abgesagt, mit einem hab ich nachher einen Termin und die anderen melden sich noch. Ja, super. Ja, okay. Ja, dann wünsch ich dir viel Glück. Ich hoffe, dass das irgendwie durchgeht. Ich hoffe auch, ich brauche ein neues Auto. Ja, ich hab meins erst heute abgeholt und dann direkt zu LSC gebracht. Ah. Welches ist es denn jetzt geworden? Ähm, der Schwarze. Das ist ein schnittiges Auto. Der Schwarze? Nein, 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 nicht der Schwarze, der heißt Schwarzer. Der Hersteller ist, ähm, Benefaktor oder so nennt sich das und das Modell heißt Schwarzer. Ach so. Ich darf mir gerade hier laufen, hier fahren eine Menge Schwarze Autos rum. Ja, 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 nee, nee. Ja, musst du mir mal zeigen. Irgendwann. Ja, ich krieg das erst morgen quasi raus, weil die Felgen müssen sie erst drauf montieren. Der wird lackiert und so weiter. Oh, da machst du aber einiges mit, ne? Ja, jetzt sag ich mal so, ne, ich muss mich ein bisschen ranklotzen, dass ich wieder Geld kriege. Aber wir sind auch umgezogen, ähm, meine zwei Mitbewohner und ich. Hab ich heute erfahren. Und, äh, wir sind jetzt in die Hills auch gezogen und so, also, ja. Ach, du wohnst mit Mitbewohnern zusammen? Ja, mit zwei. Wir sind bei der Polizei. Hm. Bei der Polizei? Ja. Aber nicht der Kovacic, oder? Wer, wer ist gut? Ach, Kovacic ist das so, so ein Kapton oder so, ne? Ich hab heute erfahren, das ist wohl der Käpt'n. Ja, genau. Ja, das hat mir nämlich mein Kollege auch erzählt. Der war wohl mit dem auf Streife, aber ne, das ist der nicht. Ne, mit dem hab ich schon zweimal geredet. Okay. Ne, ich kenn den gar nicht. Ja, macht so eigentlich nen netten Eindruck. Okay. Ja, der ist doch gut. Ja. Passiert, ne, sag ich immer, passiert. Wo ist jetzt eigentlich die Maike hin? Naja. Naja. Ich weiß nicht, ihr Ex-Freund war irgendwie da. Ja, das hab ich auch gehört. Ich weiß nicht, wie die auseinander gegangen sind, aber wenn das nicht gut auseinander ging, wäre es vielleicht nicht so gut, wenn die beiden alleine sind. Ich denk, weil, die Maike ist auch verletzt, ne? Ja, ich glaub aber, dass das alles in Ordnung ist. Okay. Okay. Ja, die haben auch ganz normal miteinander geredet. Ja, der wirkte auch sehr nett eigentlich. Ja. Äh. Du, äh, Joe, du müsstest mal schauen. Ähm, mhm. Mhm. Du, du. Dass du mal ein Schlückchen so, 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 zum Beispiel so ein, wenn du ein Wasser trinkst, so ein Schlückchen Öl reinmachst, damit die Stimme ein bisschen geschmeidiger wird, weil, weil teilweise ähm 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 äh 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 ächst du so ein bisschen, weißt du? Okay. Ja. Ne? Also nur so, nur so ein Tipp. Also ich mach das immer so, wenn ich zum Beispiel morgens in der Früh so ein Wasser trink, dann mach ich so ein, zwei ähm ähm ganz kleine Tropfen so Öl rein. und dann ist die stimme butterweich den ganzen tag nicht war das direkt mal ja vielleicht versteht mich einfach keiner und lacht deswegen kann auch am teams begeben ich hab den salty chat nicht aktualisiert oder das neues geht es zu niedrig oder zu hoch ja ja hallo vielleicht das neues geht einfach echt zu hoch die haben mich nur angerufen ich wollte es so ich hoffe es ist besser ich glaube da hast du hast das richtige öl genommen ist nämlich glaube ich gerade bisschen schlimmer geworden schlimmer geworden ja ja das ist schlimmer geworden moment also schlimmer ist ja nicht gut ja sorry gerade eine wichtige mail gelesen alles gut ja wenn es schlimmer geworden ist ist ja nicht gut ja ne es ist also es ist schon wieder ein bisschen besser aber teilweise da kriegst du so ein bisschen nach ne irgendwie hm ich weiß nicht woran das liegt vielleicht ist es einfach meine stimme die kriegt einfach so von natur aus ja meinst du ja das kann gut sein aber dann öl die hin und wieder mal vielleicht geht das ja dann weg ja ja ich will jetzt auch niemanden die nerven geben mit meiner stimme ja nein quatsch so schlimm ist das nicht es ist halt nur manchmal ich weiß nicht warum aber manchmal manchmal kriegst du dann so rein tut das nicht im hals weh manchmal also keine halsschmerzen oder so also ab und zu schon ja ok mal schauen vielleicht gibt es ja irgendwo so einen doktor der dir da helfen kann hm mal schauen merkwürdig ja ja mir ist aber auch erst aufgefallen bei dir war das schon immer so nee ich glaube nicht habe ich vielleicht nur heute irgendwas ja mal gucken ähm so ich muss noch mal ganz kurz was im büro nachschauen ich bin sofort bei dir ja alles gut ja ja ne ich Das war's. jetzt habe ich schon zwei anwälte super toll kostet aber auch geld ne ach das zahlt dann das lsb die wir nicht verloren haben okay alles klar ja sie dürfen schon hierher kommen oh ein kunde ja kein problem moin connie gehen wir zum thomas der ist nett thomas ist super ja ja ich kenne ihn doch ja was darf ich dir bringen zehn bier die alle für dich schön wär's ja ich schaue mal ja ich mach das für die ganzen kollegen naja sag mal thomas meint gerade zu mir meine stimme kriegt ein bisschen findest du eigentlich nicht okay ansonsten einfach mal ein bisschen öl er hat auch gesagt ein bisschen öl ins wasser aber auch von mir heute gemeint dass meine krechts ach so vielleicht liegt es auch an seinen ohren nicht an unseren stimmen ja das kann auch sein was denn vielleicht solltest du mal deine füße putzen dass der dreck nachrutscht wenn wir bei dir krächzen ich glaube nicht dass das perfekt also meine ohren sind glaube ich ziemlich sauber und guck mal guck mal rein siehst du da was hallo hey das ist eine lüge ich putze da jeden tag ich putze das jeden tag also kommst du machst du am besten mal vorbei zu uns in die werkstatt dann hole ich mal den hochdruckreiniger und ja die druckluft das will ich sehen das ist unfair das ist gemein ich krieg bitte 150 dollar von die ne doch 150 ich kriege ja machst du 200 machst du mit karte das ist ja voll ungesund naja da drückst du nur den dreck rein alles klar perfekt ne ne ich mach das ich habe da so ne ohr dusche nennt sich das poa dusche nein ohr nicht po was was redet ihr da du hast zwar po dusche gesagt nein habe ich nicht das habe ich aber auch verstanden ja nein eine ohr dusche also wie gesagt wir haben bei uns auch einen hochdruckreiniger und ein bisschen druckluft geil eigentlich reicht ja der hochdruckreiniger aus ja druckluft zum nachputzen da ist ja zum trocken also konny wenn ihr das macht ruf mich an hochdruckreiniger erholen er ist wieder bei der produkte wasser rein und dann drücken wir mal durch schön haben noch ja die reichen dass ich ja dann noch oder so ja mal kosten feierabend lang machen wir jetzt auch nicht mehr weil wir haben irgendwie gerade tote hose ja wir haben eigentlich gar nicht mehr offen ist da wieder die anrufe und jetzt ist es meistens irgendwie haben wir gestern schon gemerkt ist aber konny ist ja aufgefallen wir gestern vorgestern und heute nicht bei euch war ja du das hat mich das hat uns ein bisschen geschockt ich bin jetzt drei tage unfallfrei gerade also jetzt war jetzt okay thomas ich nehme alles zurück ja hast du gehört hast du gehört wie auf einmal krächt ich würde dir echt immer empfehlen deine stimme zu ölen ja habe ich am besten geht es mit einem whisky oder mit einem mit einem bier mit einem wasser und so zwei kleine ströpfchen öl rein dann ist das wunderbar habe ich so so ein engels stimme was bitte nicht meine brillen gläser sind noch nicht versichert hallo engels stimme ja engels stimme hast nicht gehört ich mag noch mal ich gehe dann mal meine stimme öl ja ich werde mal eben das wollte ich jetzt noch insalien Vielen Dank. 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 Was mit mir? Ganz schnell. Der ist mein Liebling. Ich mag gar nicht mehr reden. Die stehen direkt vor... So... Und ich... ... ... Ich habe da nichts... Ich... Ja... ... ... ... Dann... ... 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 kurz folgen sich vorne an die wand stellen klar haben sie etwas spitzes dabei an dem ich verletzen könnte wenn ich sie durchsuche alles klar dann wünsche ich einen abend noch danke sehr tschuldigung alles gut ballonsohn ich bin mir sicher dass man die maß an qualität Ich denke, das soll gereichen. Dann kommen wir mal mit. Jawohl. Sind die alle gleichgerüstet bei Ihnen? Oder gibt es da jemanden, der der Wortschieber ist? Ist das der Mensch daneben Ihnen sitzt? Guten Tag. Warum sind denn heute so hohe Sicherheitsstandards? Ja, so ist. Irgendwelche Gefäßchen und Spissen Gegenstände bei sich? Ne, ich wurde draußen schon durchsucht. Ja, das ist richtig. Wir machen das aber mal doppelt. Okay. Sicher. Dann viel Spaß. Danke sehr. Fühlen Sie sich bitte einfach alle inkludiert und angesprochen dabei. Ich werde meine Kommunikation allerdings an Mr. DeCatalano richten. So, dass wir hier zum offiziellen Teil jetzt weit kommen können. Und wir fahren. Und ich denke, das ist alles gut. Und wir kommen, hierher drüben. Also, wenn das jetzt geht. Dann gerne etwas Lichter ist. Und wir kommen jetzt wieder. Und wir kommen, hierher drüben, wir kommen, hierher drüben, Und wir kommen, hierher drüben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich werde Sie bitten, Ihre Telefone in den Flugmodus zu setzen. Ich weise Sie direkt darauf hin, für den Fall, dass wir hier unterbrechen sollten später. Jeder, der diese Zahl verlässt, muss er wieder betreten sein. Dann muss er wirklich nicht sein. Ich werde keinerlei weitere Verzöge in dieses Prozesses einplanen. Das heißt, wir werden vertragen und die Hälfte von Ihnen ist noch draußen, weil Sie noch einen Sprung trinkt. Oder drauf, telefoniert oder auf Kulette muss. Die werden dann Teile des Prozesses verpassen. Das nur für Ihre Abendplan. Sie können Platz nehmen. Ich eröffne hiermit das Strafverfahren. Startschirm an der ersten Regenhaar Nakamura, basiert auf der Verletzung 589-0. Ich stelle fest, dass der Beschuldigte des Strafverfahrens, Mr. Nakamura, hier mit Anleitung der Vertretung erschienen ist. Mr. Nakamura hat hier ein größeres Team dabei. Der Herr rechts neben mir ist Mr. Antonov, Mr. Kondet, das Richteramt. Anderen Anwesenden. Das wird sich schon drum kümmern. Das ist doch egal, wo die Kohle herkommt. Was denn? 10.000. Da sind zu viele Leute. Und hier hat auch einen scheiß Platz. Hm. Das ist doch egal, wo die Kohle herkommt. Das ist doch egal, wo die Kohle herkommt. Das ist doch egal, wo die Kohle herkommt. Das ist doch egal, wo die Kohle johliberg zu verueden. Das ist doch egal, wo die Kohle herkommt. Okay Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ja, ja. 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 Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ich bin ehrlich gesagt, ich bin so müde, ich will jetzt pennen gehen, aber ich will nachher noch mit den Anwälten quatschen. Achso, bevor du es versuchst, ich werde morgen wahrscheinlich wieder so einen Chill-Tag machen und nicht aus dem Haus gehen. Joa, macht ja nichts. Wiss ich schon mal Bescheid. Achso, es kommt jetzt mit den Anwälten irgendwas raus, dass ich morgen einen Termin mit denen habe. Aber ich glaube, ich habe den Kovacic beim Gericht gesehen. Ach ja, war nicht. Also es gibt keinen Bock, dir da so hart durchsuchen zu lassen, oder was? Nee, der saß im Gericht, also als Zuschauer. Und du warst schon drin und bist wieder raus, ja? Ja. Ich habe einen richtigen Scheißplatz bekommen. Ich saß ganz hinten, ich habe nichts verstanden. Ja, das ist natürlich scheiße. Alle anderen Plätze waren belegt, dann habe ich gedacht, nee, dann gehe ich wieder. Ich wollte mich jetzt auch nicht in Gang setzen, weißt du? So wie Karl. Einfach Kommentar geschrieben, Alter. Wo hast du einen Kommentar geschrieben? Auf der Kuhstiffigseite habe ich schon wieder einen löscht. Im Löschen bin ich immer schnell. Der schnellste. Ach, das kotzt mich an. Ich habe kein Glück, ne? Äh, so. So, Post ist draußen. Das ist noch ein schnelles Handy an. Inpacken, bevor Lena wieder auf der Leitstelle anruft. Ja, ich bin gut. Ah, frusche Checks. Ich dachte, das war jetzt so offensichtlich, dass du das merkst. Ich habe ja nicht in dein Ende gekriegt. Aber das hast du sehr gut gemacht. Ja, danke. Ach, mir ist das total... Ja, aber das heißt Latte, so. Ich quatsch, ganz normal mit den Leuten. Ganz normale Umgangsform. Naja, ist doch nur auf eine Art. Man sieht den Leuten ja schon an, sag ich mal, wie man die ansprechen kann. Den meisten zumindest. Bei den einen muss ich ein bisschen förmlicher sein, bei den anderen ist das total scheiße. Und wieder andere sind Bullenschweine. Ja, und wieder andere sind Bullenschweine. Nee, gar nicht. Mittlerweile so ein Hass auf die, ne? Die lassen gutes Geld hier. Ich bringe ihnen heute Abend auch wieder eine Ladung Kaffee vorbei. Nee, das lohnt sich auch. Die sind ja direkt in die Ecke. Ja, was heißt ein Lohn. Also, wenn ich das bezahle, lohnt sie das nicht. Ach so, aber wie... Du bringst ihnen auf deine eigenen Kosten Kaffee vorbei? Na klar. Du hast echt so viel Geld, oder? Hast du nicht gesehen, wie viele Cops heute schon hier gewesen sind? Zwei. Das waren jetzt die, die du gesehen hast. Über den Tag waren heute schon ein Haufen hier. Vier? Nee. Zehn oder so. Ab wann ist ein Haufen mein Haufen? Wenn sie eine Glühbirne auswechseln kann. Wie viele Cops brauchst du, um eine Glühbirne auszuwechseln? Nee, aber das ist eigentlich immer ganz gute Werbung, so wie es. Ich sag mal, das sind jetzt ein paar Meter, also da lofe ich fünf Minuten zu Fuß jetzt hin, wenn ich entspannt lofe. Dann habe ich den jetzt... Ja, eigentlich war ich leicht noch im Rausch gewesen, so habe ich eine Palette Kaffee fertig gemacht und ein bisschen was Süßes und habe denen das vorbeigebracht um ein Uhr morgens. Um ein Uhr morgens schlafe ich schon tief und fest. Ach, da waren noch richtig viele Leute im PD gewesen. Nee, da standen an der Theke allein schon vier. Und die haben sie gedacht so, boah, da kommt ein Jahrzehner in eurem Haufen um ein Uhr morgens und die kommen so an, schön guten Abend. Schön guten Abend. Ich habe hier eine Palette Kaffee für euch. Geht auf Kosten vom Crucial Fix. Boah, danke, sagen sie. Geil. Erst mal Kaffee umsonst gekriegt. Man muss sie beliebt machen, wisst? Wenn ich das jetzt das Öfteren mal mache, also muss man ja nie Theke machen, aber weiß ich nicht, das Spiel dreimal oder so eine Woche vielleicht, dann merken die sie mal in die Sicht. Und wenn ich dann irgendwann mal an der Verkehrskontrolle bin, ich sage es dir. Na, ich glaube das noch nicht. Das sind Pluspunkte. Glaube ich noch nicht. Ach doch. Ach, ich bin eh Teil der gesetzes Treubürger eigentlich. Das einzige Illegale, was ich mache, ist ab und an ein bisschen Grasbrochen. Das habe ich nicht gehört. Aber das neben dir hier echt nicht? Oder wolltest du das nicht hören? Äh, wollte ich nicht hören. Aber das neben dir hier scheinbar nicht so eng auf der Insel. Okay. Ja, ich habe bis jetzt drei Leute nach Gras gefragt, wo ich mir ganz viel vorstellen konnte, sodass die eventuell auch ab und an mal inrufen und jeder von denen hat mir dann immer gleich einen Joint zugesteckt. Ich habe auch irgendwas gesehen, als ich nach Anwälten geguckt habe, dass der Unger irgendeinen Antrag auf Legalisierung gestellt hat. Echt? Mhm. Also ich wollte dir noch vorlesen, was mir der Moor geschrieben hat, ne? Lese mal lieber vor, was dir der Unger geschrieben hat. Oder ist der gerade vor Gericht? Der Unger ist gerade vor Gericht. Der hat nur geschrieben, er ruft mich an. Ne, der Unger hat geschrieben, sehr geehrter Herr Keller, rufen Sie mich gerne später an, ich rufe Sie zurück. Heute bin ich allerdings auf einer Verhandlung, ich versuche Sie aber später zu kontaktieren. Ja, also, da würde ich dann auch eventuell eventuell den Typen mal was fragen danach. Ähm, und mit Redfield habe ich telefoniert. Ob es irgendwie eine Petition oder so was dafür gibt, wo man sie innen tragen kann. Ja. Und Moor hat geschrieben, Hallo Herr Keller, natürlich könnte man rein theoretisch gegen alles klagen, allerdings ist eine Klage in diesem Fall nicht zielführend. Das Gericht würde eine Klage, die nur aufgrund einer Empfindlichkeit erstellt wurde. Das klingt so, als ob der mir, keine Ahnung, Mimimi unterwirft. Das ist ja auch eine Empfindlichkeit. Du hast einfach keinen Druck gemacht, so. Ich war sechsmal da. Ja, du warst sechsmal zur falschen Zeit da. Ich war, ich habe sogar schon mit Kovacic, diese sechsmal, von diesen sechsmal habe ich zweimal mit Kovacic geredet und er meinte, ja, ich rufe Sie an, auf jeden Fall bis Freitag. Hm. Und haben Sie dir denn schon offiziell abgesagt? Nee. Als was hast du dich da denn beworben? Sekretär. Ach, als Sekretär. Wie wird der Moor dann weiter noch geschrieben? Als Sekretär? Natürlich ist es sehr ärgerlich, dass das PD sich nicht mehr bei Ihnen meldet. Allerdings ist dies kein Klagegrund. Besonders nicht, wenn man Schadensersatzgeld machen möchte. Mit freundlichen Grüßen Moor. Scheinbar konntest du dir einfach nicht von dir überzeugen, wie das aussieht. Ach, das sind alles Schwachköpfe, ein Sauhaufen, unorganisierter. Ja, oder du fragst einfach nochmal ganz unverbindlich nett an, dass du jetzt schon seit über zwei Wochen? Ja, fast. Dass du seit fast zwei Wochen auf eine Antwort wartest und es sich doch sehr freuen würde, wenn Herr Kovacic, Herr Kovacic, oder wie auch immer, sich dazu mal äußern könnte. Sowohl positiv als auch negativ. Hallo? hallo? Na klar, das gleiche, das gleiche wollte ich dich eigentlich auch fragen. Äh, nee, ich verdränge dir doch mal. Ey, es hat ein Lappen, jetzt lässt er mir schon wieder vor die Frauen schlecht dastehen, der Thomas, alter. Ja, genau so sieht es dem mal näher aus. Alter, der ist wieder. Ja, okay. Ach, lauer doch, nee, alter. Alter. Eine Wanderung. Wo wird denn da hingewandert? Ey, scheiße, wie es mir gerade mal aufgefallen ist. Ja, ich nehme mir denke ich mal ein Taxi, da sollte ja noch hinterreichbar sein, mit um, wann 22, 22.15 Uhr, 15 oder? Ja, wir treffen uns doch bestimmt eh bei der Happy Farben, dann oben oder nicht. Nee, gut, ich werde denn auf alle Fälle ein bisschen früher vorbeikommen. Ich sag mal, hier geht wirklich gar nichts ab, weil... Ja, die sind, ja, weil die halt noch den Unfalltypen da erwartet. Das hat sie mir auch gesagt, das Problem ist nur, die sind hier alle, also mir kommt jetzt so vor, als ob alle aus der Stadt gerade im Gericht sitzen. Ja, zur Not, zur Not ist mir der, also dann mache ich um 21.50 Uhr hier Feierabend, ruf mir ein Taxi und dann Abfahrt. Alles klar. Scheiße, ey. Bis hat er die ganze Zeit gelabert hat? Einer für eine Scheiße. Nee, was denn? Ich wollte ihn die ganze Zeit schon fragen, ob er mir Katar ihre, ihre Nummer geben kann, aber ich hoffe, die ganze Zeit verdrängt. Mhm. Und jetzt, äh, hat sie ihn gefragt, ob er, ihr meine Nummer geben kann. Und dann sage ich, na klar, ich wollte die auch schon die ganze Zeit fragen. Und er so, hm, warum hast du das nicht gemacht? Bist du etwa zu schüchtern? Ach so, Tobi, bist du schüchtern, deshalb also. Aha. Ist halt ein Gauner. Und so entstehen Gerüchte. Wenn sie mir jetzt schreibt, ruf ich erst mal gleich an und klär das aus. Da kannst du von ausgehen. Na, Moment, ist noch jemand da, hier im Kükenzisch? Ja, na klar, ich komme sofort rein. Ach so, sie sind hier, also wunderbar. Hallo, hier? Ja. 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 Vielen Dank. Scheiß Kops. Ach ja. Ja, ist ein bisschen blöd gelaufen, glaube ich. Auch mit der PD und... Ja. Was? Wie gesagt, alles doof, 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 doof gelaufen. Ja. 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 Verkehrskontrolle Josie das nicht So, dann zuerst mal dein Eiszeh, den stell ich dir mal hier rufen So, ich glaub der Tobi, der macht auch richtig geiles EP Also was ich bisher so, ne, ich stell das immer rufen und die so Also ich find den Tobi, der ist auch echt gut Oh, ich schmecke und lecker Ja, da sind wir genau bei 92 Dollar Zeit zu bauen, dann machen wir das mit Karte Also Tobi und Thomas, ich find die echt klasse Deswegen häng ich auch die ganze Zeit im Kuhcheffix rum Weil die Leute, die hier spielen echt super sind Danke Ach danke dir Wär durch so, Kontrolle ist besser Digga Jetzt zieh dir nochmal nach Alles klar wunderbar, ich danke dir, lass es dir schmecken Danke 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 Dank Danke so hat sich gelohnt 30 dollar trinkt oder so ordentlich so erstmal nachzählen viele kleine scheine oder was ja ja haufen dollar scheine jetzt weil wir die taxifahrer sind ja die kriegen immer so ein dollar trinkgeld äußern dann geht es nachher aus hinter dir halt polizisten typ mann scheiß auf die 35 dollar halt ich schreibe immer gar nicht alles auf hier ja dann her damit das sind ja höchstens 35 dollar die wieder überwiesen kriegen müsste weil ich gerne noch ein bisschen was die kauft ab vorhin aber scheiß drauf weiter sowie hier so wie der andere kollege von uns selbst mit mich losgefahren ist in dieser besprechung von dieser acht stunden am stück gearbeitet und so das ist total unnötig soll das ist eigentlich schädlicher für den laden als alles andere so ist ja wenn nichts los ist ja das einfach nur gut für das eigene portemonnaie wenn es los ist so würde ich auch nicht auf die idee kommen zu arbeiten theoretisch würde ich mich jetzt auch hier privat hinsetzen so und hat mir die zeit gar nicht aufgeschrieben malke die drängt den immer schon dazu im dienst zu gehen wir haben wir auch letztens für die nacht wo wir hier einfach so privat gewesen sind hat die mir einfach 200 dollar überwiesen so wo ich auch gesagt habe so brauchst du nicht wir waren hier einfach privat gewesen so wenn dann noch mal 1000 dollar oder über 1000 dollar umsatz zusammenkommen dann ist das nun mal so damals jetzt gestern wurde die privat party gemacht hast du da schon zwei tage her gestern haben wir ja anders gemacht großartig weiter außer dass ich mir gestern rüber aufgeregt hab da meine rolle klaut wurde aber das ist ja schon wieder stehe von gestern hast du hier mittlerweile abgeholt ich habe mich noch mittlerweile wieder das hat es gekostet hat S Renner denn musste fassen stunde für arbeitslos sein dank yva der hat den abschneiden chris oder chris genau chris hat den abschneiden lassen der chris wieder ja ich hab hier so viele namen in den letzten vier wochen gehört okay was heißt die letzten vier wochen am dienstag sind jetzt zwei wochen und den letzten eineinhalb sag ich mal ja dienstag ist bei mir auch zwei wochen schwierig da den überblick zu behalten manchmal schon wieder kopf sind die dazu fahren ja das department so dann nutzen war dort gleich mal den kunst der stunden aus kannst ja kurz mit drin kommen wie es fertig mache jetzt aber deine hose an oder was du hältst aber deine hose an jetzt ja ok gut wie viele kopf stehen da bei denen vier oder fünf meine augen sind nicht mehr die besten ich glaub vier ach du machst jetzt kaffee oder was klar doch ja läuft bei dir genau du bist zu spät warum sind die gerade abgezogen oder was ne aber es sieht so aus als ob sie gleich abziehen ach du scheiße ich bin doch nicht fertig schneller gießen drei vier fünf aber du musst ja irgendwas los sein wenn die gleich verstärkungen rufen ne keine sorge du brauchst jetzt eigentlich nicht unbedingt hinterher dackeln sonst denken die nur da kommt schon wieder zwei typen an die neugierig sind frage mal was mit meiner bewerbung ist jetzt läuft der da rüber mit dem ach tobi ey wenn ich ihn jetzt anrufe wird ihm alles runter aber ich weiß nicht jetzt steht er sich dann und wartet jetzt lassen die ihn da stehen oder was ja gut gelaufen haben sie dich eiskalt stehen lassen du bist aber auch nicht energisch genug auf sie zugelaufen stand da in der gruppe haben sie gerade unterhalten vergisst ja davon aus damit gerade um den fall gegen so längste ach scheiß ruf bist du mal so freundlich und nicht hin so willst ja nicht dass die denken du belauscht die richtung auf immer lösen die ihren verschissenen kreis auf und steigen innerhalb von vier oder fünf sekunden ihre scheiß autos anstatt mal zu dem typen hinzugehen der fünf meter von denen so entfernt steht vielleicht hätte ich den auch erzählen wollen hat hier vorne gab ihn abgestochen wurde ich glaubte mit so anders reagiert nachher ist übrigens irgendeine komische wanderung oder so ja also ja die ist aber ich kann wahrscheinlich nicht teilnehmen weil ich werde mit den anwälten quatschen dann pennen gehen ich habe nicht mal wanderschuhe doch ich habe so eine acker boots sag ich mal dazu hinterlands oder so was heißen sie sie sind boots habe ich auch noch ich will die nicht dreckig machen ja meine sind so grau schwarz da sieht man nicht mehr so schuhe putzen ist so easy einfach kurz in der waschmaschine rein die feuert und dann ist ihr ganz ehrlich so eine schuhbeutel ne echt ne ne gibt es so eine stoffbeutel da packst deine schuhe rein so damit die nicht kaputt gehen beim waschen in der waschmaschine warum sollten die denn kaputt gehen naja wenn da irgendwie einen faden aufreißt oder irgendwo an der seite hängen bleibt und dadurch kaputt geht aber das kann damit dann damit t-shirts auch passieren und die war ich auch nicht in beutel ja aber schuhe ist ja nicht nur meist aus stoff so dass der oftmals sage ich mal irgendwelche sag ich mal lederstücke ran gemacht oder wie sagt niemand also mir ist schon das eine oder andere paar schuhe im arsch ja durch waschen oder wenn du nur sinne kann so bestimmt durch seine laufschuhe so die meistens nur sind netz vorne haben so damit auch die luft durchkommt wenn du sowas in der waschmaschine packst du da kriegst du vorne ganz schnell löcher drin so Ich würde überlegen in den Sitzstreik zu gehen. Setz mich einfach so vors PD, dass keiner mehr reinkommen kann. Oh! Brennt Raketes Kiosk wieder? Nee, sonst wäre er abgebunden. Scheinbar brennt es woanders. Wo irgendein Meth-Labor oder so hat explodiert. Sind sie eigentlich neu, diese Burning Account? Ich weiß nicht, die gab es auf jeden Fall schon als ich da war. Aber die haben halt eine neue V-Cloud-Seite. Also die Cloud-Seite habe ich noch nicht gesehen. Ich habe gesagt, ich schnappe mir die Dings und dann Abfahrt. Jetzt zahlt sie mir 800 Dollar. Und ich habe ihn genommen. Ja, 160. Hm. Aber vielleicht kommt der neue Hand mit 20 Zieggarten oder so. Kassenbücher, Lohnbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung. Ah ja. Ja, Clubbuchhaltung ist der schwierig. Oh. Schon ein bisschen andere von Buchhaltung. Heute war der erste Hilfengroß. Ja, freu nicht. Mhm, mhm. Hier. Jetzt kein Problem. Das muss ich gar nicht sagen. Ich bin mir nicht immer noch nicht. Ich bin unbehandelt. Two, one. Và du kannst mich gegenseitig sein. Ich bin nicht mehr in einem anderen fitteden Jahr zu machen. So, ich bin kein Problem von der neue Hilder spine. Wo sind die eigentlich? Sieếc nicht? Alter, Jutta, du sagst du mir? Du hättest miriyi-Diener gesagt. Das ist ein Musikvideo oder sowas. Oh, ja. Ja, gönn dir das, das ist super. Von Mr. Revenant, aus dem Weg, Geringverdiener. Wo ist denn das? Er muss auf die Seite gehen und dann zurück, den Freista. und Minorstieg wegen Hines. Das ist wahrscheinlich ein lassher dieses titel und das alte还有 unten im schauen zu dir, Innerhalb f Ik util communiki. Vielen Dank. 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 Cash, Cash. Vielen Dank. 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 Ja. ... 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 Oh der Herd so drüben bewegt sich jetzt mal Vielleicht hat er auch vergessen wie das laufen geht Und nach einer Stunde ist er ihm wieder eingefallen Das hättest du sehen wie sie konnte, da stand er wirklich bestimmt eine Stunde und hat sich nicht bewegt Ja warum nicht? Der hat sich nicht mal geratzt Jeder braucht sein Hobby Ja, kennt er diese Typen die immer in der Großstädte rumstehen, sich grau anmalen und den ganzen Tag sie nicht bewegen? Ja Der Club, das wäre ja ein Job für den Typen Boah scheiße ey, die haben mir vorhin gar nicht gesagt wie es dem Transporter hinten aussieht In welchen Transporter? In dem haben wir doch vorher repariert Ja, in dem den er repariert hab's Ist das euer Transporter? Was ist denn da überhaupt passiert? Da war ja einiges dran Ähm Joa Also wenn du willst, kann er hier jetzt genau zeigen, was passiert ist Hier ist ja grad eh nicht so viel los, kommt für jeden mal ne Runde spazieren Das würde mich jetzt echt wundern, weil das, also das Schadensbild, das war ja echt, also Respekt Äh, war das mit dem, mit Maike? Ja genau Weil sie erzählt, nur von der erzählt irgendwie 140 What? Na ich hab ja schon ein paar genauere Informationen, ich krieg wieder abgelaufen ist Also jetzt wohl direkt zugegeben, weil es wohl auch ihre Schuld war? Ja, aber so wie sie es schon gesagt hat, so, da werden eigentlich, werden da beide Schuld dran gewesen sein, aber sie ist wieder zu gutmütig Ach Und das ist der Schadensgegner? Theoretisch, ja das ist das Problem, der Schadensgegner, der will hier vorbeikommen und sich bei mir melden und ich soll die Daten von ihm aufnehmen War das vielleicht der Vincent? Ich hab das Gefühl, ich hab das Gefühl, damit hier heute gar keiner mehr vorbeikommt und die Daten bei mir da lassen wird Wie hab ich da ne komische Vorahnung, ich weiß nicht Hast du das Schadensfahrzeug gesehen, das gegnerische? Ne Soll irgendein SUV oder sowas gewesen sein Ja ok, ne, dann ist es jemand anderes Ach, Maika hat ja selbst gesagt, sie bezahlt ihm die Rechnung, weil ich hab gesagt, ja, warten wir erstmal ab Erstmal gucken, was der Typ mir erzählt Wie teuer seine Rechnung gewesen ist und dann entscheide ich das Der Gegner hätte sich einfach mehr ohne als Anwalt nehmen müssen Ja, keine Ahnung, ich hab mir bis jetzt noch zu wenig Gerichtsverhandlungen angeguckt So, ich weiß noch nicht, welche Meinung ich von den Anwälten hier auf der Insel haben kann Also die von dem Unger, die hat mich echt bestätigt Mit dem Unger hab ich nachher auch einen Termin Also der ist gut, oder was? Äh Äh Also ist der Scheiße Ja, hm Der ist speziell Scheiße Also ich hab jetzt nur Ich glaub einen 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 Also eine Verhandlung mit ihm gesehen, aber die hat mir schon gereicht Naja, vertritt scheinbar immer die ganzen Kriminellen, ne? Oh Gott Aber du wirst ja, mit denen machst du am meisten Geld Das heißt, wenn der mich vertritt, dann bin ich auch kriminell So, pass auf Und zwar Kam Maike von da hinten an gerauscht Entspannt Ja, klar Ja Ja, dann kam aus der Richtung einer an Ja, keine Ahnung, der wird auch seine 90 drauf gehabt haben Und im Endeffekt Hat Maike mit dem Transporter hinten hier hinten in der Wand drin geklebt Was? Ja Ja, also die ist eh mal hier über der kompletten Kreuzung geschleudert worden Ja, dann wundert mich auch gar nichts, hey Das klang ja nicht so geil Der Aufprall gewesen Und der muss irgendwie in so einem Winkel drin geknallt sein, damit die mit der Karre da hinten gegen geknallt ist gegen die Beude Ja, sagt man es mal so Ihr habt ja fast einen neuen Transporter jetzt bekommen Ja Der ist ja Ich weiß nicht Vorne war zwar auch alles abgewiesen, aber ich glaube der Hauptaufprall war ja Ja, setzt ihr dann hier mit der neue Straße Der Hauptaufprall war ja glaube ich in der Seite gewesen Ja genau, die Fahrerseite Die Fahrerseite, die haben wir komplett ausgedengelt Die muss ich hier immer komplett gedreht haben und dann mit einem Schwung dagegen Ach du Scheiße Die Front ist eigentlich komplett neu Motorhaube neu Frontschutze neu Scheinwerfer neu Ja, durch Guck, dass ihr nichts passiert ist Oh Gott Ich hab das Termine, ey Ich bin fest davon ausgegangen, damit die heute nicht mehr kommt Nach so einem Unfall So, ich wär bestimmt nicht mehr zur Arbeit gekommen Ich hab mich schön zu Hause Sie kam von rechts und der andere von links so gesehen Sie ist gerade ausgefahren und der andere kam von rechts Von rechts? Ja gut, dann ist sie schuld Theoretisch sind beide schuld, weil du dann so ne Kreuzung verdammt nochmal einfach mal stoppen solltest Ja das natürlich auch Vor allen Dingen hier am Stadtpark Ja vor allem fährt man, also ich fahr persönlich an Kreuzung immer langsam ran, weil du nie weißt, was jetzt von der anderen Seite kommt Ich fahr auch immer langsam ran, immer einen Blick nach rechts Ja gut, du mit deinem Roller Du bist immer der Verlierer bei dem Autounfall Genau so sieht das eben leer aus Und da hab ich kein Interesse dran Da bringt dir auch kein Helm was Ja gut Sag doch mal nicht Ja gut Wenn du Glück hast, dann hast du Glück Aber das liegt dann glaube ich nicht am Helm Nein Was denn das für ne Weisheit Wenn du Glück hast, hast du Glück Ja und wenn du Pech hast, hast du Pech Ja Weisheit des Tages Ja 21.02.2021 Wenn du Glück hast, hast du Glück Gutes Tattoo Motiv Scheiße ey Erstmal wie ne Post raushauen Aber auch mal lieber hier Account wechseln ne Ja Ja nicht, dass du wieder beim Q-Fix postest Das wär, das wär übel Oder statt nem Post wieder ein äh Was weiß ich Einen Kommentar raushaust Jo Blöd Ach Leute Hat jemand von euch die Ahnung, was oben im Norden Die Äh Wem die Das äh Ja Genau Die Happy Farm Die Sprache ist schwer Äh Ne Da gibt's ein Ein Autohändler Im Norden? Ja Der verkauft hauptsächlich so Muscle Cars Irgendwie von so ner Werkstatt Weis ich nicht Ey, ich guck da schon die ganze Zeit Ich weiß nicht wem das gehört Der hat ein geiles Auto drin, das ich eigentlich mehr holen will Das gehört mir Mhm Hehehe Du willst mal nen Job Ey, 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 ich brauch keinen Job Wenn ich mir das einklage, dann mach ich mein geeignetes Ding Sag du gehst da mit Miese raus aus der Sache Das vermute ich auch Ach, weniger als nur dollar kann man gar nicht haben Das hab ich dir gestern schon erzählt, oder? Damit ich das so sehe Du willst gegen das PD klagen, hallo? Ja, warum denn nicht? Und dann will schon Unger noch mit dazu fragen, hallo? Ja, vielleicht nicht Unger Also ich hab mit Unger auch ein Gespräch Aber ich glaub ich geh eher zu Redfield Hab ich doch der letzte Mal irgendwas gelesen, ach Anwalt Oh, wie hieß der nochmal? Wenn zum Mohr in Mohr? Ja, ja genau Der hat abgelenkt Der hat jetzt schon abgesagt, weil das ein scheinbar guter Anwalt ist Der sieht aber voll schon sagen, also wenn der Anwalt ist ab, sagt Also wenn der Anwalt ist ab, sagt Aber wirklich Das ist das Gefühl, ich nehme mich hier nicht ernst Ne, das ist wirklich recht Wenn du gegen das PD klagen willst, dann nein Sag doch nicht, dass ich kriegen die klagen will, wenn da grad zwei Polizisten reingehen Ja, eben deswegen Die haben das, äh, sobald die aus der Tür rauskommen, haben die das eh wieder vergessen Ja, weil die dumme Stroh sind Ich hab gestern über zwei Meilen eine Verfolgungsjagd wohl gehabt mit Bullen Und die haben mich erst dann angehalten, als ich angehalten hab Sag mal, was hat das eigentlich gekostet? Die 150 Dollar 450? Ja Ich hab auch gedacht, hab jetzt nicht mein Führerschein Ich hab gestern mein Führerschein gemacht und ich hab gedacht, ich bin jetzt schon wieder los Bin ich für den 450 Dollar weggekommen Also ich hab, äh, als sie mich angehalten haben, haben sie es bei einer Verwarnung gelassen Naja, wie schnell warst du da unterwegs? Mh, 100 vielleicht Ja, siehste, ich war in der Innenstadt mit über 180 Ja, die meinten auch, ich, ähm, die haben mich vor allem angehalten, weil ich sehr unsicheres Fahren hatte Mh, kann ich mir bei dir überhaupt nicht vorstellen Ey, ich fahr seit einer Woche Auto, lass mich Was soll man die Sirene jetzt ausmachen hier? Boah, wie immer so Flashbacks, hä? Von gestern oder was? Mhm Kannst ja gar keine Flashbacks haben, du hast die gar nicht gehört Aber, die hat es dazu noch, aber ich frag mich halt auch echt, das Auto von mir, das ist komplett ungetunt Ich hab da noch ein bisschen Optik gemacht und ich bin den Bullen weggefahren Da will ich nicht wissen, was die Karte überhaupt da in die Tür packt Zwei km mehr Weil Hm Vielleicht doch drei Bei 212 Berger Was zur Hölle Die soll mal die Sirene ausmachen? Mal schlag in die Karre ein Ich weiß nicht was Ich weiß nicht, was mit mir los ist Ich bin heute ein bisschen aggressiv Was denn das für ein Wohnwagen? Was denn das für ein Leben schon mal hinter der Folge? Der vertickt habe ich im Drogen Ich mag verzeigen Und frage ich nochmal Also wenn da jetzt ein äh ein Chemielehrer drin hockt und irgendein Strafsträfling Sorry, muss ich nochmal so eine Nummer anrufen So eine Nummer? Hm Ich hab mich gestern versucht anzurufen, weil ich hab keine Ahnung Wer das jetzt ist Wir sind hier heute schon wieder los, ey Was zur Schau mal Also Ja, der bekommt also das Wort Sonntagsfahrer echt noch wieder was ganz anderes, ey Hm Und das auf dem Sonntag Oh Wie fandst du eigentlich meinen Witz gestern? Wie fand dein Witz? Gestern Ich poste jeden Tag einen Witz Der heute, muss zugeben, der heute ist ein bisschen schlechter Ich folg dir zwar, aber ich hab dich nicht gelesen, ey Ja, das Folgen bringt irgendwie nicht so richtig was Was ist schwarz und hängt an, der hat dir ein schlechter Elektriker Ja, der ist von heute, der war nicht so gut Der von gestern war besser Weil der Weil der Gestern fast ein Transunternehmen engagiert Weil meine Witze nicht mehr gut ankommen Das ist tatsächlich eine wahre Geschichte Ich stand vor dem PD rum Bei Sianas Wagen Der Foodtruck Und dann kam so einer, er meinte ja Er macht Transportunternehmen hier auf Und befragt Gewerbe, was die so brauchen Und er meinte ich, ich könnte dich gebrauchen Meine Witze kommen nicht immer gut an Hat er lustig Hi Michael Hi Alles gut? Alles gut So war doch alles super Das freut mich Also jetzt muss ich sagen, ich hab recht ne geile Haarfarbe Die Haarfarbe ist echt super Boah Hi Sibi Das ist echt krass hier Wollte sich demnächst mal fragen, was das Motor Tuning kostet Du sitzt an der Quelle Ah ne, ihr macht das ja nicht Ne, wir machen kein Tuning, wir reparieren nur Ja, ich vergesse das immer Für mich ist Werkstatt gleich Werkstatt Ich hab jetzt keine Ahnung von Autos Aber wenn du mir hier schon lange ein Jobangebot gemacht Also wenn du mir günstig einen Streiter besorgen kannst, bin ich dabei Einen Streiter? Mhm Ich kann dir einen günstigen Streit geben Sag mal Oh ne, so, 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 so direkt nicht jetzt nur Was ein Stillgreif, kann ich jetzt nicht Wie, erst sagst du, du kannst mir günstigen Streit geben und dann doch nicht Komm mal her Ich hab gesagt, ich bin heute ein bisschen aggressiv drauf Irgendwie schlecht Ich hab heute drei Achsen ausgebaut Alleine Und was soll mir das jetzt sagen? Die Dinger sind schwer Ich hab heute keine Kraft mehr Ich bin irgendwie auch Ich weiß nicht Ich glaub ich bin heute einfach mit falschem Fuß aufgestanden Im Rechten statt im Linken Ne, sonst steige ich immer mit beiden gleichzeitig aus Na, ich roll meistens raus Von deinem Futon Warum Futon? Ich hab ein richtiges Bett Hast du auch kein Futon? Nein Nein Ich hätte mal Bock auf einen Futon zu schlafen Das soll richtig gesund sein Na, ich weiß nicht Aber zur Zeit schlafe ich irgendwie auf der Couch ein bei meinem dicken Fernseher Ich glaub ich war noch nie bei dir zuhause Nö Wo wohnst du denn? Im Mirropark Im Mirropark, stimmt, hast du glaub ich erzählt In dieser Sackgasse bei, äh Ja, 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 ich erinnere mich Sag nix, sag nix, sag nix 60, 35 Ne, 31 Ja, es ist die gleiche Straße Kann du die Straße noch? Ich muss mal vorbeifahren Vielleicht muss ich, vielleicht muss ich da auch hinziehen Wie gesagt, ich zahle nur 200 Dollar für das ganze Haus Was hab ich, das sagt eigentlich mein Konto? Konto sagt Plus Ja, das ist immer gut Was sagt denn meins? Ich hab am Ende des Tages mal mehr Geld als am Anfang des Tages Oh Jetzt bin ich überrascht Warum? Obwohl ich heute tätowiert hab, hab ich jetzt trotzdem schon oder mehr wie gestern Hm Wie wäre es, wenn du mir das Geld einfach gibst? Hahaha, nein Du scheinst ja eh nicht zu gebrauchen Doch, doch Also ich hab jetzt, Moment mal Ich überlege Äh Äh Gestern das Auto getuned Vorgestern das Auto getuned Heute tätowiert Und irgendwie wird mein Geld nicht weniger Hm, hm Zeig mal das Tattoo her Hast du den ganzen Arm gemacht? Ja Ja, ne, das sind zwei Einzeltattoos, das sind verbunden Ah, ok Und du hast beide gleich heute gemacht, oder wie? Ja, genau Hm, sieht gar nicht so verkehrt aus Gefällt mir Hm Hm Ich bleib trotzdem Meinem Arbeitskollegen, weil der hat seinen anderen Arm heute gemacht Ja Ja, nächste Woche kommt dann mein anderer Arm auch dran Ich bleib Tattoo frei Ach, ein Reinhäuter, ja Bist ja auch so einer, weil reine Haut, Reinhaut Ja, nee, ich bin jetzt nicht so ein Fanatiker, so Reinhaut, Reinhaut und wie Tattoo-Träger sind alles scheiße, überhaupt nicht Jeder soll Sachen machen, die er denkt, die sind richtig Aber Tattoos, einfach nicht so mein Ding Ja gut Muss ja nicht jeder so Ja, ich bin da nicht so absolut gegen Aber ich finde einfach, dass mir das glaube ich nicht steht Das dachte ich am Anfang auch nicht Ah, wer ruft mich denn sehr weit viel an Ich glaube, das wird heute, also es waren auch so viele Leute beim Gericht heute Und ich glaube, es wird eine sehr sehr lange Verhandlung Die geht schon seit 20 Uhr, glaube ich, ne? Mhm Beziehungsweise, nee, ich war Ich war zehn oder viertel nach, war ich da Und da haben die jetzt angefangen Also sie waren jetzt mal so früh dran Ja, eben Und jetzt sind sie, das macht wohl heute der Fleming und nicht der Sunderland Ja, der Sunderland war beim letzten Mal irgendwie ein Arsch Beim letzten Mal nur? Oder war das der Sunderland? War das der? Sunderland, der Dach, wo die Nest meinte, irgendwie sie muss jetzt Abschlusspolarie, brauchst du noch fünf Minuten Ja, das war doch hier mit diesen Gangstern da, oder nicht? Gangster? Wo das eine sich selbst vertreten hat? Ja, auf jeden Fall weiß ich es wieder, genau, wo zwei nicht erschienen sind Ja, das war das Süßes, das habe ich gar nicht mitbekommen Aber der war ziemlich pissig, der Richter, das weiß ich Mhm War auch ziemlich genervt Mhm Er postet auf Wiennet immer seinen Kontostand Oh Gott Mhm So einer ist das Mhm War klasse Kannst du aber bei Wiennet gucken Montgomery, Sunderland Ne, will ich nicht Ne, fängst du auch nur an zu weinen, wenn du den Kontostand siehst Ne, sonst würde ich noch aggressiv Ich mag solche Leute nicht Aber der postet nichts anderes Nur seinen Kontostand Wenn du seine Post durchguckst Nur seinen Kontostand Ok, jetzt bin ich neugierig Wunderland Montgomery Mhm Ich hätte mir sagen lassen, er kommt aus einer reichen Familie 761 Millionen Sind das Millionen oder sind das Tausend? Ne, das sind Millionen, weil das sind ja zwei Punkte Ja, weißt du Bescheid? Neunstellige Zahl Diese weißt du Bescheid? Ich würde dann ein Prozent davon nehmen Dann habe ich 700.000 Ne 70.000 Wenn man sonst keine Hobbys im Leben hat, ne? Hmm Oh Gott, der Eddy hat auch noch drunter gepostet, auch scheiße Okay, der Eddy hat Postet echt viel Hmm Wer auch immer Eddy ist Ne, du wart Neumann Ne Er arbeitet auch bei uns Ich glaube, das war der einzige von euch, der noch nicht an meinem Auto war Äh, ich meine schon doch Äh, es war glaub sein erster Praktiktag war dein Auto War das sein zweiter? Ja, bei ihm war es der zweite, bei mir war es der erste Praktikumstag Ach, kann sein den einen Tag war ich nämlich bei der Reparatur nicht dabei Sondern da habe ich ähm, weil ich, die hatten sehr viel zu tun, also ihr hattet sehr viel zu tun Und ich brauchte ein Auto Und ähm, da habe ich da einen Leihwagen bekommen Ja, du hast vom, vom, vom Len, sein, sein Club gekommen glaube ich Richtig, genau Ja, das war mein erster Tag dort Sag mal, wer ist überhaupt dieser Len, ist das euer Chef oder ist das? Ne, ne, das ist unsere Zettelschubse Was ist denn Zettelschubse? Oder auch, ähm, Schlüsselmeister Wer nimmt halt die Aufträge an und bearbeitet das Ganze Hast du so einen Bürotyp quasi? Genau Ah, ok Ja, macht Sinn Wer ist für die Zettel und wir sind für die Mechanik zuständig Zettel und Mechanik Macht Sinn Richtig Auch wenn ich gelernter Schreiner bin Ich bin gelernter Nichts Ja Jeder muss irgendwas tun Mhm Aber ich habe ein Abitur Oh ja, mal hin Mhm Und ihr bist jetzt arbeitslos? Mhm, gelernter Arbeitsloser Ja, siehst du mal Mit Spezialisierung auf Frührente Ah, verstehe Schon reingereicht? Ähm, noch nicht Wer weiß, je nachdem wie die Verhandlung ausgeht Ja, nachher kriege ich noch weniger als jetzt Das ist noch viel früher als gedacht Nachher streiche ich nicht mehr auch noch das Arbeitslosengeld Oh Gott Oder fänden das Oh Gott Ein bisschen arbeitslos suchender Arbeitsloser Ein bisschen arbeitslos suchender Arbeitsloser Das höre ich irgendwie schon das öfteren jetzt mal Hä, schwarzwasser? Ich habe die letztens Wie machen wir irgendwas mit VPN? Aber ich habe keine Ahnung Ich kenne die überhaupt nicht Ich habe das immer noch nie gehört Ähm Das sollte wohl nur einen einzigen Post machen und dann irgendwie hier Hashtag schwarzwasser oder so machen und hätte dann 1000 Dollar pro Post bekommen 1000 Dollar pro Post Wom Also ich Ja, aber anscheinend nur für einen einzigen Post halt Ja, na und? Hat er aber wohl abgelehnt glaube ich Ich mache das einfach zusätzlich Mach ich da so ein paar Posts und dann kriege ich ein paar tausend Dollar Ja Muss ich nur 8 Mal machen Ich habe abgelehnt, so wie ich es nicht bekommen habe Das muss ich 8 Mal machen, dann kriege ich meine Gewerbelizenz Pfff Ja, wie viel fällt denn dir noch für deine Gewerbelizenz? Äh, die kostet 8000, also 8000? 8000 Dein Ernst? Nein, ich habe 4000 auf dem Konto Aber ich will ja nicht alles ausgeben, weil ich ne, ich muss ja auch noch von irgendwas leben Mal gucken, vielleicht sagt der Redfield auch, das macht keinen Sinn Dann gehe ich zum Ungar und ich glaube beim Ungar, weiß ich nicht Ich höre mir dem Ungar erstmal an, was er sagt Und vielleicht sagt er ja, ähm, weiß ich nicht Einspruch Also ich habe heute auch mit einem gesprochen Der war bei uns, der kennt sich wohl auch irgendwie, wohl mit dem PD aus oder so Mhm Ähm, es dauert anscheinend bei denen extrem lang Zufälligerweise mit Emo Weil ich habe nämlich auch, ich weiß nicht wie der hieß Ich habe nämlich heute auch mit einem gesprochen Da hatte ich auch das erwähnt gehabt, dass ich mich Montag oder Dienstag bei denen beworben habe Ja, ja, das ist normal, dass sie sich bis jetzt nicht melden, das dauert, das dauert Ja Ach, du dich ja nicht der letzte schon mal, oder in der letzten Zeit mal wieder bei denen mal gemeldet Ich war, ähm, ähm, freitag glaube ich war ich nochmal da Und da meinten die, das dauert Ja, geben sie mal die Telefonnummer einen Namen Dann gebe ich das zu mir in Kovacic Und da ruft sie heute noch an Na super Mhm Ich hatte überlegt, ob ich in einen Sitzstreik trete Wenn ich's wüsste, was für ein Auto er hat, dann würde ich einfach mal kurz unten bei uns ein Flatbett holen Dann würden wir das Ding mal kurz abschleppen Ich hatte echt überlegt, einfach einen Sitzstreik vor dem PD, so dass keiner mehr reinkommt Ja, das wird schwer, das ist eine Doppeltür Dann lege ich mich davor Naja, wahrscheinlich auch nicht gerade der breiteste Ungefähr, weiß ich, doch so wie so eine Drama Queen, weißt du So Ich glaube, wär ich ein Cop, ich würde mit Absicht um die Eier treten Ja, und dann gibt's nochmal ne Anzeige wegen Körperverletzung Ja Das ist ne angemeldete, äh, das ist ein angemeldeter Warnstreik Eingemeldeter Liegestreik, wohl eher Was? Tobias hat mir doch von dir was hergestellt, oh, Mann Und was machst du sonst so, Conny, wenn du nicht gerade arbeite? Irgendwann, wenn ich die anrufe oder dir schreibe, bist du am Arbeiten Ja, ähm, ähm, ist erstmal Oh, nein Äh, ja hauptsächlich halt erst mal arbeiten, weil's da doch Spaß macht Mhm So Larven Poppen Zätowieren Arbeiten Oder wie heißt's? Eat Work Sleep Shit Repeat Nee, andersrum Eat Shit Walk Sleep Repeat So rum Okay Ich möchte mir halt natürlich auch irgendwas leisten können, ne? Mhm Wenn ich mein Auto hab, da wird's mal gechillt auch Hast du noch kein Auto? Doch Aber? Der Grüne, der hier steht Äh, stimmt ja, ich wollt grad sein, du hast ja, du hast ja ein Auto Und du willst jetzt ein anderes oder was? Ja, ist das Auto Ich find's geil, das ist schön, das macht Spaß Aber ich will halt ein muscle car, einen schönen V8 Darf ich mal einmal im Stadtpark damit fahren? Ja, natürlich Willst du mitfahren? Ja, ich steck rüben rein So Oh, der fährt sich gut Mhm Rechts kommt nix Oh ja, der, äh Der ist auch ruhig und sanft Ja, eben Das ist echt Das ist halt echt schade, also das ist halt echt schade gewesen bei, als ich bei Easy Cars war Du konntest halt nicht Probe fahren Ja, das hat mich auch genervt, ich hab's alles nach der Optik ausgesucht gehabt Und der hat mir am besten gefallen Ähm Ich hab halt eigentlich nur nach Preis entschieden Und mein Aspo ist zwar echt schick, aber der ist halt, der knattert unendlich, der ist so laut Ja, der war mir irgendwie ein bisschen zu klein und auch zu modern Also ich hab mich überlegt, weil da gab's auch so einen kleinen Bus, so einen kleinen Transporter Bus Den Surfer, ne? Ja, ich glaub das ist der war, genau Ähm, entweder den oder den hier, aber der hat mir eindeutig besser gefallen Ähm Ja Danke Abschließen musst du dann Ja Also er fährt sich echt gut Ja, auf jeden Fall Also ich weiß nicht, wenn ich, äh, meinen Streiter noch nicht habe Und du dein neues Auto hast, würde ich vielleicht, äh Mein Aspo gegen jeden tauschen Also nicht, also mit meinem Aspo quasi verkaufen und dann vielleicht deinen kaufen Ja, ich bin mal überlegen, ob ich den überhaupt verkauf Achso Oder ob ich dann halt auch beide hab Ich will mir halt dann noch irgendwann einen Shopper holen Auch noch Ja, natürlich Also einer, mit dem ich ja, äh, eingereist bin, der hat sich am ersten oder zweiten Tag so einen Surfer gekauft Und hatte drin gepennt Bis er in der Wohnung hatte Hat den dann wieder verkauft und sich dann ein Motorrad geholt Ja, warum nicht? Ja, ich glaube Soll jetzt halt im nächsten auch wegen dem Führerschein wird das halt wieder so dumm irgendwie Ja, ich hab gehört, die wollen irgendwie nochmal einen extra Motorrad-Führerschein einführen Ja, Lkw auch Und das wird halt richtig Spaß, dann brauche ich drei Führerscheine Ach, Lkw auch? Was zählt denn hier alles ab Lkw? Ja, alles über 3,5 Tonnen Oh Gott 3,5 Also den, quasi den Transporter da hinten dürfte ich nicht fahren Äh, doch nochmal schon Okay Aber ich hab ja jetzt mein Führerschein gemacht Scheiße wärs natürlich, da brauche ich drei Führerscheine, das kostet mir ein Führerschein Sooo Und oh Wollen wir theoretisch zu Happy Farmen oder wird? Ja, ich will das nochmal ganz kurz aufs Klo gehen Jo, das passt ganz gut, ich wollte nämlich noch kurz zum PD Zum PD Zum PD Zum PD Ja Warum? Ach, das war ne Frage, warum ich da hin will Ja Na Hm 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 Lass ich mir das mal abbeißen hier Hm Beiß mal Hm Werbegeschenk Ah, sein Kaffee Willst du dein Kaffee wieder vorbeibringen oder was? Hm, klar Und Donut sei auch dabei Um mich persönlich besser dastehen zu lassen, wirst Hm Willst du da jetzt hinlaufen oder wie? Äh, klar Komm ich mit Oder wir fahren, oder wir fahren einfach kurz vorbei Nachdem du auf Klo warst Wir passen nicht alle in ein Auto Machen wir es mal so Ähm Hier Verdammt Haben wir alle nur zwei Sitze oder wie? Mhm Ihr fährt, ich geh kurz auf die Toilette Wenn wir nicht zurückkommen, seid ihr bitte da Jo So machen wir das Hat der dir gerade sein Schlüssel gegeben? Jo Ich fahr mal ein Stückchen vor, damit du ihn stellen kannst Jo Ich bin auch gerade einmal mit dem gefahren, der ist echt, der fährt sich gut Ja, so ist besser Hau ich die Tür nicht so rein Ne, wir wollen ja hier nichts verdähen, ne? Hm Hm Der fährt sich echt richtig gut Scheiße Sei da gleich der nächste Auftrag für den ACLS Zum Glück haben wir dabei dort gleich vor Ort Hey, wie wir alle hier gleich fahren, ist ja wild Warum hast du nicht gleich gewendet? Ja, weil das nicht die feine Art ist, das Auto zu fahren Aha So nennt sich das also, ja? Feiner Art Ich bin ja ein vernünfter Autofahrer Das hat so nen Unterton, als ob du sagen möchtest, ich bin das nicht Na, das sind die meisten hier nicht Soll ich dir was tragen helfen? Ähm, ne Ähm, ne Ja, hast du in so ner Stückchen Tasche gemacht, ja? Fast schon so Kannst du mir gerne die Tür aufhalten? Also ja, das kann ich machen, ja Danke dir Jo Ich wollte nicht im Weg stehen Was kann ich für sie tun? Äh, ich kann hoffentlich was für sie tun Ich hab ihnen ne Kleinigkeit mitgebracht, für die Spätschicht So, geben sie es mal der Dame Oh, wunderbar, dankeschön So, und ein paar Donuts gibt es auch noch dazu Bitte sehr, mit besten Grüßen aus dem Crucial Fix Wunderbar, vielen Dank Dann noch ne schöne Schicht Tschüss Danke, tschüss Ciao Oh, wir warten mal kurz Ähm, eine Sache habe ich doch noch Ja Ähm, der Herr Kovacic möchte sich doch bitte doch nochmal bei dem Herrn Keller melden Kriegen wir hin Danke sehr Und, der Typ nicht nah, nachdem du dir fragt hast Ich hab nur gesagt, er soll sich nochmal melden, bitte Achso Weil, so würde ich jetzt da nicht hingehen Ich bin mittlerweile so sauer Ich glaub, selbst wenn die jetzt noch sagen, wir würden sie ihm einstellen Würde ich das nicht machen Mein Stolz ist da größer Tobi Du fährst grad in der Heimatstraße Ja, merk ich doch grad Doch, wir klicken alle in meine Rightung, die Autos Wir klicken alle in meine Richtung, die Autos Warte, ich steig vorher aus erfolgreich entleichtert perfekt ich hoffe du hast nicht das rechte klo genommen so einmal ganz toby fragen das rechte kloß in ordnung jetzt ist das problem da wird war hier wo sind ein auto ich habe das von dem parkmeister einpacken lassen ach so ja du hast ja auch ein zweisitz sagen weil ich würde sagen kapiert also langsamste fährt würde ganz dreist mal behaupten ich würde fast sagen weil ich glaube schon 22 uhr haben würde ich sagen abfahrt ich würde auch sagen ihr beide fahrt zusammen ich fahre ich hinterher weil wenn ich noch zu dir anwälten muss muss ich mobil bleiben ja alles klar dann geht los okay gut würde ich habe nämlich keine ahnung wohin ich auch nicht perfekt hast du ja ja oder ist das direkt bei der happy farm das direkt bei der happy farm irgendwo anders geht los wie auf dem maisfeld oder so wir fahren erst mal zur happy farm da soll treff sein wir haben jetzt noch zur happy farm und dann wieder zurück nach holla ich würde gerne einmal den aspo austragen vielen dank ein bisschen spaß machen ruckel ruckel sie klauen uns unsere jobs sie klauen uns unsere jobs ich verklag jetzt das lspd Ich wollte noch ein Gespräch mit zwei Anwälten. Schön, dass LSPD verklagen. Pass auf, ich kenne das, ich weiß schon, wie es ausgeht, ich fahre da oben hoch und dann sind wir da, ich lege mein Handy. Ja, Redfield und Partner, wir hätten jetzt Zeit, können Sie zu uns ins Büro kommen? Natürlich, und wieder zwölf Kilometer zurückfahren. Aber ich bin schon drei Tage unfallfrei, also hey, hey, hey. Bergab schaffe ich sogar 150. Nee, mach ich nicht. Ich versuche es zumindest zu vermeiden. Oh, der Kurs ist schwieriger, jetzt habe ich nur 130. Warum ist das auch ganz am Arsch der Welt, ey? Wenn ihr klar ist, muss die ganze Karte bespielt werden. Ja, ist schon geil hier alles, ist schon echt geil. Hm, 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 hm. Die sind bestimmt schon sonst wo. Ah, hier irgendwo hatte ich, hier irgendwo wurde ich da überfallen. Beziehungsweise mit der Waffe bedroht. Und der Typ wurde erschossen, wie der Helmut. Das klingt so traurig, wenn er das ist. Weiß nicht mal, wer Helmut ist. Egal. Er erschossen ist erschossen. Naja, lebt er noch. Hm, Helmut Meier heißt er. Er hat ein eigenes Geschäft. Helmuts Rental ist eine Autovermietung. Das ist ganz cool. Da fällt mir ein, der wollte sich auch noch bei mir melden. Die wollen Joe alle nicht einstellen. Ich glaube, Joe ist zu gut aussehend. Überqualifiziert. Zu nett. Man weiß es nicht. Alle drei? Hey, hey, hey. Joe ohne E. Abrox wäre ja gut gekommen. Ja, Joe ist ein bisschen an Abrox angelehnt. Aber nur ein bisschen. Ja, danke. Mahlzeit. Einmal, wunderschön. Mahlzeit. Sag mal, wo hast denn du Tobi gelassen? Äh, gerade war er noch da. Jetzt ist er weg. Ah ja. Guck mal, der Herr hat auch gar kein Bier in der Hand. Der Herr muss auch noch fahren. Ach komm, der steht da hinten. 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 Dankeschön. Joe? Ja? Der steht da hinten. Ah ja, okay. Hm, vorm Anwaltstermin nochmal ein Bier trinken. Läuft. Ja, geh mal rein damit. Was ist beim Anwalt? Ähm, ich verklag jemanden. Wieso das denn? Das ist eine längere Geschichte. Äh, was kriegen Sie von mir? Ja, komm, wir haben Zeit. Wir haben ja keine Preisliste. Hier muss halt jeder das, was er kann und möchte. Ach so. Ja, aber hier soll jeder was zu trinken und zu essen bekommen. Egal, ob er es sich leisten kann oder nicht. Ah, ich bin arbeitslos. Ich kann mir da nichts leisten. Ja, sehen Sie. Dann können Sie hier umsonst essen und trinken. Ja, sehen Sie mal, ich muss jetzt mal ganz kurz zu einem Automaten. Ich weiß gerade, ich habe gerade ein paar Geld dabei. Warte, ich gebe dir was. Was brauchst du? Ja, lassen Sie es stecken. Nein, 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 nein. So geht es nicht. Ich guck mal kurz zu einem Automaten. Nee, konnig, gib dir was. Ja, komm, ist ein Ehre, Mann, ja? Ja, der will jetzt noch mal los, immer. Und für Sie noch was zu trinken oder zu essen? Ähm, eine Bananenmilch würde ich nehmen. Ja, gute Wahl, sehr gute Wahl. Ich habe das letzte Mal hier auch bekommen, die war super. In Bananenshake. Letztes Mal, wo ich hier war, habe ich mich hauptsächlich flüssig ernährt. Ich verstehe. Ja, ja, wir haben halt hier noch so ein paar Leute getroffen, hier von den Lost MCs Jungs. Bestanden recht viele Mopeds hier rum, ne? Dann kamen, weißt du, ich war hier mit ein paar Kollegen, wir waren vorher bei dieser Autoshow an dem Freitag. Ach, die sind, ähm, Access. Ja, 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 genau, genau. So, und da standen wir halt, ne, haben wir, haben wir halt so ein bisschen geguckt, ne, nachher Autos, ne, die haben ihre Karren halt auch da hingestellt, da wird vorne, auf einmal kamen halt die Bullen. Oh Gott. Ja, ich war fünf Minuten da, Freunde. Da haben die halt... Super, vielen Dank, ich bezahle sie auch gleich. Okay. Da haben die halt die komplette Karren abgeschleppt, also da haben die angefangen reinweise Fahrzeuge abzuschleppen, unersichtigen Grund. Und halt die Karre von einem von den Jungs, mit denen wir unterwegs waren, äh, haben sie halt abgeschleppt und dann fahren die die Karre halt runter zur Verwahrstelle. Und dann hat er sich da mit nem, hat er den Kopf da angepöbelt, ne. Oh Gott. Was das denn soll, dass die hier seine Karre abschleppen, ne. Ja, was hat er, was hat er gemacht, Jakob? Er hat die ihn erstmal besucht und danach hat er den in seiner Karre, in seinem Benzer, hat er den da runtergefahren. Verwaschen, hat die Polen in der Hand gedrückt, weisse, und hat ihm dann, äh, hat ihn dann, äh, hat ihn dann quasi wieder die Karre auslösen lassen. Oh herrlich. Super. Schnappeln. 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 Oh, nicht viel, ne. Sobst. Hm. Ich geh mal meine Milch bezahlen. Oh. 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 Komm, ich hätte dir was geben können. Was? Bananen, Tobi. Da seid ihr ja wieder. Oh. Hier, hier, hier. Ja, guten Tag. Hallo. Guten Tag. Wollte noch meine, meine, meine Bananenmilch bezahlen. Ja, gerne. Bitte sehr. Oh, danke schön. Jetzt. Aber, äh. Ich glaub, ich brauch noch mal das, was du mir vorhin gegeben hast. Hat irgendwie irgendein Moment. Hm. Wir können ja auch einen Halbmond machen. Ja, aber Thomas steht ja in der Mitte. Ich könnte mir auch mal einen 3. Nein. Nein, Thomas spielt nicht den Keks. Hä, was für ein Keks. Ja, warum? Ja, oder? Stern. Schmierig. 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 Okay, hier. Das war ja angenehm. und wo ich weiß nicht was ihr meint das habe ich perfekt gerade ausgearbeitet irgendwie habe ich da auch gerade ist irgendwie habe ich gerade so eine so eine schnecke im kopf die ein telefon ist bitte was ich verstehe nicht ich weiß auch nicht im kopf was dann würde ich mal zum md gehen ich stehe gerade auch ein bisschen um den schlauch sag mal was mit mölle 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 sollen wir uns ans feuer setzen oh gott ich bin gerne wir jetzt das lagerfeuer lied lied aber vorsicht mit dem feuer da sind schon ich glaube ich gehe lieber ein bisschen weiter weg ja ja sicher sich doch thomas willst du von singen das wollt ihr nicht doch du hast doch extra deine stimme gehörte aus da vorhin schon im laden macht es oder in arbeit mit meinem gesicht drauf ne mit deiner idee aber von den partys die wir anbieten können hier seht ihr mich den größten den größten geschäftsmann der insel du wirst vielleicht wirklich noch mitarbeiter des monats ja wenn du musst dich mal ran halten wenn ich mich dagegen habe naja komm deine ipads die stinken dagegen aber da habe ich heute noch mal dicke pluspunkte gesammelt ja hm ja ja weißt ja hat er die wahrscheinlich bei alle klar nico vielen dank machs gut bei irgendeinem billigverkäufer gekriegt ne ja bei dieser chinesischen seite bei fisch ja ja ah ja fisch ja hm genau wo das tablet sieben dollar kostet hm oder ali klacka oder so ah die klacka kenn ich auch da musst du ja tausend stück von bestellen bestellst du was und kriegst ein foto davon so kannst du ein bisschen lauter reden das feuer knistert ja 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 ich kann mich auch anschreien ne schreien musst du nicht bitte nicht du solltest mal deine stimme öhlen siehst du ich bin nicht der einzige wie jetzt Tobi sagt er hört nichts ich sag doch du musst einfach mal Whisky trinken Tobi hört auch kein Gehör anscheinend Rumpo hä mein Gehör ist gut ich sag doch ich hör das vorher das ist dann ganz laut ja mal runter damit ja ihr Alkoholiker ich war jetzt die ganze zeit mit mit Conny unterwegs da war kein Problem ja ich finde ja warum sagt das dann jetzt auf einmal ja weil du wieder dabei bist vielleicht nichts an dir ich finde das angenehm damit ich hier wenigstens Whisky im Glas kriegst ich sauf nicht so gerne aus der Flasche außer beim Bier da geht das ja wie kriegst du Glas ja das war halt meine Gaff nicht gut jetzt lass doch mal die Dame auch mal reden ähm ja ja hat viel Gitarre ich kann niemand zufällig Gitarre oder? äh Luft Gitarre ja wollte ich auch grad sagen warum schaust du meinen Witz? ich bin hier der Witzige ich bin hier der Stand Up Comedian ja ja stimmt dann erzähl uns wie gut ja dann leg mal los ne auf ne ne was heißt dann ne ne du willst hier deine eigene Bar machen mit Stand Up Comedy und du traust dich nicht vor 5 Leuten aufzutreten oder 4 ja ich sag ihm die ganze Zeit doch schon er muss an sich arbeiten sonst würde er nicht ja solange ich keine Auftrittsmöglichkeiten habe brauche ich auch kein Programm schreiben ja dann hast du hier eine Auftrittsmöglichkeit und wo du arbeiten guck doch mal wenn du Stand Up Comedian machst dann machst du ja quasi aus der Situation gucken komische Sachen ja eben weißt du sonst bist du ja nur Comedian weißt du der erste Schritt da ist ein Baumstamm der erste Schritt der Baumstamm bietet dir die Bühne nein der erste Schritt zum Stand Up ist sich hinzusetzen ja dann stell mal drauf ja fängst du schon an mit den Witzen oder geht das erst noch los ja geht schon los ach so ja wir können heute irgendwie sehr rüpelhaft ich weiß nicht was los ist ja es ist Sonntag und ich war nicht in der Kirche oh 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 Gott oh nein das sag ich jetzt bist du auch noch so nah am Feuer stopp hast du denn die Nummer von dem Ververvent von dem Ververvent hab ich glaube ich keine Nummer ne referant ja dann macht euch noch einen schönen Abend ja Kate wie sieht ihr das Auslandweg mal dann hier rum gucken wann bist du wann ist hier wieder offen äh morgen ich bin morgen da alles klar gut dann weiß ich Bescheid ok Katharina ist immer da einfach auf ihn gucken wenn da steht geöffnet dann sind wir da alles klar ciao so mal nebenbei am Rande ja wollten wir hier ne eigentlich wandern gehen ja die Katharina da hat sie Neuigkeiten erzähl sie doch mal bitte ja ich hab das falsch verstanden das ist ein Betriebsausflug also ich weiß nicht von welchem Betrieb aber wir gehören ab jetzt dazu naja ne leider nicht aber ich mein wir können auch zu 5 wandern ich hab extra meine Boots angezogen hier wir können auch zu 5 wandern das ist ja nicht das Problem ja geh mal wohin wohin wandern wir ja ne zu 5 können wir hier auch gerne am Feuer bleiben meinetwegen auch ja also ich muss jetzt auch nicht unbedingt wandern sag mal ich hab hier den schlachsigsten Körper von allen ne und ich werde auch dafür ja schlachsig ist ja ne immer verkehrt ne ja oh ich würde gerne mein Auto jetzt schon haben wieder wann kriegst du es denn wieder irgendwann um 3 Uhr meinten sie wird es wahrscheinlich fertig also morgen ja also 3 Uhr nachts aber da schlafe ich ja tiefenfest in mein Haierbettchen immer neu was hast du denn machen lassen äh Farbe mit mit was heißt Pearl Effekt und und ähm Felgen also kein Leistungstuning ne der der geht ja schon also der geht ja also puh ja der geht schon ab wie Schmitz Katze aber wie gesagt bau dir bloß kein Turbo rin mit Versauchen nur den Motor aus ne Turbo das geht gar nicht ey äh wollten die bei mir auch andrehen aber du machst in den Klassiker kein Turbo rein das ist ja halb so ein Turbolader hört sich da total kacke an Link muss sagen die paar Meter die ich vorne hier fahren bin hast dir dein Auto echt gut fahren lassen war das echt schick ja da sitzt man auf alle Fälle bequemer drinnen als auf so nem Roller weil Roller ist eigentlich schon ganz bequem ja ne das ist also ich bin da sehr stolz auch drauf ich hab übrigens ähm heute ein Gebrauchtwagen äh Wolf ähm ein Kollegen da kennengelernt dem das gehört Wolfs Gebrauchtwagen Handel meinst du jetzt? ja ja hab ich kennengelernt der war heute bei uns äh auf Arbeit auch ein 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 sehr sehr großzügiger ähm Trinkgeldgeber stellen die sie immer bei dir vor wenn du sagst Hi ich bin's Thomas ja und dann sagen die Hi ich bin's ja ne er hat dann ne er heißt irgendwie ich weiß nicht wie er heißt ich hab's wieder vergessen das ist das Problem du merkst den Namen dann für diese kurze Zeit und dann ist das irgendwie naja ne ja Thomas meinen Namen hast du mittlerweile auch drauf ja das geht ja aber du bist ja auch fast jeden Tag da ich nicht wie ist denn dein Name ja ich bin Joe hi Joe hi ja gut das ist jetzt kein schwieriger Name das ist die Kurzform 4 Johannes das ist auch kein schwieriger Name richtig ja Katharina drücken wir ruhig rein danke auf meinen Erfolg ruhig zu Nichte ja ich hätte mit Johannes aber auch größere Probleme das er bei ich von Tag 1 an Joe ist in der Dresden meinen kennt Thomas auch noch nicht ähhh C Brandon ich hab grad C gesagt ach so ich hab B verstanden so ein bisschen wie ein Brandon siehst du aber schon aus na danke ui ey sollte jetzt nicht negativ dem Moment sein Brandon ist doch ein juter Name wie heißt du jetzt Pony wie Pony 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 achso wie das kleine Pferd Pony na nicht Pony ich kenn nur große Pferde oh ich ändere es direkt im Handy Pony 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 Conny oder Konstantin Konstantin ja und Konstantin ist die Quelle wenn du mal ein kaputtes Auto hast oder ein Unfall hast so sieht es aus ja hab ich ja nicht der macht jeder Teil äh hab die eigentlich auch so Stempelkarten weil die 10. Reparatur ist gratis weil ich kenne da bestimmt zwei Damen die das gut brauchen ja jetzt mal wirklich ich kenn da auch eine Person die das ganz gut gebrochen könnte Pony das ist total die gute Geschäftsidee oder so eine Stempelkarte so zumindest auf der 10. Reparatur kriegst du weiß ich nicht mehr was 50% Rabatt also so wie ich das jetzt mitbekommen hab ich glaub sogar schon an was dran ja ja das hab ich eingeführt hm ja das war glaub sogar vor dir schon ne ne ich glaub ich kenn da andere Leute also ich will jetzt nichts sagen aber Joe du bist nicht der Stammkunde bei uns was ich bin jeden Tag bei euch ja Pony Pony aber nicht ins Feuer bitte nein boah der rück mal noch n Stückchen ja stück mal n rück ja hier gibt's Fusel in der Mitte gibt es die gute Fusel ich will Fusel was hättest du denn gern was hättest du denn gern ja das ist das Beste ne der kriegt heute kein Alkohol ne der hat nie Whisky Wodka nein der kriegt das heute nein der kriegt das heute nein der kriegt das heute nein der wurde heute schon von vier Leuten nein der wurde heute schon von vier Leuten Katharina bring mal einfach noch ne Runde mit sechs Bier einfach bitte mach ich ey das find ich jetzt scheiße wenn ihr mir den Abend wenn ihr... du machst mir jetzt n Abend was auf ich würde hier noch n Whisky nehmen ja noch zwei Conny lässt das Auto heute stehen so ist doch nur Whisky ist doch nur Whisky ist doch nur Whisky sagt er na wie is it läuft sitz ich im B aber und aber links mein Auto kennt den Weg nach Hause von alleine ist das ein autonome so ein autonomer Klassiker ja nicht ganz nicht ganz ich muss... ich muss noch Gas geben bremsen und lenken aber sonst sonst ist alles oben oben und anmachen anmachen ja Alter wir standen heute auf ne Tankstelle ey ne mit dem Firmenwagen nachdem wir den abgeholt haben das hast du ja mitgekriegt da bei dem ACL ist scheiße was müssen wir jetzt tanken Diesel oder Benz das hab ich noch mitbekommen ja da lagen keine Papiere im Handschuhfach Alter total obgeschmissen ich bin mir sicher gewesen ich bin mir sicher gewesen das ist Diesel so ich hab angefangen Diesel rin zu füllen auf ehemal hat sie rausgestellte das Benzin Alter scheiße oh Gott ja ja ne im Endeffekt musste ich dann hinten aus dem Kofferraum so nen scheiß Schlauch rausholen und erstmal den scheiß Diesel da wieder raussaugen oh scheiße ich wollte fragen wegen dem Schlüssel das war doch bei euch auf dem Hof ach ja ja der Herr 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 ist jetzt rübergekommen Hättest du kurz was gesagt es dauert 5 Minuten ach scheiß drauf ich glaub ihr dachtest du das ist jetzt das ist mir jetzt zu peinlich das will das mal vor und zu vor ne ne das auch nicht ich hab dir jetzt ins Verbis kommt bring den Watt ach joa so meine damen und meine herren ich verabschiede mich ich brauche nämlich ja weil ich den schlüssel brauche für das neue haus und den muss ich jetzt erstmal abholen ja können die dd nicht hoch bringen nee ich weiß es ist ein bisschen viel verlangt aber dann können sie sich doch noch dazu setzen nee der ist gerade im dienst ach so was ist er denn polizist ach so ja dann hätte ich auf den streichel kurz hier hochfahren warte mal kurz dann kriegen wir da gelöst das problem ach mein telefon spinnt alter so eine scheiße ich fahr runter wir haben hier wir haben hier einen notfall wir brauchen mal ein streichel ja habe ich gehört vielleicht spielen wir auch karten je nachdem wenn man nicht ganz so will richtig genau ja das kann man hier irgendwo pokern gehen oder so in los santos so weit ich weiß nicht pokern hätte ich bock zu pokern wäre ich dabei wer vorhin whisky geschehen hat steht jetzt mal bitte auf das war conny war der typ da das geht schon sehr gut sehr schön danke schön ach scheiße Feuer an also irgendeiner vor ich habe mir gerade was zugesteckt ja ja ich habe dir ein Bier rüber gebrauchen hast du gut gefallen was ist das ein bier ja ich muss noch fahren ist doch scheißegal ein bier geht doch ja das haben sie vorhin mal vor zwei bier auch schon gesagt muss ein bisschen lauter quatschen ach so ja das hat sie alles ein bisschen anders herausgestellt als geplant wir wandern wir wandern heute nicht mehr nur noch ins bett ich habe da vorher kurz gefolgt ich habe mir eine beschissene hose zum wandern ausgesucht ich habe mir eine beschissene hose zum wandern ausgesucht ich habe mir eine beschissene hose zum wandern ausgesucht das war ich oh danke ich habe mir mal platzen wer hat das ach okay danke ich habe schon gedacht mein sonntag ist für'n arsch das denke ich jeden sonntag das ist mal eine sportliche eine denn jo die ist richtig sportlich ich habe mir keine zigarren ausgesucht eine cruise effekt zigarren wenigstens ja natürlich wo ist er hier hin jo Prost ja ich stimme sich mal mit an wievielte plöre ist denn das jetzt ach du scheiße ach egal komm Prost irgendwie fiel ich noch nachhause wenn nicht bin ich in der karre ja toll fahr ich noch warum geklappt und arsch fahr ich nachher zum anwalt in der fahne ja boah wie steht die auch arbeitslos musst du das nicht aber da sei ich dir so wie es ist ne wenn du zu gesofft bist ne ich fahr dich auch gerne da sag ich dir so ich spreche so nacken in der hand ich glaube nicht dass du noch fahren kannst was ich kann und was ich nicht kann ne das weiß ich schon ganz gut alleine boah gut hat ich mir immer hier hochkutschieren lassen hm 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 Conny erzähl mir einen Schwung aus der Jugend ich bin ja 32 ich bin noch jung ja du bist 10 Jahre älter als ich hm 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 du bist 21 ja wie du bist vielleicht friss mich aber bitte nicht ich komm noch immer nicht drauf klar dass dann unser Traktor steht ja der ist super alter weißt du wie geil der Traktor grad aussieht ja da steht ja echt einer ja der Traktor der ist ja mega cool ja oder kann hier jeder so n Traktor kaufen ich glaub das ist ne Unikat hm aber ich bin mir nicht sicher ja und dann erzählt jetzt mal jeder da hier um wie sein Tag war und was er so schönes erlebt hat ja ich hab schon Kuma's aufn heut gemacht das find ich gut das find ich richtig gut das find ich richtig gut da ich geh da mal Tanz für mich los was macht der da hinten hm wie ist die das so schlecht wie ist das so schnell wie ist das so schnell wie ist das so schnell der sich hätt so ausgezogen oder was zum Glück ist der Baum davor ja ja Das muss ich, das muss ich sehen, das muss ich sehen. Oh Gott. Passiert sowas hier öfter? Ach du Scheiße, der steht auch auf dem Traktor. Eigentlich nicht. Das ist ja der Wahnsinn. Jetzt fängt er noch rein zu tanzen. Als Tobi ist es okay, ihn kenne ich ja. Ich kenne Tobi auch, aber so habe ich noch nicht gesehen. Ich auch nicht, aber heute ist irgendwie eh ein Wilder Abend. Du holst eigentlich durch jetzt aber die Leute. Siehst hier, was passiert. Ja, ich habe das Gefühl, die sind alle noch bei Gericht, weil beim Gericht war wohl heute so viel los, das geht wohl länger heute. Ja, eigentlich wollte ich auch rein, aber habe es nicht geschafft. Ich bin hingegangen, habe nur noch einen Platz in der letzten Reihe bekommen, weil so viel los war. Richtig, krass. Und da habe ich kein Wort verstanden und bin wieder gegangen. Aber das ist bestimmt eine interessante Verhandlung dann. Was wichtiges. Mhm. Ja, so wie ich es jetzt bekommen habe, geht es wohl um etwas ganz Wichtiges. Worum geht es denn? Also ich habe das auch nur so am Rande mitbekommen, aber es geht wohl um den Prozess und denjenigen, der bei uns die Tanke in die Luft gejagt hat. Oh. Wusste gar nicht, dass hier eine Tanke in die Luft geflogen ist. Ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Das habe ich aber so am Rande mitbekommen, weil es wohl nur um unsere Werkstatt ging. Wie lange seid ihr denn schon hier? Letzte Woche? Auch eine Woche. Vorletzte Woche, Dienstag. Auch, auch eine Woche. Ach so, vorletzte Woche. Bin auch am Sonntag eingereist. Ich bin am Sonntag eingereist, ja. Bei welchen Beamten wart ihr? Ähm, die haben sich nicht vorgestellt. Doch der eine hieß Duke. Ja, aber wie sahen die aus? Ähm, die eine war ein bisschen älter. Ich würde so schätzen so Mitte, Ende 40. Norddeutscher Akzent. Äh, ne Dialekt. Geile Aussicht. Dann... Und ein bisschen pummeliger? Ein bisschen pummeliger, ja. Hochgeschickte Haare. Die habe ich auch gesehen. Ja, dann so ein Typ, der heißt Duke. Der war halbglatze, vollbart, Latzhose. Ein bisschen, naja, nicht so helle würde ich sagen. Und dann noch eine Blondine mit einer Leoparden-Jogginghose. Die war auf einen Typen ein bisschen scharf und wollte seine Nummer haben. Ach, die mit der Leoparden-Jogginghose. Ja. Alter. Hat sie die Nummer bekommen? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Aber Tobi war mir bei denselben. Habt ihr euch die einreisen? Nee, die habe ich auch gesehen, die nette Dame. Ich glaube, der durfte einreisen, ja. Bei uns ist glaube ich keiner, der nicht einreisen durfte. Ja, die nette Dame am Sonntag. Frag mal Conny, Alter, wie viel bei uns nicht einreisen durften. Ja, bei mir hat irgendwas beim ersten Mal mit dem Pass nicht gestimmt. Ja, aber eh nach von denen, wo die Dokumente falsch ausgefüllt waren. Wir waren glaube ich sieben Leute oder so. Und davon sind wir zum Schluss nur noch zu dritt durchgekommen. Die anderen sind alle aussortiert worden, weil die falsche Dokumente scheinbar hatten. Oder irgendwelche falschen Tickets angedreht, die kriegst du da. Die Tickets hatte ich schon die richtigen, nur da hat irgendwas mit dem Pass nicht richtig gestimmt. Sag mal, ich wollte gerade sagen, dich habe ich da auch schon ein paar Mal gesehen. So, wo du gerade noch auf dem Traktor standst, jetzt so langsam, so langsam füllst du mir wieder ein. Ich bin da auch mal gesehen, A-Einreise oder nicht. Äh, weiß ich nicht. Warte mal, warte mal, warte mal kurz. Das können wir ganz leicht feststellen, weil ich habe noch eine Nummer in meinem Handy, die weiß ich nicht, zu wem die gehört. Keine Ahnung. Nee, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Bist du auch Sonntagrein gedrzt? Nee, die ist nicht vergeben, komischerweise. Musst du mich mal löschen. Das kenne ich. Ja, ich bin mal davon aus, damit der Typ auch Probleme mit seinem Boardingpass hatte. Dann gehe ich auch von aus, aber... Solche nicht vergebene Nummern kriege ich immer von Frauen. Mein Beileid, ich kenne es. Ey, ich glaube, ich habe mir gerade beim Runterspringen von dem Ding, habe ich mir doch irgendwie was am Meniskus getan. Ey, das ist aber auch scheiße hoch, wenn du da oben stehst, ey. Genau, erstmal Hopfensmuchen. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist gegen die Schmerzen. Das ist zum Kühlen. Von innen. Hm. Für die Desinfektion von innen, ne? Genau, kühl und desinfizieren. Wisst ihr, was wir machen? Ich wollte gerade sagen, der letzte Wodka noch zum desinfizieren hinterher, das wäre super. Aber warte mal, ich habe ja noch Whisky in der Karre, das stimmt. Könnt ihr auch noch Modka bringen? Ja, das, ne? Ja, immer so. Oh Gott, Entschuldigung. Kann dir auch was anderes hier zum Rufschmieren anbieten? Oh je. Bitte sehr. Ist das wieder die Tobi-Sahne? Die Tobi-Sahne, Alter. Das ist eben falsch. Ja, bitte. Das höre ich jetzt aber auch zum ersten Mal. Naja, dein Bananensaft. Oh Gott. Das macht mich besser. Ja, komm, dann wollen wir mal drauf auf den Kram. Oh, ich will auch noch rein. Ich habe sonst im Auto noch einen Verbandskasten. Ah, nee, das passt schon. Das passt schon. Jetzt gleich einen drauf trinken, dann passt das. Boah, Conny, ich muss ja auch noch mal kurz an dein Auto. Ich glaube, mal in die Schenk im Handschuhfach liegen lassen. Aber später. Ich will jetzt nicht aufstehen. Ich setze gerade so gemütlich hier. Ja, das sieht euch begequem aus. Ey, das ist so verdammt bequem. Wie sieht es bei euch mit Kindern aus? Mit was? Mit was für ein Ding? Kinder. Kinder? Ich bin selber noch ein halbes Kind. Ja. Ja, das ist doch gut. Hab ich nie, will ich nie, brau ich nicht. Richtig. Mag ich nicht. Und jemand muss doch kochen, wenn es nicht die Frau ist. Nee, kochen kann ich alleine. Ich wünschte, ich hätte mal wieder eine Küche. Kritisch. Kannst du bei mir kochen? Ich wollte gerade sagen, kochen kann ich nur alleine. Aber alles andere, das wird schwierig. Ja, ich würde gerne mal kochen, Alter. Ich habe aber bei mir im scheiß Apartment nur einen Kühlschrank, der nicht funktioniert. Ach, ich ernähre mich von. Aber ich habe auch eine Kühlschrank, die ich nicht benutze. Ich ernähre mich nur noch von Fertigfrau aus. Ich ernähre mich nur von Kuhschifffix. Bei mir steht auf der Kommode neben dem Fernseher so ein Brett, wo ich mir immer meine Stühlen schmiere. Weil andere fress ich da ja nicht in dem Apartment. Fernseher, daneben Arbeitsplatz. Guck mal, wenn wir ihm aufstehen. Und da drunter kloppen. Hast du wisst, wie du bist? Warte mal. Ich bin echt zufrieden mit meinem Haus. Ja, ich bin auch am überlegen, ob ich mal in der Stadt mich umgucke, ob ich irgendwo eine Wohnung oder so finde. Guck doch beim Miro-Party. Es wird echt warm am Feuer. Ich will kein Haus, ich will eine Wohnung. Jetzt wieder los. Ich brauche kein Haus, ich bin alleine. Da reicht eine Wohnung vollkommen aus. Hast du mir mal Whisky mitgebracht? Whisky? Ich habe versucht, hinterher zu pullen. Ich weiß aber nicht, ob ich es gehört habe. Oh, ich habe noch ein Whisky. Genau wie Thomas. Thomas, der hat mir heute erzählt, der ist mit seiner WG, die sind jetzt irgendwie in einem Haus mit Weinhut oder so. Wer den Whisky wollte, muss aufstehen. In dem Weinhut. Hitz, entschuldigung. Soll bleiben wir mal stehen, ne? Hitz, entschuldigung. Hitz, entschuldigung. Also da, wo die ganzen Bonzen und Snobs wohnen scheinbar. Scheiße. Fynn. Dankeschön. Du gehst schon ein bisschen zu ärgerlich speziell nach. Ja, genau. Fangen wir nachher. Ne, ich habe mir schon ein paar coole Wohnungen angeguckt, die auch noch nicht vermietet sind. Müsste ich einfach mir mal bei den Immobilienmakler melden und mir mal schlau machen, was sowas kosten würde. Ja. Also ich bin echt zufrieden. Beim Mirror Park, da hast du deine Ruhe, alles schön in der Sackgasse drin, da geht ja keiner auf den Sack. Halbproblem bei den ganzen Wohnungen. Wo ist denn das nochmal? Das ist zum Osten. In der Nähe vom Hornisberger. Ja, genau. Ach, da ist das. Ja, da hast du wirklich. Da hast du wirklich deine Ruhe, glaube ich, ne? Zieh mich mal wieder an. Ja, da geht auch ein paar. Da gibt's ein paar Absteigen, die sehen einfach nur abgefuckt aus. Aber da, wo ich drin wohne, in dieser Sackgasse, die sehen alle modern aus. In der abgefuckten Bude, wo mein anderer Kumpel, Fabio. Fabio. Nebendran hast du noch ein Baugebiet, wo dann wie gleich so eine Spiegelung von der Sackgasse gebaut wird irgendwie. Ich habe alles noch im Rohbau. Na, Hauptsache kannst du pennen, wa? Ja, eben. Ich habe ein Bett, ich habe eine Dusche, ich habe einen Hüllstoff, der nicht funktioniert. Scheiß aus, ich habe einen riesen Fernseher mit einer geilen Anlage. Ja, wie ist es eigentlich einer, wo man sich hier seinen Kühlschrank reparieren lassen kann? Ne, habe ich auch nicht gefunden. Ähm, du musst zum Immobilien, glaube ich. Immobilien macht das. Und die drehen mir einen neuen an, oder wie? Die stellen dir deinen Kühlschrank, die schließen dir den an. Die schicken dir Handwerker zum Ansteßen. Ja, klasse. All schließen kann ich den noch alleine. Das ist ein Stecker, den ich in eine Steckdose stecke. Das glaubst du. Ich wollte gerade sagen, aber die Technik, die verstehst du doch gar nicht. Ich habe schon den einen oder anderen Kühlschrank in meinem Leben angeschlossen. Ja, aber so einen wie du den da hast, ne, den hast du noch nicht angeschlossen. Das sind amerikanische Kühlschränke. Oh. Na, da kenne ich mich nicht gut mit aus. Ja, wir müssen einzeln verletzen werden. Kühlen die denn anders? Kühlen die denn anders? Der Kühlschrank wahrscheinlich alleine für den Kühlschrank brauchst du da schon Atomreaktor her. Ja, denn die Stromrechnung geht ja noch hoch, wenn der Ding aus ist. Dann würde ich doch lieber jeden Tag frisch einkaufen und was essen, bevor ich mir den resten Kühlschrank anklang. Boah. Ich glaube eher, manche nutzen das als Schrank, statt als Kühlschrank. Ich hatte schon jemanden, der hatte da 500 Goldflocken. Ja, warum nicht? Die müssen wir auch kühl laden. Ja, die müssen wir kühl laden. Warte im Kühlschrank? Ja. Sammel mal 500 Goldflocken. Scheiße. Ja, keine Ahnung, ey. Mich kriegt keine Ahnung. Irgendeine Mine oder auf irgendein Feld. Wir kommen in den Klub. Man kriegt sich nur ins Kuchen. Moment. Jonas, nabend. Ah, hoi. Und in meiner Freizeit habe ich was besseres zu tun, als irgendwo auf einem Feld zu sitzen. Ja, ist schon. Jonas wird's was tun. Jonas wird's was tun. Ähm. Nee, erstmal noch nicht. Danke. Jonas? Jonas, du musst ein bisschen lauter reden, glaube ich. Äh, Entschuldigung. Ja. Äh, nee, erstmal noch nicht. Danke. Oh Mensch, ich hab ja doch ein Bierchen hier. Ja, hier hat er... Hör rein damit, ne? Hör mal rein in die Rüstung. Rein in die Euer, ja. Ja, auch dann. Das ist natürlich die Schwierigkeit, du musst das mal kennenlernen, die Olga heißt, ne? Einen der Brigitte... Ja, das geht natürlich auch, ne? Rein in die Name hier bitte einfügen. Name bitte einfügen. Richtig. Ja gut, ey, klar. Aber wundert mich, dass hier heute so wenig los ist, sonst ist doch hier immer die Hölle los, eigentlich. Ich weh, die sind alle noch im Gericht. Ist das immer noch die Verhandlung? Da ist... Da ist eine Gerichtsverhandlung? Aber das ist doch nicht mehr öffentlich, das haben die doch beschlossen. Echt? Echt? Ja. Wir haben gesagt, alle raus. Das waren zu viele Leute. Was haben wir denn für eine Gerichtsverhandlung? Ey, da war die halbe Stadt gewesen scheinbar. Ja, ja. Ja, warum ging's hin da? Das ist sozusagen... Festivierter Kopfschmerzen war das. Äh, hier, wie heißt er? Han irgendwas. Han, äh... Takatika... Tuka? Nakamura. Nakamura. Na kamura. Na kamura. Na kamura. Na kamura. Das denn schon wieder für ein Vogel? Ey, äh... Vorher hab ich den Namen schon mal gehört. Aber nicht mit dem Vornamen Han. Sagt mir gar nichts. Glauben wir uns auch nicht. Haben wir in der Tankstelle in die Luft gejagt. Hm, was haben die gemacht? Mit den anonymen Benzinfeinden, oder wie auch immer die hießen. Mit den Benzinpreisen. Ja, ganz wilde Nummer ganz ruhig. Ach, die anonymen Benzinfeinde? Ja. Hier einmal für dich nochmal. Ach, die schön. Ach, die schön. Na ja, genau. Ah, ah, ah. Die Stadtverwaltung hat ne... Die Stadtverwaltung hat ne Forderung von 335.000 Dollar aufgefordert. Ist doch richtig so. Nehm ich. Wow. Keiner weiß wie's ausgegangen ist bis hin. Würde ich auch nehmen. Die haben ne... Die Benzinfeinde... Ist der... Das kannst du doch keinem erzählen, no. Was machen die? Die saufen den ganzen Tag Diesel? Wenn das ein Getränk ist? Ne, den schau ich mir auf. Wie hast du gesagt hieß die... Äh, hieß er mit Nachnamen? An-Nakamura oder so. So heißt die... An-Nakatomi? So heißt die... Besitzerin vom Tattoo Inc. Studio. Mit Nachnamen. Ah. Ah. Yuki Nakamura. Vielleicht so ne Frau oder so. Vielleicht so ne Frau oder so. Ach, Yuki. Die war doch gestern auch da. Ja, die war auch da. Also... Keine Ahnung. Die ist eigentlich voll korrekt. Oder wie ich die jetzt kennengelernt hab. Man weiß nie, ne? Ja, kannst du den Leuten auch nur vor den Kopf gucken. Ne, nicht innen Kopf. Ja, das ist meine Aussage. Ja, sag ich dir so wie es ist, ne? Ja. Außerdem kann sie ja super nett sein und eher durchgeknallt. Ja. Boah, das stimmt, ne? Ja, oder die haben einfach gar nichts mit nada zu tun. Was natürlich auch sein kann. Wollte gerade sagen. Oder nicht seine Schwester oder sowas. Ja, stimmt. Könnte auch verwandt sein. Mein Gott, vielleicht ist es bei denen irgendwie der Nachname wie bei uns hier. Schmidt oder Meyer oder sonst irgendwas. Oder Keller. Keine Ahnung. Wer weiß wie die ganzen Japaner oder Chinesen oder was dort sind. Schmidt Nachnamen heißen. Yakamura hört sich zumindest ein bisschen asiatisch an. Oh, jetzt ruf mich mal an. Oder Nakamura. Jo, hier ist Joe. Redfield. Komm mal hin. Ich find das noch was zu zeigen. Sie wollten einen Termin, ne? Richtig, genau. Das Thema, was sie mir geschrieben haben. Richtig. Ich würde sie in 10 Minuten nochmal kontaktieren. Ich hab eventuell noch einen Termin bei der Stadtverwaltung. Ich weiß es noch nicht. Ja. Dann kriege ich jetzt gleich Rückmeldung und dann würde ich mich bei Ihnen nochmal melden. Wie wir das machen am besten. Alles klar, klingt super. Perfekt, super. So machen wir es. Also bis gleich. Bis gleich, danke. Tschüss. Der so quatschen würde mit dem Whisky im Club. Und, Joe? Hat der Unger angerufen? Äh, ne. Redfield. Ach, Redfield. Der ruft mich gleich nochmal an und gibt mir einen Treffpunkt. Achso. Ja, hättest du ja eine Treffung vorschlagen können. Wir hätt'n herkommen können. Der war halt auch ein Whisky. Hätte ihm einen Ausgegeben. Ja, wenn ein guter Anwalt wäre, würde er dir sagen, fahr heute nicht mehr. Warum? Wo fährst du denn lang? East Highway oder West Highway? Kommt drauf an, wo er mich hinschickt. Ich denke eher East Highway. Na, ich muss ja wissen. Ich muss ja wissen, wo ich die Streifen-Posizisten langschicke. Ey, ich habe zwei Bier getrunken, ja? Und eine Bananenmilch. Vielleicht waren doch alkoholfreie Bier. Ne, das waren Timmys, oder? Einen Timmys und ein Bier. Das nicht Timmys war. Das war Tommys. 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 Geil. Ich verklag' dir auf alles. Wen verklagst du? Das LSPD. Und warum? Was haben wir gemacht? Boah, weil die sich zwei Wochen nicht bei ihm gemeldet haben, nach der Bewerbung. Gott ist Willen. Lass' dir die Polen. Ernsthaft, weil die sich nicht gemeldet haben? Ich habe da sechsmal nachgefragt. Ja, und? Wieso? Nein. Ich habe aufgrund dessen andere Jobs abgelehnt. Ich habe Miete, die bezahlt werden muss. Ich muss von irgendwas leben. Gut, das ist aber deine eigene Schuld, würde ich sagen. Ne. Wärts schon ein bisschen kleinkern gehen, ne? Also, wenn du dich bewirbst und die antworten dir nicht, dann würde ich persönlich das als nein wählen, äh, ne, sehen und mich weiterbewerben. Wenn die immer sagen, ja wir melden uns bei ihnen, das sieht gut aus. Ja, es sieht gut aus, wir melden uns bei ihnen. Hast du dich noch nie auf Jobs beworben sonst, oder wie? Ja doch, aber abgelehnt. 90% kriege ich keine Antwort. Frechheit. 90% ist die Aussage, ja wir melden uns. Exakt. Da kenn ich, da kenn ich nen super Trick. Einfach nicht bewerben, dann wirst du auch nicht abgelehnt. Ja, richtig. Das ist nen super Trick. Ja. Ich sehe uns schon in einer Woche hier sitzen. Ihr lacht mich alle aus und ich sitz hier mit 100.000 Dollar. Ja, keine Ahnung. Ach. Ich hab auch über, also ich hab auch ne Woche, ihr braucht, ob ihr einen Job zu suchen. Ja, dann kannst du ja wenigstens meinen Haus geben, wa? Oder du bist scheiße pleite, weil du die Anwaltskosten tragen musst von dir. Ja, oder dat? Ja, hab ich ja Tobi für. Was? Was? Wer ist Tobi für? Das finanziert eh den Anwalt oder was? Nee. Nee, der finanziert mir dann mein Leben. Hallo, ich fahr Roller, vielleicht will ich mir auch irgendwann mal was anderes holen. Ja Tobi, ich muss denn bei dir einziehen, wenn ich was verliere. Bei mir ist noch Platz. Ich geb schon die letzten beiden Tage mein ganzes Trinkgeld aus, um alles mögliche hinzuhauen. Also. Was habt ihr denn hier für nen Lebensstil? Warum? Was denn? Ich hab nur ein Haus am Strand. Ich denk mir immer so, die Trinkgeld war am Anfang des Tages nicht da, also braucht am Ende des Tages auch nie da sein. Ich hab mein Haus 5 wieder von den Kippenautomaten entfernt, das reicht. Das ist ganz arbeitslos, äh, wildes PD verklagen und hat ein Haus am Strand. Ja, ich sag auch schon. Warum ziehst du denn nicht einfach in irgendein Drecks Motel? So schlimm ist das nur noch wieder nicht. Sag mal Leute, ihr sollten mich unterstützen, ihr seid meine Freunde. Die Matratzen, die haben nicht mal Bettwanzen. Alles steril. Ich fahr da gleich hin zu dem Wetfield. Solltest du jetzt meine eigene Laken mitbringen, aber? Ich fahr gleich zu dem Wetfield hin, erklär dem alles und sagt er ja, ob das Sinn macht oder nicht. Ja, ein Beratungstermin quasi, ne? Ja, ist kostenlos. Ja, gut. Dann nehm ich das aus, selbst wenn ich nichts brauche. Ja, das ist der einzige Grund, warum ich gesagt habe, schreib doch mal an Anwalt an. Erstberatung ist kostenlos, dann können sie dir erzählen, sonst sind die nur Flausen. Ja, der Moor hat er direkt abgelehnt. Ja, der cleverer Anwalt. Ja, das ist tatsächlich wirklich die Wahrheit. Der einzige der Wet kann nicht aufhören. Sag mal. Hat der auch schon irgendwie... Sag mal Conny, ne? Noch einmal hier irgendwas gegen mich. Echt? Ja, komm, kloppt euch. Moor noch nicht. Also ich hatte nochmal so ein bisschen zwischen Tür und Angel mit ihm zu tun. Komm, ich guck's mir gerne an. Aber der... Wenn du irgendwas wissen willst, der sagt dir sofort Paragraph und Absatz im... egal welchen Gesetzbuch, ja. Und wer jetzt? Ey, weil ich würd mir gern mal ein paar Anwälte in Action angucken, sag ich mal. Mir richtig. War auch erst jetzt bei einer Verhandlung gewesen. Ja, wenn du dir die Nest anguckst, die legt beim Richter einen Einspruch ein. War das die Rota-Reger? Mhm. Keine Ahnung. Die war dabei... Die war dabei gewesen, so. Das war doch, wo der Thunderland meinte irgendwie... Wo der komische Richter die da richtig runtergeputzt hat. Hei auch gleich gesagt, so hat abgehoben mit der Heiker schon lange in die Mail sehen wir den Richter. Ja, sie meinte, sie brauchen noch 5 Minuten fürs Schlussplädoyer und er meinte irgendwie, ja. Nehmen Sie sich in 5 Minuten, sie kriegen ja sonst nix geschissen. Ja, das war... Und da sagt der... Das sagt der vor Gericht, vor ein. Da hat die Skate in Reisen, ey, aber das gefällt mir. Und wer war denn das? War das der Flemming? Ne, das ist Thunderland. Ne, das ist Thunderland. Der Typ, der jeden Tag seinen Kontostand postet. Ne, ist Thunderland. Ne, ist Thunderland. Und noch einen schön trockenen Rotwein. Und buttert die... Und buttert die Staatsanwälte runter. Vor allem dann sitzen wir im Gericht. Und dann sagt da einer, erheben sie sich für den ehrenwerten Richter, Herr Thunderland. Und ich sag für den ehrenwerten Richter, Herr Arschloch. Ja, und hinter uns, Ena. Wer hat das gesagt? Wer war das? Hahaha. Da war es aber ganz klein laut. Ja, ich dachte, ich sehe nie wieder das Licht. Die ganze Zeit, ich hab mal mit den Ohren, ey. Die ganze Zeit, Geräusche, doch. Was hab ich doch noch gar nicht in Toast? Wahrscheinlich 6 Bier? Ein bisschen Wodka? Ne, kann sein, damit der Transporter da hinten ist, der gegenüber von uns steht und uns beobachtet. Was wollen die? Keine Ahnung. Wo? Haben die sonst nichts zu tun? Oder... Wollen wir mal rüber gehen? Nö. Ja komm. Rüber gehen wir mal fragen, was die wollen oder was? Ja komm, wir gehen mal rüber. Negativ. Wir brauchen nicht einen Widerfall, dass wir auf der Happy fahren. Bleib mal hier. Ja. Vorsicht, hey. Bitte nicht ins Feuer fallen. Ob das hier wieder Stress ist. Das wäre, glaub ich, vielleicht doch ne doofe Idee. Wie lange steht er denn? Äh, paar Minuten. Warte, ich glaub, Gata hast sogar geredet. Du musst, glaub ich, ein bisschen lauter reden. Ja, ich wollte wissen, wie lange er hier steht, aber paar Minuten, ja. Wir schipsen ihn einfach ins Feuer. Keine Ahnung, vielleicht. Da fahr' er grade im Gebüsch schiffen. Kann natürlich sein. Ja, weißt du das? Ich weiß nicht. Ich will jedenfalls nicht herausfinden, wenn ich ehrlich bin. Ne, auch nicht. Am Ende gewinnen wir einen Geldpreis. Kata, was los? Dein Tag heute schon so lang gewesen, oder was? Äh, nö. Heute war recht entspannt. Also, ihr seid die größte Gruppe, die glaub ich heute da war. Bis zur Uni sprich ich heute. Ja? Warte mal. Ja, wird schon langsam Standort. Du schüchterst sie ein. Nein, das hast du falsch verstanden. Ich bin noch der, der eingeschüchtert ist. Ach so. Ach, war das die Sache mit der Telefonnummer? Ja, ja. Ah ja, okay. Ja, ich hab da auch jemanden, der nicht neben mir stand. Beim Telefonat. Ach ja, apropos, du kannst mir mal eine SMS schreiben oder mich mal anklingeln oder so. Meinst du jetzt mich? Selbstverständlich nicht. Ach so. Deine Nummer hab ich, ja. Ja. Meinst du mich? Ja, mein dich. Hab ich. Ja. Mein dich. Oh, jetzt sind sie weg. Hey, jetzt ist er weg. Mhm. Mhm. Keine Ahnung, vielleicht hat er einen Bremsverstärker am Arsch gehabt. Hm. Ja, oder der hat seine Fotos geschossen. Ich hoffe, der hat mal eine Schokoladenseite getroffen. Hahaha. Wenn sie ihn geil macht. Ja. Ah ja. Der ist auch zu seinen Hobbys. Jeder hat zu seinen Fetisch. Mhm. Und die ist doch vollkommen in Ordnung, ne? Was ist deiner? Whisky und äh, Zigaretten. Sag mal, Katha, sind dir das hier nicht zu viele Männer? Ach, ich bin das gewohnt. Hier sind meistens nur Männer. Ähm. Okay. Außer die Mitarbeiter. Das sind meistens braun. Außer negen. Ich erkenne einen. Ja, ich auch. Jetzt weiß ich, warum hier nur Männer rumhängen. Weil ein halbes Vanilla Unicorn hier, wenn wir mal. Ne, ne, ne. Das Vanilla Unicorn wurde verkauft. Wart mal ab, wenn der Schuppen wieder aufmacht. Ich glaube, es wurde wieder gekauft. Genau, von dem Kennis. Die zwei Mille. Die zwei Mille. Die zwei Mille, genau. Uff. Da war ich auch noch nie drin. Ne, weil es ist ja nur... Ja, das Ding ist ja auch leider zu. Wann seid ihr ingereist, wenn ich sagen darf? Letzte Woche. Letzte Woche. Genau, genau eine Woche her. Genau eine Woche her. Schön, dass wir zwei Wochen haben. Einmal einbücher hier geht. Na, ich bin jetzt vor zwei Wochen ingereist am Dienstag. Ja, ich auch. Da war doch die eine Dame, die uns von der einen Seite der Schlange zu anderen gescheucht hat. Ja, das weiß ich auch. Hattet ihr bei euch auch so einen Typen mit Schal, der immer auf den Rücken von den Leuten sie rauf gesetzt hat, die da am Flughafen Liegestütze gemacht haben? Ne. Ne. Ne, ne. Da war so ein Typ gewesen. Den kann ich mich noch erinnern. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, dann hatten wir auch den Dienstag ja noch. Hä, warst du eigentlich noch dabei gewesen, als ich mit dem diskutiert habe? Oder wurdest du da schon rausgewunken aus dem Raum? Ich weiß nicht, ne. Ich weiß nicht, ne. Ich weiß noch, dass der auf mich drauf hieß. Jetzt wollte ich mich hier gesetzt. Ja, genau. Jedenfalls war das halt auch einer vom Einreisebüro. Der wollte uns da auch alle irgendwie total runterbuttern und dann habe ich ihm zurück einen Spruch gedrückt, und dann ist der komplett auf mir los, der wie so ein Pitbull. Bei mir war das ziemlich entspannt. Ja, genau so ungefähr. Das war ein bisschen warten. Kurz rein. Kurz in den Raum warten, ein bisschen gucken, was da so los ist. Was hat gewartet. Dann kamen die wieder. Bei mir wollten sie gar nicht viel wissen. Wir wollten so ein bisschen wie ich heiße, ne. Das Gute ist, ey, das waren so nette Mitarbeiter, ne. Die haben wir endlich eine Flupe gegeben, ne. Das Problem ist, den ganzen Dienstag, den ich da nicht rauchen konnte, ne. Ja, das kommt drauf an, sag ich mal, mit wem du da bist. Ja, ja. Wir hatten, wir hatten bei uns in der Gruppe Peter. Das ist so ein etwas corpulenterer. Ja, bei dem Arsch war ich nämlich auch. Der hat mich erst da hochgeschickt zum Rauchen, der Arsch. Das ist bester Mann, Peter. Das hat er, äh... Also bei ihm, bei ihm habe ich gleich Pluspunkte gesammelt. Die erste Frage, die ich ihn gestellt habe, ist, Peter, was ist eigentlich dein Lieblingsessen, wenn ich fragen darf? Hat er gesagt, ja, die Chicken Wings von Mutti. Weil ich gar nicht fange... Ja, das passt ja, Mensch. Dreimal aufs Raten, was mein Lieblingsessen ist. Chicken Wings. Ja, das der das gut findet, das habe ich ihm über den schon gedacht. Ich habe auch gedacht, so Gespräch, easy, locker, flockig, schnell durch. Aber dann kam der andere Typ noch rein und uns hat unsere halbe Gruppe da rausgezogen. Wer war denn das? Ja, den ich gerade, was ich gerade erzählt habe, so ein ganz schlagsiger mit einer roten Hose. Hallo. 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 Natürlich. Ne, grüne Hose. Hallöchen. Oh, sorry. Ich sprich erst zu Ende. Alles gut. Achso, wie gesagt, der hatte eine grüne Hose an und einen roten Schal. Was anderes weiß ich nicht mehr. Ähm, ich habe gleich einen neuen potenziellen Mitarbeiter, der hier hinkommt. Könnt ihr besonders nett sein? Ich habe auch einen Bewerber. Oh, sehr gut. Wie sagst du, wir sind jetzt in der Klippe? Äh, das ist Thais. Ah, bei meiner heißt Michael Lange. Pass auf, dann drück ihn doch an. Vielleicht ist er noch da, dann kann er ja auch kommen. Äh, ja, das wäre perfekt. Dann muss ich nicht alles zweimal sagen. Genau. Äh, ne, ich glaube, der, also soweit er mir sagte, ist er, der Michi, der ist Binge. Oh nein. Kannst du ja versuchen. Vielleicht ist er noch was. Können wir sie gegeneinander kämpfen lassen? Was? Genau. Wir sind doch nicht die Punch-Fahren. Michael Lange meinst du? Genau. Der gewonnen hat gegen den Job. Und die Nummer? Bei 5, 6? Ja. 8, 1, 3. Äh, 2 war das am Anfang, ne? Genau. Und 3 am Ende? Genau. Sag mal. Bei 5, 6? Soffen oder was? Ja bestimmt. Ja, der ist schon schlafen. Ja, der ist schon schlafen. Ja gut. Ne, der Kollege da, der ist grad gegen die Karre gegen gefahren. Hab ich auch gehört. Ist gegen meine Karre gefahren? Oh Gott, ich glaub ich kenn den. Jetzt gibt's trotzdem Boxkampf würde ich sagen. Ich weiß ja eigentlich, dass ich äh mittlerweile Prinzessin Traktor bin. Hallo Prinzessin Traktor. Hallo Prinzessin Traktor. Was ist denn jetzt hier los? Ich möchte bei meinem vollen Titel angesprochen werden. Hallo Prinzessin Traktor, äh weiter. Hallo, hallo. Es ist mir auch eine Ehre. Aber täuschen mich meine Augen oder ist das der Kai? Naben. Naben Kai. Naben Meister. Moin Meister. Moin Meister. Moin Meister. Warte, ich hab mir gehabt das jetzt hier mitgekriegt. Wie ist der neue Titel? Irgendwann mit Professor? Oder Doktor? Nein, Prinzessin. Ich hab's vergessen. Prinzessin Traktor. Prinzessin Traktor. Prinzessin Traktor. Doktor. Prinzessin. Naben. 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 Guten Abend. Naben. Naben. Doktor Traktor. Wie komm ich denn da drauf, ey? Doktor und Professor und Prinzessin. Es ist fast das gleiche. Machen wir den Kreis ein bisschen größer? Ja, hätte ich auch vorher schon. Ja, auch eine Idee. Da müssen wir ja lauter reden. Wir müssen schreien. Haben wir na... Wollt ihr was trinken? Was essen? Hilf, passt mit dem Feuer auf. Hansi ist da oben. Äh, ja, was essen. Hm, war ich grad am überlegen, aber ich glaub ich lass es bleiben. Ja. Und Kakao für mich. Ah, ich muss noch mal ne Runde... Ich muss eh noch mal ne Runde die Läden abklappern. Ähm, dann fahr ich noch mal ne Runde und komm danach wieder. Ach so, dann klappern wir ab. Immer doch, immer doch, immer doch. Na, na gut. Mein Auto ist nicht schnell genug um vor der Polizei abzuhauen, leider. Nein, ich hab schon fast geschafft. Wurde gestern das angehalten. Wo fährst du lang? East Highway, West Highway? Schreib mir SMS, wenn ihr die ankommt. Schick wann Krankenwagen. Also ich hab sie gestern schon fast abgehängt, aber... Wie viele? Ich hatte jetzt dann auch schon ein Problem mit dem Boden. Das war so ein Berg ab, da konnte ich mich rausreden, meinte er. Ja, das war der Berg, der ging da runter und dann hab ich... Das ging so schnell, da hab ich kurz nicht drauf geachtet. Haben sie mir geglaubt. Ihr hättet vorgestern die Verfolgungsjagd sehen müssen, die in der Stadt gewesen ist. Ich hab mir gedacht, ich krieg nicht richtig. Fährt da einfach einen Wohnwagen voll ins Schmatt lang und dahinter erstmal einen Streifenwagen. Einen Wohnwagen? Einen Wohnwagen? Einen Wohnwagen! Was war das denn? War das ein MEF-Mobil? War das die Jagdfoto von dem Boden oder was? Ja, das hab ich mir auch so gedacht. Ich semmel dann auch mal ab. Schönen Abend noch. Schönen Abend noch. Danke. Mach's gut. Das hab ich auch gehört. Ich mein, das ist ja eh ne Sache, aber das zu sehen, das ist viel genialer. Ja, ne, meine Kollegen haben wir da verraten. War das nicht sogar so, dass er auf Wohnwagen sogar die Brüllenfass abgehängt hat? Ja, genau so war es gewesen. Ich weiß nicht, aber irgendwie soll ich nehmen was mit ihren Autos machen. Wahrscheinlich unkoordiniert. Hm. Ach, guck mal, wer macht denn da jetzt eine Probefahrt mit dem Traktor? Willst du auch gern, oder? Nee, Alter, ich hab schon die Hüfttoe jetzt und Soffenwegfahrt auch nicht mehr. Ist das selten eigentlich immer noch so schlammig? Naher fahr ich den neu über. Ich bin grad jetzt soll das denn mal richtig schön fahren. Richtig schön, Puzzle-Petit. Hm. Naher fahr ich neu über zwiegrüne Autos rüber. Ja, Entschuldigung. Ach, wo kann der Quelle? Ich krieg dann auch wieder repariert. Fingern weg von meinem Aspo. Ey, das war jetzt schon wieder. Okay, das wird nicht das Wort informiert. Nichts, wenn wir nicht kommen, sagst du gleich direkt, ey, sorry, geht nicht. Wollte das sein, ey. Guck mal, der Damm so, dass du vielleicht nie erwähnt, dass du auf der Karre draufgestanden hast. Ach, ich bin ja froh. Du brauchst dich nur einen Kopf kürzer, wenn du da eine Macke reingehämmert hast. Ey, sag dir halt bloß, ey. Und so, wenn du uns darauf getanzt hast, wenn ich das richtig gesehen hast... Oh, es steht ja kein Fahrzeug mehr an der Feuerstelle. Hä, ihr tanzt, das hast du falsch gesehen. Niemals, zeig mir da oben Druckbewegt. Ich stand da nur und hab mir ein Zimmi drin gesoffen und hab die Aussicht sehen lassen. Mh-hmmm. Da hab ich immer da nen Ritt gesehen. Ohohohohohohoho, jetzt fallen sie ja noch mal auch in den Rücken hier. Na komm, ne, wer, äh, so oder so was macht, wer muss damit rechnen. Ist ja witzig, ne? Ist ja nix passiert, Mitch. Vorhin sah die Farben noch ein bisschen bunt. Ach, du bist ja auch aufgeklettert, stimmt. Vorhin sah die Farben noch ein bisschen bunter aus, muss ich sagen. Chicken Wings, Chicken Wings. Ich hab jetzt voll Bock auf Chicken Wings wegen dir, ne? Ich glaub, ich hab so noch welche in der Tasche. Wie lange? Ich klau mir erst mal ne Banane. Schon bisschen älter, glaub ich. Lass stecken, danke. Ich finde, die schmecken auch ganz gut. Na dann guten Appetit. Boah, schmeckt noch. Boah, herrlich. Ist das ne Banane geholt? Frisch, saftig und gelb. Das ist der Banane, Joe. Tobi. Banane, Joe. Hast du schon mal dir mein Profilbild angeguckt? Da ist nie umsonst ne Banane drauf. Ja doch, hab ich schon. Ist das eigentlich hier entstanden? Wir haben ja auch fast ne Banane tätowiert bekommen. Das ist hier entstanden, Joe. Da wollten wir... Ja, wie hieß er? Irgend so ein Kreditteil? Herr Kingsley. Joe. Der hat mir gefragt, ob ich Bananen mag. Und dann haben wir ein Interview geführt. Und nach ne Viertelstimme hat er mir gefragt, ob ich mir eine Banane tätowieren lassen würde. Hast du eine Banane tätowiert? Nein. Warum nehm ich? Weil das ne falsche Tatsache war, weil sie mir hier verkaufen wollten. Die wollten mir sagen, das ist eine Banane oder ein Bananen-Tattoo, was ungefähr so groß ist wie ne lebensechte Banane. Ja. Dann bin ich zum Tätowierer gefahren und sie wollten mir auf einmal über meinen ganzen Rücken ne Bananen-Gänge mit vier Bananen aufklatschen. Wenn die Finns da in der Gegend rumgeschaut haben. Ja, das wäre doch super gewesen. Das wäre doch mal ein geiles Tattoo. Ey, man. Glaub mal. Die kamen da mit allen Argumenten, ey. Wir haben da ne dreiviertel Stunde in diesem Tattoo-Studio. Die standen so, die standen so sieben vor mir und haben mich durchgelöchert. Die haben mir Argumente an den Kopf geknallt, Alter. Die wollten mich jetzt mit den Grenzen der Inseln machen. Was? Peuertonne, Auto? Also, wenn man nachher ein bisschen nach Gummi riecht, ne, dann wisst ihr dann Bescheid. Ey, ey, mach mich nicht schwach hier. Meine Karre steht nicht so weit davon weg, do. Da gibt's nicht so den Turn drauf. Wie, das kleine Ding ist dein Auto? Ja, ne, 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 das hier, das daneben. Achso. Der Club ist meiner. Ah, der Club. Ach so ein Clubfahrer, ich hab langsam echt hier. Ich weiß schon, warum ich mir keinen Club gekauft hab. Ich mag die Dinger. Ich schicke Dürfte. Ja, bist du dann auch im Club mit der Club-Mitglieds-Club-Card? Oh Gott. Was für'n Ding? Ja, es gibt einen Club-Club. Die haben eine Club-Mitglieds-Club-Card. Was denn hier für eine abgegartete Karte? Ach du Scheiße. Sag mal, gib ich hier eigentlich auch irgendwie sowas wie ein Stammtisch oder so? Wo sich mal eine Kneipe mal ordentlich Leuten mal einen reinsaufen kann? Joa. Nicht nur einen. Muss es aber reservieren halt, ne? Wunderbar. Jo ist Joe? So, Redfield. Ah, ein Wunderschön. Ja, folgendermaßen. Wir können uns gerne bei uns treffen. Also bei uns privat. Ist einfacher. Da haben wir uns geschwätzt drüber. Und das ist die Postcode 617. Oben in den Hills. 617. Ja. Also oben schauen. Richtung 717. Amt. Stadtverwaltung. Quer hoch links. Ah ja, hab ich gefunden. Perfekt. Da treffen wir uns. Und dann können wir mal kurz übersprechen. Alles klar. Ich bin gerade ähm ganz im Norden. Ich bräuchte... Wahnsinn, kein Stress. Ich muss auch noch hin. Alles klar. Gut, alles klar. Bis gleich. So, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich fahr jetzt zum Anwalt. Ja, zu welchen? Lass ihn niemand dich ziehen. Ja, ihr hört mich dem Mann schließen. Ey. Du schiffst von einem Anwalt. Wat? Ich verklag das LSPD. Tschüss. Was hast du vor? Ich verklag das LSPD. Wieso? Wieso nicht? Warum willst du das verklagen? Weil die sich immer noch nicht gemeldet haben. Weil die sich nicht gemeldet haben willst du sie jetzt verklagen? Naja. Ah ja. Mal gucken was der Anwalt da dreht. Naja mal gucken. Dann viel Erfolg. Machs gut. Lass mich zu sein. Das geht jetzt mal auf. Danke schön. Alles gut. Alles gut. Alles zu sein. Das geht jetzt mal auf. Das war's für heute. Ja, dann fahr ich da jetzt hin. Mal gucken, was da deichselt. Ja, mal gucken, was da schön ist. Also jetzt mal OOC macht natürlich keinen Sinn, ne? Ich werde ja nichts gewinnen, nichts. Glaube ich. Ich glaube, das wird nicht mehr zu vor Gericht gehen. Ähm, aber ich weiß gar nicht, wer das angefangen hat. Und Joe ist halt so drauf verbissen. Dickt sich, jo, wir sind in Amerika. Alles klar, ich verklag die. Und er braucht das Geld für seine Gewerbe-Lizenz. Oh, schöne Farben. Oh. rum rum Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, dann gucke ich mal, also mal, ne? Je nachdem, wie das dann da läuft, ob ich dann nochmal den Unger anrufe oder er nicht. Also wenn die von vornherein sagen, ja, also die sind ja nicht komplett abgeneigt. Ich meine, der Moor hat ja komplett abgesagt. Und wenn die jetzt auch absagen noch, würde ich dann, glaube ich, eher zum... Würde ich, glaube ich, den Unger dann nochmal anrufen. Weil ich habe das Gefühl, der Unger macht alles. Aber ich glaube, auch wenn er das Geld braucht. Auch wenn er verliert, ist ihm das egal, glaube ich, dem Unger. Oh, dann kann da von mir Gerichtskosten abkassieren. Gut. Gut. Gott. Gut. Gut. Was ist das? Hm hm hm. Die dürfte mal so schnell. Die dürfte mal so schnell wie sie zu erinnern. Die dürfte le Argentina aufstellen. Die nü Yahoo. Ah, ich glaube da vorne ist er. Guten Abend. Abend. Ja, Redfield? Richtig, kommen Sie mit. Jawohl, Heck, Keller, hallo. So, wir sprechen noch mal im Garten, der Haus ist besetzt, Doktor. Okay, alles klar. Ja, was gibt's denn, genau. Passen Sie noch mal die Geschichte zusammen. Genau, die Kurzversion hatte ich ihn ja schon bei VNet geschickt. Richtig. Es war folgendermaßen, ich hatte mich über Life Invader als Sekretär beim LSPD beworben. Und ist auch alles angekommen dann und beim ersten Mal nachfragen hieß es ja, die Frau Levi war jetzt schon drei Tage nicht im Dienst, die macht das, die müsste aber morgen wieder kommen. Kann ich Ihnen gleich eine Antwort geben? Wegen Frau Levi kommen Sie nicht an, weil die Frau Levi im Urlaub ist. Ja, das habe ich jetzt heute auch erfahren. Richtig. Und das ist mit meinem Kollegen genauso passiert, also da können Sie nichts von ändern. Da wird die SPD drüber lachen, wenn ich damit ankomme. Ne, dann habe ich mit dem Herrn Kovacic geredet. Ja, richtig. Den kenne ich auch, ja. Der wohl der Käpt'n ist oder so. Richtig. Und der meinte dann auch zu mir, ja er meldet sich auch nochmal bei mir, er geht direkt zum Chief. Bis Freitag habe ich definitiv eine Antwort. Ist jetzt auch schon wieder zwei Tage her. Waren Sie nochmal dort? Ich war am Freitag nochmal dort, ja. War der Herr Kovacic im Dienst? Ja. Hat er Zeit? Nein. Nein. Waren Sie mal warum? Wissen Sie, was Freitags ist im PD? Ne. Freitags ist Academy. Okay. Da werden mindestens 10 bis 20 Leute in den PD-Dienst eingepracht bzw. eingelernt. Das geht bis nachts um zwei maximal. Mhm. So und dann ist der Herr Kovacic ja Captain und muss sich das ja mit beantrachten, dass er gleich aussortieren kann. Mhm. Da hat er wenig Zeit. Also ich würde es Ihnen raten, eventuell morgen Abend wegen 20 Uhr nochmal im PD zu erscheinen. Okay. nochmal nach Herrn Kovacic zu fragen und dementsprechend zu handeln. Weil gegen das PD so eine Anzeige bzw. eine Klage zu führen, das können Sie erstmal vergessen. Okay. Wissen Sie, ich war jetzt auch schon zwei Wochen von der Stadtverwaltung um Rückmeldung wegen meinem Büro. Und ja. Achso, jetzt treffen wir uns hier im Garten, ja? Ja. Richtig. Unangenehme Stimmung, aber sie haben ja schon einen Ausblick. Von daher ist die Stimmung ja noch ein bisschen angehoben. Ach, alles gut. Der Ausblick ist wirklich schön. Wie gesagt, ich hatte das schon mehrmals mit dem Kovacic zu tun und jedes Mal hat er gesagt, ja ich ruf sie heute noch an, ich ruf sie dann und dann an. Ja, wir müssen es verstehen, Herr Kovacic ist einer der kompetenten Leute im PD. Der Rest ist alles so ein bisschen in Flachzangen. Der Herr Krishna ist auch noch gut. Das ist der Chief, ich glaube es ist der Chief. Ich glaube der Chief ist der Headenton. Kann auch sein, aber es ist der stellvertretende Chief. Okay. Ganz genau weiß ich das nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Kovacic Captain ist und sich darum auch kümmert um die Bewerber und so weiter. Aber hauptsächlich Streifendienst. Die Frau Levy war für Ding zuständig, für PA und so weiter. Also müsste die zuständig gewesen sein. Das Problem ist, wenn die nicht da ist und der Urlaub hat oder was auch immer, müssen sie das ein bisschen anpassen. Verstehen Sie? Und da wundert es mich nicht, dass wir mal zwei Wochen warten. Ja, es ist halt blöd, dass man so in der Luft gehangen lassen wird. Ist verständlich, ist verständlich. Als Sekretär haben Sie gesagt. Richtig, genau. Und was macht es? Warum wollen Sie Sekretär sein und keinen P-Dealer zum Beispiel? Sehen Sie sich im Sekretariat mehr aufgehoben? Also Bürokram, etc. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf den Außendienst bin ich komplett ungeeignet. Ganz ehrlich, ich hatte letztens, war ich mit einem Freund unterwegs, der wollte mir zeigen Mais pflücken, damit ich ein bisschen Geld verdienen kann. Ja, ja. Hab ich auch gemacht anfangs. Und dann wurden wir direkt überfallen und da wurde einer abgeschossen. Und da war ich Erstversorger. Und da war so viel Blut, ich musste mich dann darüber geben. Wann waren das? Das war... Wann waren das? Das ist eine etliche Zeit her, habe ich recht? Ne, das war glaube ich diese Woche sogar. Echt? Da oben wurde rumgeballert diese Woche, okay. Weil ein Kollege von mir, der macht hauptsächlich Mais aktuell, weil er nicht zufrieden ist mit seinem Job und ja. Ja, er hat noch keinen Vorfall so gehabt wie sie. Okay. Aber ich kann ihm eventuell ein Angebot machen. In welche Richtung? Arbeit. Okay. Sobald ich meine Kanzlei habe, wollten wir eh über Life & Vader eine Anzeige erstatten bezüglich Sekretariat. Wir brauchen jemanden für Empfang, Bürogramm, etc. Weil ich habe meine Termine wahrzunehmen, ich war jetzt zwei Stunden im Gerichtssaal und ich habe einfach keine Birne mehr für sowas. Verstehen Sie? Ne, kann ich verstehen. Das wäre halt vielleicht, ich habe ja auch Vorlagen vorbereitet schon für sowas und das wäre halt vielleicht eine Option, vielleicht könnten sie ja auch bei mir anfangen. falls es im PD nicht klappt. Ich und meinen Partner suchen da auf jeden Fall dann unterstützen, weil es scheint jetzt langsam in die Gänge zu kommen. Okay. Klingt auf jeden Fall verlockener, weil ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, so langsam habe ich auf das PD keine Lust mehr. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Ich kann es Ihnen nur anbieten. Ich merke mir mal. Warten Sie mal. Lassen Sie mich mal kurz die Nummer eintragen. Das ist eine sehr leichte Nummer. Ja, die ist echt leicht. Ihr Name war nochmal? Johannes Keller. Herr Keller. Wir müssen verstehen, mein Partner ist kein Anwalt, der ist ein Sozialtherapeut. Ich weiß nicht, ob es auf unserer WeNet-Seite schon waren. Ich habe da ein bisschen durchgelesen, ja. Ja, richtig. Das ist jetzt. Wir haben auch endlich die verrefizierte Version, also das Gewerbe. Optimal. Und es hat ja alles geklappt. Soweit. Und ja, ich hoffe jetzt einfach, dass es jetzt im Büro klappt. Dann könnte ich mich da eventuell nochmal ein Gespräch führen mit meinem Kollegen zusammen. Er ist jetzt aktuell noch an einem Fall dran, beziehungsweise an seiner Doktorarbeit, wo er schreiben möchte. Oh, Doktor. Ja. Mhm. Er hat aber hier am Starte kein Recht Doktor-Titel anerkannt zu bekommen, weil er nochmal studieren müsste etc. pp. Und das hat er gesagt. Das verweigert sich dabei keinen Nerv dafür. Ungünstig. Normalerweise ist er Psychologe. So. Folgendermaßen. Lassen Sie mich mal kurz den Herrn anrufen, um die Zeit hat. Mhm. Bist du irgendwie im Stress oder kann ich dich kurz sprechen? Ähm. Ich habe hier jemanden. Einen Herrn, wo ich dir gesagt habe, der Herr Keller wegen dem WeNet, was er uns geschrieben hat. Irgendein PD und so weiter. Äh, ich habe mir vorgestellt vielleicht, ähm, wenn die Kanzlei haben, ihn als Sekretär vielleicht mal in Betracht zu ziehen. Richtig. Dann ist der Herr Müller auch da. Äh, der sitzt jetzt erstmal in der JVA. Also da müssen wir jetzt erstmal bis morgen, also morgen 19 Uhr habe ich angesetzt. Äh, wir holen ihn mit einer Limo von der JVA ab. Total, äh, grüßenwahnsinnig der Herr. Joke. Danke. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall, ähm, ich mache einen Termin mit ihm aus, dann dementsprechend, wenn wir die Kanzlei haben und dann, ich behalte ihn mal im Auge dann. Wenn wir schon sowas haben, weil er ist genervt vom PD. Weil PD hat sich jetzt zwei Wochen nicht gemeldet gefühlt, ne? Frau Levy, sag ich nur. Ja, genau. Perfekt, gut. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Mh, ich muss jetzt erstmal mit Herrn Keller noch sprechen. Gut, alles klar, viel Spaß. Ciao. Äh, ja. Wie gesagt, er möchte gerne einen Termin mit uns allen machen dann, also zu dritt. Ja, macht auch auf jeden Fall Sinn. Ja, richtig. Und, äh, auf jeden Fall werden sie mal, äh, in Betracht gezogen. Wir schalten zwar noch eine, äh, noch eine Anzeige, aber sie sind schon mal in der engeren Auswahl dadurch. Dann können wir noch ein paar, äh, Qualifikationen besprechen und so weiter. Aber das sollte, wenn sie sich dafür interessieren, ja kein Problem sein. Ja, klar, aber sie müssen ja auch dann bereit ins Spektrum gucken, wer am besten auf die Stelle passt. Ja, passen Sie auf, das Sekretär möchte nicht jeder machen. Nicht? Ne, ich sag's Ihnen, wie es ist. Undankbar, oder? Undankbarer Job, aber bei mir ist es nicht undankbar, sag ich Ihnen, wie es ist. Bei mir werden sie Arbeit haben, zwar nicht immer mit den, ähm, Kunden bzw. Mandanten, aber, ja. Die sind auch ein bisschen speziell, mancher. Okay, das klingt jetzt wirklich, äh. Ja, also wenn sie jetzt wüssten, wo mein Kollege sitzt gerade, äh, würden sie uns irgendwie fragen, ob wir noch ganz normal sind, ne? Will ich's denn wissen? Ne, wir wollen sie nicht. Okay, ich finde, frage ich nicht. Soll ich Ihnen einen Tipp geben? Mhm. Ich sag mal Werft, wenn Ihnen das was sagt. Ne. Okay, perfekt. Dann wissen Sie noch nicht drüber Bescheid. Ich bin erst seit, äh, zwei Wochen im Start. Ja, ich bin sogar kürzer da als sie. Echt? Ja. Ich bin jetzt auch knapp zwei Wochen, ich hab die Sondereinreise genommen. Die Sondereinreise? Ja, die war am 14.02. An dem Tag bin ich eingereist. Ah, dann bin ich, äh, nach ihnen gekommen. Ah, dann bin ich auch ein bisschen länger da. Okay, passt. Ich bin dann den Dienstag danach gekommen. Da ist auch ein Kollege von mir gekommen. Genau, perfekt. Ähm, wie gesagt, äh, es sind manchmal Kunden, die ein bisschen unangenehm sind. Die müssen sie anders nehmen. Aber dafür ist mein Kollege da, der, äh, prüft die erstmal im Anfang. Mhm. Gaut, wie die drauf sind. Und der letzte Auftrag war ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ob sie mitbekommen haben, mit Herrn Nakamura heute. Ich war kurz im Gericht, aber es war so voll, dass ich wiedergegangen bin. Ja, sind sie froh. Äh, vieles nicht rausbekommen bei. Er hat normalerweise eine Geldstrafe gehabt vom Staat Los Santos, also von der Stadtverwaltung. Wir haben gefordert 320.000. Oh Gott. Ja, 30.000 hat er bezahlen müssen. Das ist ja nur ein Zehntel. Ja, richtig. Das, oh Gott. Hat er... Deswegen hat er ja auch gute Anwälte genommen. Nicht nur einen. Ah, Sie waren auch einer davon? Richtig, genau. Ah, okay. Durfte zwei Stunden jetzt. Also, mein Hirn ist brei heute. Der Unger war auch da, oder? Ach, der Herr Unger, hören Sie mal auf. Der hat schon wieder... Wir haben, äh, ja die Verhandlungen dann geschlossen gehabt. Und, äh, dann im Verhandlungsthema noch gesprochen bezüglich dem Thema. Mhm. Und er hat immer Einspruch und alles in den Raum geworfen. Und ich glaub, die ganze... Das ganze Büro, wo drin stand. Ich glaub, wir waren sechs Anwälte. Die Stadt... Also die Staatsanwaltschaft. Und der Rest, das war alle... Die waren alle genervt von dem. Also... Was soll ich sagen? Also ich hab den, äh... Der Mann ist unbeleerbar. Ich hab den zweimal vor Gericht gesehen. Das eine Mal war gegen Rakete, weil Rakete ihn ja irgendwie vor Gericht geschlagen hat. Und, äh, irgendwie hat er es hingekriegt, da nach einer Stunde, obwohl er Rakete alles zugegeben hat, dann auch fast zu verlieren. Ja. Er, äh, redet zu viel. Der Mann. Er, schmeißt mit Wörtern um sich, die er aufschnappt und dann ist gut. Zum Beispiel Einspruch, das beherrscht das sehr gut. Einspruch, sagst du die Frage? Ja. Ja, genau sowas. Und das geht mir dermaßen auf den Sack. Das geht allen auf den Sack und... Herr Ungar hat dementsprechend eine, äh, äh, einen Ruf. Im Staat hier. Hm. Aber, ich sag mal so, Herr Ungar und so weiter. Ich weiß nicht, ob das noch so lange wird. Das werden wir sehen. Okay. Ich hab noch ein paar Informationen über den, äh... Wir werden sehen dementsprechend, ob er seine Lizenz noch behalten darf. Und das sagt einer, der zwei Wochen hier ist. Nee, war ja... Wer die schon erforscht hat. Okay. Klingt alles ein bisschen, äh, kurios. Es ist, es ist kurios, wenn sie wüssten, wer alles hinter Ungar und seiner Bekanntschaften steckt. Und dieses, äh, Regime, äh, wüssten, was wir jetzt aktuell an Informationen haben. Oh Gott. Äh, das könnte ein riesen Prozess werden. Noch schlimmer als beim Nakamura. Aber... Wie lange ging das jetzt beim Nakamura? Zwei Stunden? Zwei Stunden. Ich bin jetzt grad vor... Lassen Sie mich nicht lügen. Vor einer halben Stunde. Stunde maximal rausgekommen aus dem Saar. Von acht war angesetzt. Oh Gott. Eine Stunde. Also, sie haben, äh, auf jeden Fall, ähm, ja, das Büro für sich teilweise. Sie sehen ja. Und ich bin froh, dass es jetzt langsam anläuft. Weil durch Wienet macht es langsam den Namen. Also, mein Name macht sich langsam hier breit. Ich bin auch nur durch Wienet auf CEO aufmerksam geworden. Ja, sehen Sie. Werbung, aggressiv. Ich sag's Ihnen, wie es ist. Wir wurden am Anfang von Herr Flemming, dem, äh, Head of Justice, komplett hops genommen. Okay, der Flemming ist der Head of Justice, ja? Ja, richtig. Der Herr Flemming ist der oberste Oberrichter, wo es gibt. Und der Sunderland? Der Sunderland ist der, äh, eine Stufe. Und der Herr Flemming. Okay. Ja, das sind so Informationen, wo sie sich vielleicht halt mal notieren müssen, wenn, äh, der COJ anruft oder so, wenn wir dann eine Leitstelle haben und so. Ja, deswegen schreib ich schon fleißig mit. Ja, ja, das ist genau sowas wird's halt sein. Aber, ganz ehrlich, Sie müssen, äh, Herr Flemming war so, wir haben, äh, ein bisschen eingereist. Wir wollten eine Kanzlei machen zu zweit. Wir haben das schon am Flughafen, haben wir uns schon kennengelernt, vorher. Und, ja, haben wir gesagt, wir machen, ziehen das jetzt auf. Und, dann haben wir halt aggressiv Werbung gestalten, ohne Anwaltslizenz, wo ich halt nicht wusste, wo ich die herbekomme am Anfang, oder dass man die hier überhaupt braucht. Mhm. Dann hab ich mit Herrn Kreuzer gesprochen, der hat mir einen Termin gemacht, dann hab ich meine Lizenz bekommen. Der Herr Flemming hat auf jeden Fall meinen Partner zu SAU gemacht, was wir uns ausnehmen. Weil er keine Lizenz hat, oder wie? Ne, weil wir keine. Also, ich hab ja die Lizenz. Ah, okay. Weil mein Partner nicht. Mein Partner wurde angerufen, weil die erste Nummer mein Partner war, wo er gesehen hat. Oh. Ja, und dann hat er aber gesagt, ihm gefällt die freche Art, wie wir Werbung machen. Und dann haben wir wieder einen Pluspunkt bekommen. Also, ja. Ja, irgendwie muss man ja auffallen. Richtig. Man muss frech sein. Das ist das Wichtigste. So, ja. Dann machen wir einen Termin. Ich ruf sie dementsprechend an. Ich weiß jetzt nicht, wann genau wir die Kanzlei offiziell bekommen. Es wird auf jeden Fall eine kleine Eröffnungsparty geben. Haben wir festgelegt. Wir werden das in Weasel News veröffentlichen lassen. Die Eröffnungsparty. So. Und ja. Wir hoffen, dass da auf jeden Fall dann ein Geschwalterschwarm von Neumandanten ankommt. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht, ob ich morgen das Haus verlasse. Das ist doch kein Problem. Machen sich keinen Stress. Ich muss ja erstmal alles klären. Ich hab ja noch gar keinen Gewährbescheid. Oh. Okay, dann dauert das noch ein bisschen. Den Gewährbeschein krieg ich ja erst, wenn ich meine Kanzlei bekomme. Mit der Eröffnung. Und dadurch muss ich der Herr Müller kümmern. Und der Herr Müller ist im Stress aktuell. Mhm. Es sind viele Gewerbe, die eröffnen wollen. Naja, ich hab's mitgekriegt, die letzten zwei Einreisen sind irgendwie insgesamt dann 160 Leute eingereicht. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, das war extrem. Wir waren bei der letzten, waren wir auch dabei. Also wir waren bei, äh, oben bei Securo Surf, neben, äh, Mirror Park. Mhm. Ich hab's mitgekriegt auch. Schlüssel verloren. Äh, scheinbar ist der Herr Moretti rausgegangen, hat zugeschlossene Schlüssel weggeworfen oder den Schlüssel abgebrochen, keine Ahnung. Äh, toll. Da kämpfen sie jetzt schon seit einer Woche dran. Und wenn die Tür auf ist, ist das so gut wie offiziell. Verstehen sie? Mhm. Herr Müller musste nur aufkriegen. Und das ist das Problem. Aktuell. Und ach, rennen sie mal auf. Es ist einfach nur noch nervig. Wissen sie, wenn man eine Stunde vor, vor einem Prozessbeginn angerufen wird von jemandem zum Beispiel. Das ist halt sowas, wo, äh, wo so eine Leitsteller dann sagt, nee. Wissen sie, ich mein. Mhm. Äh, der Harakete hat mich zum Beispiel angerufen. Wo sie grad von Harakete sprechen. Ja, genau. Das ist auch ein merkwürdiger Zeitgenosse. Ja, das ist genauso Unger. Unger. Ich kann ihn noch vielen Namen nennen, die komisch sind. Zum Beispiel Ackermann. Ackermann, den kenn ich schon. Der hat mir heute mein Essen bezahlt. Ja. Komischer Kauz. War nett. Dann, äh, der oberste, äh, Kauz ist der Hale. Den Hale habe ich, äh, nur seinem Musikvideo gesehen. Ja. Und vor Gericht hab ich ihn gesehen, wo er reinkam. Hallo, Julia. Ja. Genau, der. Und, äh, ja. Der ist sowieso der interessanteste Kandidat, aber der, der Unger vertritt den hier hauptsächlich. Okay, ich höre ich. Mein Gott, ich, ich will, ich höre nur Negatives über den, ja. Aber, äh, scheinbar bezahlt er gut. Ja, mittlerweile höre ich auch nur Schlechtes über Unger. Ja, oh Gott. Ja, hörens mal auf, keiner will den mehr, äh, ertragen müssen. In manchen Dingen. Vor Gericht ist er nervig, allgemein ist er komisch. Aber da kann man halt nicht sendern. Da müsste man halt, äh, irgendwie ihn aus dem Lizenzamt, das Lizenz, die Lizenz wegkriegen. Aber, äh. Ich fand das schon komisch, der war ja gegen eine Rakete vor Gericht. Und hatte, wurde ja von der Rakete, äh, vor Gericht geschlagen. Und er hat nicht mal ein medizinisches Gutachten. Ja, wir sind so, ähm, wenn man sowas nicht hat, in so einem Fall, dann ist er sowieso Schwachsinn. Aber naja, er kann gut reden, das ist sein Vorteil und hat Erfahrung. Ja, aber als Anwalt weiß ich doch, dass ich ein medizinisches Gutachten bei einer Körperverletzung brauche. Ja. Oder wie bei dem Fall heute. Zum Beispiel der Herr Asimov. Wo für uns Zeuge waren. Okay. Kennen Sie den Herr Asimov? Nee. Der Herr Asimov leitet die Reha-Klinik. Ah, die Reha-Klinik. Von der anderen. Mhm. Und. Mir wurde gesagt, die suchen vielleicht auch einen Sekretär. Das weiß ich nicht. Da kann ich Ihnen keine Info geben drüber. Ich hab da kein, äh, kein Wort zu. Ich mein, ich hab den Herr Asimov jetzt hingelernt. Wir sind ja ein netter Kumpane, sagen wir es mal so. Ach doch, hier wie wir stehen. Privatpraxis. Ja, genau, die hat er auch noch. Ah ja, okay. Von der hat das ganze MD aufgezogen. Im gewissen Sinne, wo es am Boden war. Ach, beim MD war der auch? Ja, ja, der war Chef vom MD damals. Und er hat ja keinen Bock mehr drauf gehabt, oder wie? Nee, er hat die aufgezogen, hat dann die, äh, Geschäftsleitung weitergegeben an jemanden. Fähigen. Weil vorher hat, er war kein Fähiger wahrscheinlich vor Ort. Der sich darum kümmerte. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass ich bis auf den Erste-Hilfe-Kurses nichts mit dem MD zu tun hatte. Naja, was soll ich sagen, ne? Ja, verstehe ich. Das kann ich absolut verstehen. Das, ich war einmal dem MD wegen meinem Partner. Der ist da gestürzt. Die Treppe von, äh, von einem Partner von uns. Und, ja. Hören sie mal auf. Er war erst mal K.O. Oh Gott, aber jetzt alles wieder gut, ja? Keine bleibenden Schäden. Nö, nö, nö. Okay. Er hat einen Berg runtergerollt, was soll ich sagen? Einen Berg. Ja. Oh Gott. Es gibt ja nicht nur ich, wo ich in den Hills wohnen und mit ihm zusammen, sondern, äh, wahren sie mal in, äh, die Richtung da rüber. Wahren sie mal hier hoch. Wenn sie hier hoch schauen, gibt's in die Richtung, äh, ein Mr. E. Ja, er ist, äh, Grafikdesigner und, ähm, ja. Er hat noch keine Treppe gehabt zu seinem, wie soll ich sagen, Hinterhof, Hintergarten. Und da muss man ein bisschen Kletterübungen machen und dann hat's da runtergeklettert, ist er runtergerollt. Ohohohohohoho. Da ging's nämlich steil runter, wenn man nicht aufpasst. Würde. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall froh, dass ich jetzt endlich gleich Feierabend machen kann. Ja, ich glaub, ich werde auch gleich einfach ins Bett gehen. Ja, das Problem ist, äh, wenn sie halt immer diese scheiße Einsätze haben, wenn jemand anruft, ins PD kommt, etc. Ah, das müssen sie auch? Äh, ja, wenn's nur, also die haben ja als Impul für sie, wenn sie mal im PD sind und, äh, unten in den Zellen verwahrt sie, dann haben sie drei Minuten Zeit, sich einen, äh, Verteidiger, beziehungsweise jemanden zu holen, der mit ihnen spricht und, äh, sie vielleicht rausboxen. Und wenn ich keine reiche? Dann haben sie Pech gehabt. Dann hab ich drei Minuten für. Ja, ja. Ich hab ja Quellen aus dem PD. Hab ein paar Kumpel, äh, arbeiten im SD und PD. Mhm. Mhm. Deswegen kann ich ihnen das so sagen. Ist halt einfacher, wenn man ein paar Kontakte hat. Ja, ja klar, auf jeden Fall. Lässt sich einiges, äh, besser machen dann auch. Naja, es geht. Die Kontakte bringen halt nix, wenn's um, äh, Verwahrung geht und so weiter. Die bringen nur Infos, wie lange sie Zeit haben, etc. pp. Weil das ist Grundausbildung, was die lernen. Ganz einfach. Mhm. Ich versteh's aber nicht, sowieso nicht, warum's mit ihnen das Sekretär braucht. Ähm, wo ich für den, wenn ich's richtig verstanden habe, für den Chief und für Frau Levy. Mhm. Die Frau Levy, die alle zwei Wochen eine Stunde da ist, oder? Ja, das frage ich mich auch langsam. Ach, keine Ahnung. Ich kann sie nicht sagen, leider, ich arbeite nicht da, zum Glück. Mhm. Ich bin zu Glück noch, äh, wie soll ich sagen, ich bin noch eingestellt im DOJ, aber das ändert sich hoffentlich damit der Kanzlei, dass ich da raus bin. Weil es ist immer öde, sie müssen von hier im DOJ fahren, anmelden. Wenn ich mit ihnen rede, ist das Arbeitszeit, die wird ich bezahlt, Payjax, und da muss ich wieder zurückfahren, abmelden, wieder hochfahren. Mhm. Und wenn ich meine eigene Kanzlei habe, kann ich da einfach angemeldet bleiben. So lange ich da bin, verdiene ich mein Geld. Die sind ja quasi Dauer auf Arbeit. Richtig, ja. Ich bin auch Dauer auf Arbeit, aber wenn ich zum Beispiel jetzt mit ihnen sage, ich geh jetzt privat mit ihnen essen, oder wir gehen ins Crucial Fix, trinken keinen Kaffee, dann muss ich mich abmelden. Mhm. Und das ist halt, man kann jede Minute das Telefon klingeln, und, äh, sie sind halt wieder im Einsatz. Das kann ich halt im DOJ nicht so ausführen, wie ich halt, ne? Ich hätte nicht eine eigene Kanzlei hätte. Ja, aber ist ja dann auch das eigene Geld, ne? Ja, gut, man kriegt ja von, äh, der Start, äh, Startguthaben. Ach so. Gewerbe, so als ein, äh, Begrüßungsding, dass man ein Gewerbe eröffnet hat. Soweit ich es verstanden habe. Sehr gut. Aber, die Firmenwagen kriege ich ja auch gestellt, soweit ich weiß. Die Firmenwagen auch noch. Mhm. Ähm, ich war nicht so als, ich kann jetzt nicht übertreiben und, äh, wie Nakamura einfach in den Laden gehen und ich suche mir einen aus. Sondern ich muss schon, ähm, äh, ja. Ich muss schon im, äh, Segment bleiben, wo es, äh, noch menschlich ist. Also jetzt keinen 300.000 Dollar. Ja, richtig. Aber es sollte schon ein bisschen was, äh, nicht sowas, was ich jetzt habe, aktuell sein. Also auch nicht sowas wie mein Aspo. Nee. Wie kommt es denn? Ich schäme mich schon jetzt schon, wenn ich vor Gericht anfahre mit meinem, äh, Vicali. Es ist, äh, ja. Es ist dementsprechend peinlich, wenn alle ankommen mit, äh, was weiß ich, Drafter, Paragon, etc. Alle wagen nur 50, 100, ja, in die Richtung gehen. Ja. Unangenehm. Als Anwalt. Nee, sie sind ja noch am Anfang, ne? Ja. Wir reden ja vom Anfang. In einem halben Jahr oder so oder in zwei Monaten sieht es vielleicht anders aus. Bestimmt. Bestimmt. Vielleicht gibt es dann den Herr Unger auch nicht mehr. Weiß man nicht. Wird sich zeigen. Richtig. Naja, gut, äh, Herr Keller, ich mache so, ich, äh, warte jetzt den Termin morgen ab. Mhm. Ich hoffe, dass es dann klar geht, dass man eine Eröffnung starten kann. Und, äh, dann können wir ja nochmal ein Gespräch führen. Alles klar, sehr gerne. Also, wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich morgen aufstehe oder nicht. Ja, ja. Alles gut. Versuchen Sie mich anzurufen, wenn ich, wenn aus ist, ist aus. Ja, richtig, genau. So sieht es auch. Wenn es aus ist, ist aus fertig, dann gibt es auch Feierabend. Genau. Also machen Sie sich keine Sorgen, falls was ist, ich melde mich bei Ihnen. Alles klar. Ich glaube, ich kann mein Haus von hier sehen. So. Gehen wir hier rüber. Wir fallen hier rein, komm. Wie oft ist es meinen Kollegen schon passiert, dass er über den Steg gelaufen ist und reingefallen. So. Bitteschön. Die volle Aussicht. Ähm, jetzt ist der Baum im Weg. Gerade in die Richtung hier unten. Genau. Am, am, am Piero Beach Club wohne ich. Ah, okay. Mhm. Ja gut. Was zahlen Sie? Äh, 450. Mit Pool? Ne, ich habe ja den Strand direkt vor der Tür. Ja. Ja, aber 54? Ja, drei Etagen, Dachterrasse. Ja, okay. Okay. Ja. Wir zahlen ein bisschen weniger, wir zahlen ein bisschen mehr als Sie. Für das Haus erzählen? Ja, ja. Wir zahlen auch für zwei. Wir zahlen praktisch geteilt. Ja, klar. Das ist einfacher. Achso, ich habe übrigens auch noch dann, wenn es losgehen sollte, ich habe noch ein schickes Hemd und eine schicke Hose. Natürlich. Gar kein Problem. Ich würde nicht so als Piero gehen. Renn ich auch ein bisschen danach um. Wir hatten ja gerade ein Dresscode im Gericht. Schwarzer Anzug, rote Krawatte, ein bisschen Hitman mäßig. Mhm. Als Gag anzusehen natürlich. Und ja. Der Herr Nakamura hat es sehr gefallen, von daher. Der Mandant ist König, ne? Auf jeden Fall, klar. Ja. So. Gut. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ich komme mit vor. Ich begleite Sie noch. Danke sehr. Selbstverständlich. Ja, auf jeden Fall. Wir machen es halt privat aktuell hier. Die Gespräche oder halt äh. mit den jeweiligen öffentlichen Gaststätten. Zum Beispiel Crucial Fix ist ziemlich gut, immer ein privates Gespräch zu führen. Ja, Crucial Fix ist tatsächlich mein zweites Zuhause. Ja, bei uns auch. Ja, bei uns auch. Wir haben morgens oder mittags immer das Erste, was wir, wenn wir da aufstehen. Sandwiches. Das muss sein. Das ist er, ne? Ja, ja, genau. Ah, schick. Schick. Ja, schick ist er für den Anfang. Okay. Was hat Ihrer gekostet? Nämlich ohne Lack 4.000. Ich habe 6.500 bezahlt. Ja, das hat dann meiner mit Lack gekostet. Da sind sie aber, ähm, ich sag mal so. Was läuft Ihrer? Äh, 150. Ja, meiner 190. Ja, brauche ich nicht. Ne. Klar brauchen sie es nicht. Aber ich wollte halt irgendwas, wo ein bisschen noch sportlicher, aber noch altmodisch aussieht. Ein Anfang. Waren sie schon mal beim Oldtimer-Handel? Ja, ein Kollege von mir, also der Partner von mir, der möchte unbedingt einen Oldtimer. Als Geschäftswagen. Ja, warum nicht? Ist auch richtig für seine Angelegenheiten und für seinen, äh, äh, auftreten. Ist es persönlich gut. Ich brauche aber, ähm, eine Limousine eventuell. Ah, ein Viertürer, ne? Richtig. Ja, klar. Oder halt ein Zweitürer. Ist mir auch egal. Aber es muss trotzdem schick aussehen. Es muss schick aussehen. Das ist es. Ganz einfach. Und das ist das Wichtigste. Ne, äh, schick ist einfach das Wichtigste hierhin, äh, als Anwalt. Wenn sie, äh, zu jemandem kommen, der weiß, was ich, wie Herr Nakamura Bentley's fährt, im Wert von 400.000 Dollar. Ja, und sie fahren da mit so einem Aspo vor. Richtig. Das geht's gar nicht. Gut. Sie verstehen meine Sprache. Unangenehm immer, aber war gern bei ihm vorbei. Super. Jetzt bin ich mal gespannt, wann er morgen rauskommt. Ja, ich auch. So, gut. Ähm, ja, wie gesagt, ich, äh, wünsche Ihnen dann noch einen schönen Abend. Ebenso. Vielen Dank fürs Gespräch. Wir hören voneinander. Kein Problem. Wir hören voneinander. Ebenso. Ciao. Ciao. Ja, das Gespräch war doch ganz gut. Ja, dann mach ich da Sekretär, meine Güter, ey. Auch nicht verkehrt. Brauch halt nur langsamen Job, ne? Ja Sie müssen kaufen. Oke. Dann Democrier. Ja, dann mach ich das unten, ne? Ja, fahr jetzt nach Hause, ruf den Unger nochmal an. Ich ruf den Unger nochmal an und sag ihm ab, weil Joe hat jetzt auch verstanden, dass Clark keinen Sinn macht. Aber das Gespräch war doch besser als erwartet, sehr viel besser. Ja, der ist auch sympathischer als ich dachte. Ich dachte erst so, also ganz ehrlich, so vom V-Net-Bild und wie der so aussieht, dachte ich mir, das ist so ein Joke-Typ. Aber der wirkte doch ganz seriös, also echt ernsthaft auch an der Sache und ich glaube auch mit dem kann man echt gutes RP haben. Und ja, man sollte sich mit Leuten auf jeden Fall umgeben, die gutes RP können, um selber auch gutes RP machen zu können. Also meine, bin ich jetzt der Meinung. Und deswegen eher mal gucken. So, dann ruf ich jetzt nochmal den, 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 den Unger an. Drei. Neun. Drei, neun, sechs. Eins, eins, eins. Oh, hallo. Schönen guten Tag, äh Keller mein Name. Ich hatte ihn auf V-Net geschrieben. Ah, grüße Sie Herr Keller. Ähm, wie sieht's denn bei zeitlich Morgen aus, dass wir mal ein Gespräch führen? Weil heute ist es schon sehr spät und ich hab das ja an einem Gerichtsverhandlung in den Knochen. Ja, ich würde jetzt auch nämlich ins Bett gehen. Ähm, ich will ehrlich sagen, ich hatte noch andere Anwälte angefragt und ich hab jetzt schon zwei Absagen bekommen. Ich glaube, sie würden das auch ablehnen. Äh, worum geht's denn? Naja, ich wollte das NSPD verklagen, ne? Einige sagen, oder alle, beide sagen, das macht überhaupt keinen Sinn, dagegen vorzugehen. Äh, was ist denn passiert? Naja, ich hab trotz mehrmal, ich hab jetzt schon die Kurzversion quasi... Ach so, ja, ja, stimmt, haben Sie wieder geschrieben. Ja. Ähm, ja, wegen was wollen Sie die verklagen? Naja, ich hab aufgrund dessen andere Jobangebote abgelehnt und ich hab ja auch Miete zu zahlen und ich muss ja auch irgendwie von irgendwas leben. Ja gut, aber, aber das ist ja, ich mein, das ist doch normale Lauf der Welt. Dann hätten Sie die Weile einen Job angenommen, bis die Polizei sich meldet und sagt, kommen Sie zum Bewerbungsgespräch. Und hätten die dann abgesagt, hätten Sie zumindest einen Job. Aber zu sagen, ich bleib so lange arbeitslos, bis die Polizei sich meldet, äh... Hm, ja, das hab ich jetzt, äh, auch... Ja, so funktioniert's nun mal nicht leider in der Welt. Wäre schön, wenn's so wäre, aber so geht's nicht. Hm, ja, deswegen, ähm, kann man das auch mit dem Telefonat schnell mal klären, ähm... Ja, 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 nee, da haben Sie, da haben Sie keine Hand, aber hätten die jetzt gesagt, ja, wir nehmen Sie, und dann hätten Sie ewig gewartet, bis sie mal einen einstellt. Mhm. Äh, dann hätte man durchaus sagen können, er konnte nichts anderes annehmen, weil er jeden Tag auf einen Anruf gewartet hat, kommen Sie, wir stellen Sie ein und wurde immer wieder vertröstet oder sowas. Mhm. Aber wirklich, ich hab mich da beworben und wurde dann ewig, bis die mich zum Bewerbungsgespräch einladen oder ablehnen, äh, und so lange musste ich arbeitslos sein, weil ich dir irgendwo anders arbeiten könnte, dann, ich, äh, ich sag's ganz offen, da lachen die im Gericht sie aus. Okay. Das kann man nicht machen. Mhm, 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 ja, ist richtig, ja, ja, so haben Sie recht. Ja. Ja, genau. Ja, nee, da weiß ich bitte, ob aber geht, Termin morgen. Okay, alles klar. Ja, trotzdem danke und da wünsche ich alles gut. Ja, ebenso, danke, schönen Abend noch. Tschüssi. Dann lachen Sie mir. Ach ja. Ich muss das Telefon, dass es nur rechts ist, muss ich wieder ausmachen. Ich höre nix. Ja, das war's dann für heute. Ich danke vielmals, Leute. Danke, danke, viel, 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 viele, viele Male. Ähm, morgen, ja, ich hab jetzt am Morgen jetzt keine Termine. Morgen kein RP. Dienstag erst wieder. Ähm, ja. So, danke fürs Reinschauen. Und dann geht's jetzt einmal zum Schneezebra. Na. Schneezebra. Und dann sehen wir uns gleich beim Schneezebra. Alle wunderschönen Abend dann noch. Gute Nacht. Alea! Spicek. Ich muss überlegen. Ein geheimer Fetisch. Essensfetisch, ja? Ja, ich weiß schon, was so. Ja, ich weiß schon.